Ach du scheiße Schattenbund, also mir ist das noch nie passiert. Was ist eigentlich aus dem Waffentyp geworden, kann ich auch nochmal wiederholen. Letzten Samstag, als ich nicht online war, habe ich ganz kurz Cody den Schlüssel, den zweiten überreicht, den John besorgt hat. Und dann habe ich, was zum Teufel war das? Dann habe ich die Info bekommen, dass der Waffentyp erst am 5.12. wieder da ist und wir bis dahin eine Liste fertig machen sollen. Eine Bestellung quasi. Okay, das Spiel ist ein bisschen laut. Bin ich gerade gegen den Pfosten gerannt und der ist kaputt gegangen? Wow, was für eine Kante ich bin. Könnt ihr alles sehen? Hallo? Ist alles gut? Ich weiß nicht, warum der Blut kam. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass hier keine Autos mehr sind. Hallo, Cody? Hallo, ich bin ganz alleine. Ich habe alles gesagt. Aber ich bin ganz alleine oben. Warum bist du ganz alleine oben? Hier ist kein Auto. Das ist doof, ne? Ja. Wir können dich abholen, komm. Bist du mit Mila? Und Denver. Habe ich mir fast gedacht. Mhm. Könnt ihr mich abholen? Wir müssen... Jo, wir sind auf dem Weg, dauert ein paar Minuten. Und seit zwei Tagen ist das Auto noch bei Bennys, ne? Ja, den haben wir gerade abgeholt. Ach so. Okay, ich warte. Aber da war niemand da. Wir haben den einfach genommen, weil wir noch einen Schlüssel hatten. Wir müssen später noch den Schlüssel holen von denen. Okay, bis gleich. Ja, ja. Soll ich dich abholen? Nein, hier wird kein Metagaming gemacht. Wie bitte? Abend, Abend, guten Abend, Abend, moin, moin, Abend, guten Abend an alle, die jetzt rausgekommen sind. Warum habe ich viel Knarren? Bin ich noch verletzt? Boah, ich habe keinen Bock auf den Effekten, ey, geil. Alter, ich muss eh ins Krankenhaus. Ich habe mich ja geprügelt, letzte Mal. Mehr Waffen als Essen dabei, das stimmt. Ach ja, übrigens, die sind ja eh auf dem Weg jetzt nach oben. Ich habe mir schon Gedanken gemacht für einen Zweitcharacter und ich werde Big Peanut auspacken und Mila wird auch einen Zweitcharacter beantragen und die wird Twinkie Smalls spielen. Und wir werden versuchen, an Eventcharacter zu kommen. Also Skins. Nein, nix zu. Mila war sogar schon im Support, du Ärgerer. Da wünsche ich. Die hat sogar schon nachgefragt. Und wir müssen eine kleine Story schreiben und das einreichen und dann ist es fertig. Ich muss nur gucken, wie ich das hinkriege mit dem Stimmenverzerrer, weil die Stimme von Big Peanut ist hochgepitcht. Und wie das funktioniert mit dem Stream auch. Weil ich habe damals Clownfish dafür auf Nifty benutzt und da habe ich mich aber selber gehört. Also quasi Monitoring. Und das gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Wenn ich nur meine normale Stimme gehört habe und die von Big Peanut auch noch auf dem Kopfhörer. Damit konnte ich dann so lernen, wie ich gewisse Sachen ausspreche und so. Aber wir werden das machen. Einfach für die Permis, wenn mal wirklich nichts los ist. Leck doch nicht, ne? Hast du nicht einen FX-Mischpult? Ne, ich habe einen Audio-Interface dran. Ich habe auch einen Mischpult hier, aber ich habe keinen Bock da rein zu schließen. Ah ja. Mit Voice-Mod. Da kümmere ich mich drum, soweit ich das da erledigt habe. Das finde ich schon ein bisschen weird. Jetzt hat ein Typ mit einem Motorrad da hingeht und da... Was denn Teufel macht der? Und dann losfährt, wenn ich um die Ecke komme. Und sich dann im Gebüsch versteckt. Ja, der versteckt sich. Ja, was tacken? Ich möchte aber das Mischpult nicht anschließen. Ich werde das über Software lösen. Nein, ich sage ja nicht, dass das ein Sniper ist. Das ist doch nur, dass das komisch ist. Hm. Du fauler Mensch. Ich denke nur praktisch. Also ich versuche es. Was spricht gegen Mischpult? Nix. Nix. Aber ich hatte irgendwann mal, ich glaube, so einen Fiepen da drauf oder so. Dann habe ich das Interface angeschlossen und dann war das weg und dann dachte ich mir, fick dich, Mischpult. Ich bleibe beim Interface. Das hatte ich ja damals wirklich nur abgeschlossen und mir das Mischpult geholt, wegen dieser Roboter-Stimme. Aber das kennen halt nur wirklich richtige OGs hier im Chat, was ich damit meine. Hallo, Kuri. Hallo, Kuri. meine ich. Der Mann will das nicht. Der Mann will das nicht. Das spricht dagegen. Genau, Oma. Danke. Boah, guckt euch die Wolken an. Mischpult. Mischpult. Die bewegen sich sogar. Mr. Roboter, alle paar Stunden, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Dings zu tun gehabt. Mit der Software. Mit den Treibern davon. Boah, ist echt lange her. Wenn man sich mal so überlegt, ich bin jetzt schon seit drei Jahren auf Twitch und zwei davon streamig ungefähr. Plus ein Jahr Deutsch. Drei Jahre, man. Das wäre gestern gewesen. Hast du ein Remix auf der Zunge? Wo war das Nummer? Man fotografiert so ein Setup-Küttes, sobald ich fertig bin. Ich denke mal morgen. Morgen sollte ich hin und wenn ich denn ein gutes Bild machen kann, dann soll er auch schick aussehen. Aber so wie es jetzt gerade ist, fehlen noch ein, zwei Sachen, bin ich sehr zufrieden. Ist nichts Weltbewegendes, aber für mich ist das sehr schön. Und vor allem sehr clean. Das war der Spruch von Rakim. Facecam fehlt noch. Was sagt der denn für ein Interface mit Scarlett, Focusrite, Scarlett, i2i, der zweite Generation. Bleiben die denn? Ich glaube nicht, OCB. Ich glaube nicht. Hört ihr, wenn ich nichts sage, hört ihr den In-Game-Sound? Okay. Was ist mit Pen & Papers? Wir haben das immer noch nicht geschafft, uns zusammenzufinden. weil alle zugleichen Zeit haben. Zum gleichen Zeitpunkt. Hast du dann noch DBX dazuschnur? Nicht mehr. Doch, habe ich. Interface klinke ins DBX und Mikrofon ins DBX. Und Kabel mit Fettet ans Mikrofon. Funktioniert. Ich frage, ob ihr den Sound hört, weil ich gucke hier gerade bei Ober-Essen. Der schlägt halt nur ganz wenig aus. Stütze! Ist recht leise. Ich kann ja mal nur ein bisschen höher machen. Weil ihr sollt schon alles mitbekommen vom Spiel. Ja, das ist Demba. Hey! Was? 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 Wir sind Ropeln! Ja, das habe ich gerade gesehen, was für Ropeln ihr seid. Geht abgesenkt. Du hast ein Fleck. Weißt du nicht, wo die Bremse ist? Nee, weißt du nicht. Hat keinen Führerschein. Warum seid ihr grün nach? So, wir sind die Ropeln. Wir sind die Ropeln. Green, pink. Yeah, green, pink. Forever, ja. Du brauchst auch so eine Krawatte. Das ist unsere Flag. Was ist das? Unsere Flag? Ja, ich habe... Wir sind die Ropeln. Ropeln, motherfucker. Ich habe aber Haare grün gemacht, auch. Ich muss grün anzählen und pink? Yeah, je boy. Ich muss grün und pink an oder verpupp dich. Oder verpupp dich. Wir haben schon Gang Ganger auch abgeholt. Ja, okay. Da muss ich mich umziehen. Das ist unser Gang Sign auch. Ach guck so, wir sind die Ropeln. Jiii. Und wir müssen auch noch zum Frisur. Gehen, gehen. Auch noch. Wir haben dann greifend mit dem Jungle Papa. Das muss gehen. Das klappt so gern. Aber Auto gefällt mir. Ist nice geworden, ne? Ja, je. Weißt du, was wir da noch gesehen haben? Schwänze. Einen pinken Rasenmäher Traktor. Den müssen wir klauen. Ja, weil die haben unsere Farbe. Die machen wir fertig. Ich habe immer noch Schmerzen vor dem Kampf gegen Beatty, ne? Ich habe ein bisschen zu Hause trainiert. Kämpfen. Irgendwann Hausverlass. Hier kommen die Ropeln. Ich ziehe mich kurz um. Hallo. Bus geht. Bus geht. Also grün. Grün und pink. Fuck, ich verhübt mich. Du brauchst auf jeden Fall die Flag. Kann ich nicht das anziehen mit einer Fliege? Ich fahre den OG-Car. Geh mal aus dem Spiegel, Peiner. Du bist mein Spiegel. Du bist meine Liebe und du bist geboren. Guck mal, ob es kann ich schon gehen. Dann mag ich aus dem Spiegel. Du bist ich. Halt die Klappe. Du bist ich. Kann ich die hier anziehen? Ja. Ja. Oder die? Die. Wenn wir Fight haben, binden wir uns dir unter die Nase. Dann sehen wir aus wie Pip-Bull. Und mehr brauche ich nicht, ne? Pinke Schuhe. Nur keine. Das ist okay so. Habt ihr auch nicht? Die braucht man nicht. Demba, hattest du nicht welche? Habt ihr das Fenster geschmissen? Ach so. Bin ohne Schuhe gefahren. Bin ich ja so gut. Hab viel gefreed. Aber warum Pink? Weil das die Color ist. Hallo. Pink ist die Farbe, motherfucker. Das ist die Gegencolor. Wir haben auch weibliche Wipes. Ja. Was? Ja. Die, motherfucker. Wir sind eine moderne Gang. Wir akzeptieren auch Frauen und Kreditkarten. Wir machen... Ich bin der OG. Wir machen keinen Menschen, Hanna. Ich bin auch OG. Und Mila auch. Und Jeffke auch. Ach ja, wir sind ja alle OGs. Damit es keinen Ärger gibt, ne? Genau. Ja, genau. Das war meine Pfindung. Wir haben alle was zu sagen. Gleichberechtigung. Wir lernen aus Fehlern und kontrollieren Hunde. Der da draußen weiß auch schon Bescheid. Den hab ich bedroht. Habt ihr was für ein paar gehört, die Lutscher? Ja, ich war eben da. Was sagen die? Oh, was sagen die? Ei. Und was noch? Ah, holst du deine Autor ab, der Ma? Wie geht's dir denn heute? Hab ich gesagt, schluckt Schnecken. Lutsch wans. Ich bin Rotten Gang. Sollen wir dem Brettchen geben? Da ist grad nur Craig, das lohnt sich nicht. Ja komm, wenn er allein ist, können wir den schaffen. Ja. Den machen wir fertig. Komm, wir machen den fertig. Okay, ich hab vielleicht vergessen, dass er noch Jamar ist. Ich hab einen Baseballschläger. Jamar ist auch noch da. Och, Jamar? Ja. Soll ich Jamar abwerben? Der soll zu den Robins kommen? Wenn der sieht, wie wir aussehen, kommt der eh nicht. Der steht nicht so auf grün. Aber der ist immer wütend. Den brauchen wir. Läuft Johnny rum, da? Nein. Komm, wir fahren zu Jamar. Wir brüsten erst zum Friseur und zum Kosmetiker. Ich muss auch zum Friseur. Auf geht's. Macht ihr pinke Strähnen? Nö. Oder? Nö. Ich mach pinke Kontaktlinsen. Das bedeutet Liebe, Ganglove. Warum fahren wir mit zwei Autos? Weil ich hab OG-Car, die müssen ja wissen, ob das OG-Car geht. Okay, können wir da vielleicht mit einer Autofahren? Funk ist fast leer. Ja, dann lass zurück zum Trailer fahren kurz. Yeah, Trailer packt ab. Trailer packt ab. Ich hab übrigens an diesen Einnahmen 63.000 Dollar gemacht, ne? Oh, cool. Also in der Gang kostet 160.000 Dollar. Geil. Was? Woher hast du so viel Geld? Wir haben doch... Warst du nicht mal dabei? Nee, da waren nicht mal dabei. Broben Gang unterwegs. Wir haben Shops hochgenommen und so. Geil. Mit irgendwelchen Zivilisten. Ja, wir kuscheln jetzt mit jedem. Geil, kuscheln ist unser Motto. Ja, weil ich schon mal, der nicht mit der Tür aufgeht. Kusin! Kann ja nicht sein, dass ein OG laufen muss. Ich rufe den Jammer gleich an, der soll da hinten in die Ecke kommen. Ja. Und dann zeigen wir denen unser Gang. Erst wie so. Erst wie so. Erst wie so. Genau, damit unser... Was? Entschuldigung, ich hab kurz Panikattacke. Damit unser aussehen letzten Pfeil kriegt auch. Jetzt ein Schliff. Ja, Pfeil. Pfeil. Ja, riech mal meinen Finger. Oh, nee, nicht schon wieder. Nila. Oh, die will. Nee, die muss doch fahren. Oh, das riecht nach Arsch. Ja. Das Cockerblut. Die kohle aus. Wir sind aus Fingern gebrochen. Wenn du schlafen gehst mit Puppe oder Juck, dann stehst du auf mit Fingern, die stinkt. Ja, richtig. Hat jemand Radio angemacht? Nein. Ah, ah. Du bist doch geboren, ne? Ja. Hier ist Fischer, ne? Ja, hier. Bei die Hildbillis. Kass du kopflos mal das Ding auf. Tut's geil. Ich will mein Bart schneiden. Aber wohin guck ich? Bin kein Model. Das sieht besser aus. Augen. Mila, lass doch deine Rückenhaare flechten. Dann können wir dich als Tasche benutzen. Halt die Kappe. Okay. Ich zwiebel damit dran rum, wenn du schläfst. Ich mach mal Dauerwelle. Hä? 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 Wo ist denn? Was denn? Boah. Halbe Minecraft im Spiegel. Hilfe. Was denn? Die will mir nichts verkaufen. Warum? Weiß nicht. Was zum? Ja, ich hab pinke Stehenchen. Denke Kontaktlinsen. Yeah. Ja. Ich find sie nicht. Ich mach aber keine Kontaktlinse. Wer auch? Ich mag keine Linsenruppe. Mach die rein jetzt. Nö. Was denn welche Farbe? Boah, Kuppenzwang will der, ne? Welche hast du? Guck mir in mein Gesicht, wie anders ich guck. Ich kann das nicht sehen. Aber die sind pink. Welche Nummer haben die? Aber ich will keine pinken Augen. Da in der neunten Schachtel von links. Okay, aber auch welche. Das verwirrt mich. Ja, geil. Verwirrung. Alles ist auf einmal rosa. Wieso seh ich das nicht? Weil du dumm bist? Ich seh auch nicht. Ha, Truddle. Ja, hallo. Warum seh ich? Ey. Hallo. Ich schneide wieder meine Haare. Ja. Machst du wie Dembe-Wortman? Machst du coole Haare? Ja. Ja, mach die. Aber dann müsst ihr mich Curly nennen. Curl, Curl. Nein, das sieht doch dumm aus. Das sah dumm aus. Oh, ich bin ein Edding. Ich bin ein Edding. Du Hurenfuck. Lobo. Soll ich diesen? Hut oder andere Hut? Andere Hut. Andere Hut war cooler. Ja, ich geh angeln. Was machen wir unsere erste Geiselname? Morgen mit Kiez. Hab schon arrangiert. Sie sind so verdammt cool. Ja, rechnet schon mit zwei Stunden, bis Mila fertig ist. Mila, bist du schon fertig? Mila. Ja. Ich hasse dich. Ich hoffe, du stehst. Ich kann keine Kontaktlinsen anziehen mehr. Da. Zieh deine Mütze aus. Geh mal weg vom Spiegel. Ja, zieh deine Mütze mal aus. Und schmink dich. Oh ja. Oh ja, ich muss auch. Es gibt doch bestimmt eine Raupe. Ein Schmetterling. Da. Ich bin traurig. Mila ist das Raupe. Guck hier. Ich sehe aus wie ein Ziffloid. So muss Mila machen. Wie? So. Es ist pink-grün sogar. Okay. Hure. 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 Ich weine Tränen. Für meinen verstorbenen Brüder. Ist noch gar keiner gestorben. Aber bald. Bald. Guck mal, ich bin Hure. Ich bin die Kakarina. Jetzt bin ich Zorro. Das ist doch Raupe. Nee, das ist Zebra. Achso. Das ist Captain America. Das ist Batman. Guck mal, ich bin voll edgy. Was heißt edgy? Ja, genau. Das ist ein Scheiß. Uhuhu. Guck. Nein, nicht schminken. Dann sind wir nur so eine Wunabie-Gang. Ohne Schminkl. Mit? Ohne. Sicher? Ja. Das machen wir nur, wenn wir Raubüberfalle machen. Ja, Raubüberfalle. Raub. Raubüberfalle. Ja, das ist das Codewort. Raubüberfalle. Das heißt, wir müssen aktiv. Und aktiv attacken. Code Green? Okay. Code Green ist dann. Das machen wir immer Code Green. Und dann gehen wir rein. Going in. Sind wir fertig? Ja, fürs Erste. Jufke? Klaro. Wir wollten zum Park bei Jumma. Ja. Letzteren Shit um. Wir brauchen Drogen. Fragen wir den Junkie-Park, ob die uns welche verkaufen. Ich weiß wohl, dass die Felder sind. Wir können selber Drogen. Wir gehen jetzt erst mal die dreckigen Ja durchs Brett geben. Damit ich direkt wissen, wenn wir in diesem Junkie-Park. Ach nein, die holen doch rum. Okay, also Junkie-Park? Ja, aber nicht direkt dahin, ne? Ich bin die erst mal aus. Nur linear. Ich ruf Jumma an. Okay. Klar ist der Chat müde. Ist immer müde. Organisieren Deal. Der muss dann immer noch ein pinkes Auto holen. Oh, und ich will da bald die Röcke einschießen, will du wohnst. Nee, mit dem Auto nicht. Pass auf. Mit dem Auto komm ich auch nicht. Pass auf. Was denn? Mann, da steht ein Röcke auf dem Muppelt. Scheiße, da drauf. Du blinde Fischkuh. Ey, lass mich ja nur. Mann, du darfst dir nicht anfangen, dass du Stützräder dann gehabt hast. Oh, okay, dann nicht. Er hat noch geübt. Er war klein. Bitte nicht. Lass den Penne-Pack ficken gehen. Was ist los? Panikattacke, Mann. Was, lass den Penne-Pack ficken gehen? Ticken, ticken. Ja, wir brauchen erst mal Drogen. Sagt ja mal welche mitnehmen. Lass uns schon mal Bestellungen aufnehmen. Wann ist es mir eigentlich schon so fluchten, Mann-Fahrer? Weiß ich nicht. Wir fliehen ja gar nicht. Von was fliehen wir? Doch, für unsere Vergangenheit. Du musst einen pitten. Einen pitten? Ja, das ist krass. Ja, ich will das aufsteigen. Pick den Baum. Ja, ich bin... Das ist ein Mammutbaum, der hat eine Wurzel. Ja, aber ich habe auch Wurzeln. Ja. Nur nicht meine Zähne, die wurden alle gezogen. Weil du stinkst im Mund hast. Das ist nicht wahr. Du, du knutschst mit dir, meine Gang. Wir machen einen Penne-Pack so einen Kiss-Stand. Einen Dollar, einen Kiss von Mila. Ii, äh, dann gehe ich Herpes. Boah, wir werden reich. Der eine Herpes mehr oder weniger macht auch keinen Unterschied. Mila, einfach Augenzug genießen, okay? Hure. Hure. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch flüssiger läuft als vorher. Mila, du musst auch nicht den echten Namen benutzen. Ich will nicht. Wir können auch sagen, du hast Dorothy. Warum können wir nicht der Beallfahrt verteilen? Ja, Hure. Nicht im... Nicht ohne Kerl. Nicht im Dreck den Park fahren, ne? Nee. Hey, das Taxi gehört uns. Er ist umkreisen. Leute, das Taxi gehört zu uns. Das ist auch playing. Jamau. Ja, ich höre. Wo bist du? Äh, bei uns im Park? Komm, wir treffen uns. Ich bin mit meinem neuen Klicker unterwegs. Lack, Klicker. Was für Klicker, Lack? Wir sind gang. Wie, deine neue Lalla, was? Ich habe eine neue Klicke. Wir treffen uns beim Lucky Placker. Gegenüber von einem Kleidungsladen. Und komm alleine und guck, dass dir keiner folgt. Okay. Gut zu fleckern, Boys. Mit Zeit. Ja, bis gleich. Wake up. Jammer kommt. Wake up und gang sein, wenn er kommt. Aber ich... Ja, gang sein. Das ist unser gang sein? Ja. Ja. Du musst den Finger ein bisschen wackeln. Das ist die Raupe. Mila macht kein Gang sein. Mila, du musst die Raupe machen. Gang, gang, motherfucker. Du darfst mir am Hut zu ziehen, Bitch. Yo. Nein, ich bitte nicht auf den Kokon, Alter. Darfst du nicht? Sonst wäre eigentlich... Nein, sonst haben wir dritte Raupe-Gang, dann gehe ich auch weg. Gründest du deine eigene Klicke? Ja, dann... Aber pump dich doch. Das habe ich von dir gelernt. Was soll das denn heißen? Wir sind Anführer. Und Start Nummer 1 auf Rangliste von Gang. Aber wir sind kein Gang. Wir sind im Trailer. Klar, wir sind die krasseste Gang. Die Raupe-Gang. Können wir uns nicht Raupe-N-Clicker nennen? Raupe-N-Clicker? Raupe. Oder nur die Raupe-N. Die Raupe-N-Clicker. Ja, dann sind wir Pseudonym. Raupe-N-Clicker, dann brauchen wir Memo. Ach, nur können wir nicht Memo im Park lassen, bitte? Ja, ich weiß. Aber der klickert immer. Was ist das? Die beschatten uns da oben. Seid ihr nicht stolz? Dann guckt mal, die beschatten uns. Oh ja, die wissen schon, dass wir die krassesten sind. Ja. Ja, beobachten wir uns. Wir sind auf der Liste. Mach Gangs ein. Fickt euch. Fickt euch. Ach, das ist heute Nummer 1, bitte. All Colors are beautiful. Yeah, yeah. Motherfucker. Siehst du, die sind abgehauen. Weil die Angst haben. Ja, weil wir gefährlich sind. Untergetaucht. Untergetaucht. Wir brauchen noch in der South-Seite einen Turf, wo wir chillen. Ich fand die Treppe gegenüber von Cody's nicht schlecht. Da kann man abhängen. Bisschen würfeln. Ein paar Liter Gin mehr kloppen. Bisschen die Raupe repräsenten. Chillig. Bisschen die Raupe repräsenten. Wir nehmen die Tracks auf, okay? Okay. Ja, und wir haben immer was zu essen und zu tinken. Boah, voll gut. Ich mach die Beats. Ich mach Triangel. Mach die Jubidoo. Ich mach die Beat-Bucks. Mach mit Beat-Bucks. Ja. Ich steh drauf, wenn du sabberst. Lass mich das mal wegmachen. Guck mal hier. Lülufagen. Guck, wie ich den Rumschleuder will da. Krasses Jojo. Erstmal deinen Fleck abwischen. Kommt der Trottle. So, der hat deinen Fleck beschmutzt. Hey, du hast meinen Fleck beschmutzt, motherfucker. Das macht man nicht. Ähm, genau. Was? Was? Du darfst nicht disrespekten. Sonst, sonst knallt deine Mutter. War das mit Jamba? Warum? Ja, Jamba. Wo ist denn dieses Lucky? Ja, gegenüber in das Southside vom Kleidungsladen. Mitten in das Southside repräsenten die Raupe. Wir machen Doppelfies und so. Wir spucken durch Zahnlücke. Ja, ich bin alleine. Ja, doch. Der Einäugige. Wir sind die Raupeln. Gang, gang. Raupen, ja. Wir brauchen Schutzgeld von dir. Okay. Wir sind Text-Collector. Wir nehmen jetzt von dir in der Gang Schutzgeld. Der Junkie-Park hat seinen nur nicht abgedrückt. Herr de Milt. Wie viel wollt ihr? Das haben wir nur nicht geklärt. Wir waren 50 Giants. Genau. Los jetzt oder skipp einem Brett. Und zwar zacki, zacki. 50 Giants habe ich nicht dabei. Dann gib uns dein Auto. Boah, Junge, 200 K, das knallt. Genau. Wir sind alle OG. Wir suchen noch neue Member. Ist das so, ja. Ja, wir haben auch schon eine Flag, unsere Krawatte. Aha. Die ist krass, wa? Wahlweise auch OG. Du kannst auch OG sein. Dann kann keiner wegschicken. Ja, wir sind alle OG. Wieso denn wegschicken? Weil dann gibt's kein Mäuterei. Dann gibt's keine Mäuterei wie bei Johnny. Da gab's nur eine Mäuterei, ja. Ja, der Flachwixer. Der hat mich geschmissen. Wie hat er dich geschmissen? Ja, der hat mich von Liste genommen. Einfach gestrichen mit dem Ratatze-Pummel. Von der Freundesliste, einfach von. Genau. Seite aus dem Freundebruch gerissen. Dann hat er die gegessen. Genau. Mach bei uns mit, wir haben die Jacke auch in den. Und wir haben vor sein Hausbeuge kackt. Also Mila. Ja. Ja. Und einen Haufen. Die spürtete für uns. Fällt unsere Klecke bei. Genau. Da geht gerade schlecht. Wir haben gerade Krieg gegen Rocker. Wir haben auch Krieg gegen Rocker. Ja, wir haben gestern Johnny und Co. am Krankenhaus abgestochen. Und davor haben sie einen von unseren Jungs. Ist der tot? Ich weiß nicht, ich glaub nicht, ne. Wir haben eben einen überfahren extra für euch. Genau. Wir haben die Herde schon mal ausgedünnt da oben. Im Noten. Ja. Warte, mit welchen Rockern haben wir die Ärger? Äh, mit allen. Das tippt sich gut. Wir auch. Also die Dinger mit diesen... Die haben vorgestern auf uns geschossen, aber wir waren nicht mit allem Mann. Wir waren nur zu viert. Nein, zu dritt. Wir konnten nichts dagegen tun. Wie viele seid ihr denn? Vier. Wie viele vier? Ich lag schon im Bett. Also wir hatten letztens ein paar Runner. Ja, wir hatten ein paar Soldiers. Mit denen haben wir schon überfallen. Wir hatten nämlich Raub über Felder. Da waren wir so ungefähr 20. Wir haben gute Mensch-Stärke, Jama. Aber wir suchen schon eine Gang, mit der wir kuscheln können. Mit wem willst du denn kuscheln? Weiß nicht. Am liebsten mit allen. Das ist unsere Philosophie. Genau. Kuscheln ist toll. Ich kann mal nachfragen. Ihr müsst doch nur 100.000 in die Hildebucht zahlen. Ach ja, und die Grasrote gelohnt. Das klären wir gleich mit den Nerdies. Sonst verteilen wir nämlich ein paar Breitchen. Genau, wenn die ablehnen. Ja, ist ja logisch, weil wir sind die Raub. Ich schmeiß mit Kinobalken. Ich klau die. Oh, oh, wir werden schon wieder beobachtet, glaube ich. Siehst du, wie gefährlich sind? Wir sind Jama-Kusch. Aha. Hm, Polizei. Ja, der Pricker, hast du nicht mal nicht bekommen, was Johnny gemacht hat? Nee, nicht wirklich. Geschmisseln, mich. Ja, das habe ich erst verstanden, dass er dich radiert hat. Und ich wollte den McCordys abknallen. Ich stand schon mit Wasser hinter dem. Na klar. Einfach so, während der was zu essen bestellt, wollte er von hinten rangehen und dir ins Kopf schießen. Nein, nicht im Kopf. Unsere Farben sind grün. In den Rückenmark. Ja, Tomatenmark. Überall, auf die ganze Theke. Ja, das heißt, ja. Haben die wirklich Ärger mit den Rückenmarken? Ja, haben wir. Nicht, dass die uns jetzt angreifen, ne? Weil wir kleinen Schmock sind. Wir waren auch gestern bei denen und haben da, wie du sagst, ein paar Bretter verteilt. Danach sind wir in den Süd losgefahren und haben da Bretter verteilt. Habt ihr auch Motorräder umgeschobst? Ja, doch. Ja, das. Letztens, als du mich im Abend hast, haben sich unsere Schwänze berührt. Das kann gar nicht sein. Doch. Ich habe das erste Mal gefühlt in meinem Leben. Und übrigens, wir schlafen alle zusammen in den Torell. Das war sehr muckelig da oben. Was für Trailer denn? Ja, wir haben Milag eine aufgebrochen. Mit O-Ring. Gebrochen. Gebrochen. Und dann habe ich in Mitte eine Trockenbauwand eingebaut. Ja, wir haben auch Streaming-Zimmer. Wir bist im Zivatsphäre. Ja, aber ich habe die Wand heute wieder eingerissen. Wir sind gerade vorbeigefahren, weil die Ruckhauer das keiner. Da war nur ein Ruckhauer auf der Straße. Ich glaube, der wurde selbst geholfen. Und über den sind wir drüber. Ja. Der ist nämlich auf die Straße gerollt. Wir sind aber eiskalt weitergefahren. Wenn die Hilfe von uns braucht 100.000, dann kommen wir mit allem an. Warte, 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 warte. War da echt einer? Ja. Ja, da war Mila. Du hast ihn nicht gesehen, aber man konnte ihn riechen. Er hat nur kurz gerockelt. Ist nicht schlimm. Wallah, du hast sich verändert. Ich frage mal nach. Ich frage bei Phil mal nach. Und nicht bei dem. Ey, Phil. Brauchen wir noch Unterstützung? 100.000. Unterstützung. Manns-Deckel. Der soll herkommen und den goldenen Ring küssen. Von Gürtel. In einer neuen Clique. Hallo. Hallo, wir sind die Role-Pellen. Wir sind die Role-Pellen. Wir sind die Role-Pellen. Okay, ich weiß Bescheid. Ich habe sie so ernst zu nehmen. Alles klar. Gut, ich weiß Bescheid. Er lehnt das Angebot dankend ab. Ja, dann ficken wir euch. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Okay. Dann wagen wir in die Gebüsche, bis sie hinkommen und schießen noch ruhig. Aber sag das kein Mann. Das ist deine letzte Chance. Das ist deine letzte Chance. Du kannst ein Laufi bei uns werden. Du kannst doch auf der Siegesseite stehen. Über Laufi. Werd Soldier bei uns. Du hast auch die Chance aufzusteigen in zwei Jahren. Ja, werd Laufi bei uns. Werd mal, das ist ein Laufi. Zwei Minuten. Herr, gib von unseren OG-Kar weg. Das ist euer. Wir haben den lackiert. Das Auto haben wir geklaut bei euch. Why? Ja, weil wir ein Auto brauchen für die Gang. Und wir haben das lackiert. Ach komm schon. Wir haben den zum Gang-Einstiegspreis bekommen. Zero. Das war ja ernst. Das ist so krass. Wir haben dafür nichts zahlen müssen. Weil die Grover dankst uns. Dass wir den Turb und Fleck und Papen haben. Weil unser Grün ist viel gefährblicher. Genau. Wir sind nämlich grün-pink. Motherfucker. Wir sind eine moderne Gang auch, Jammer. Ja, Mann. Zeig ihm deinen Finger, Jufke. Mach den Gruß. Gang Sign. Komm schon, Jamba. Komm schon, Jamba. Sonst gibt's ein Möhrchen für Sörchen. Komm auf die grüne Seite. Hm. Wir wissen alle, du hast Bock da rein zu fucken. Dein erster Auftrag in unserer Clique ist, du musst Johnny töten. Das ist ganz einfach. Und bring dir deinen Schädel. Wir brauchen eine neue Klospülung. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber... Das ergibt halt echt keinen Sinn. Mal davon abgesehen, warum... Hallo, wir reden in Codes. Wir sind ein richtiger Street Gang. Wir schreiben noch kleine Zettel-Tier. Reiß euch wieder zusammen, dann ist gut. Ich hab gesagt, ich vertrag mich nur mit dem... ...Wenn ich den verkloppt. Der soll mich ernst nehmen. Warte mal, du willst dich gegen Johnny prügeln? Und dann ist alles wieder gut? Nö. Ja, was nö? Der soll mich respekteln. Du willst da so ernst genommen werden. I'm the man from the booth. Ja, aber dann fühl dich nicht so... Roping Gang! Ich will aber weiter grün-pink tragen, Kördis. Ja, wir können doch sowieso tragen, was wir wollen. Wurde zu sagen. Stimmt, Jamar rennt ja auch... Hast du mal den Bademeister gesehen? Der rennt einen Schlappen rum und so. Ja, das stimmt. Und Schwimmernzug und so. Hast du mal Tyrese geguckt? Der denkt wirklich, der ist ein Rocker. Hast du mal uns angeguckt, als wir die Huren waren? Boah, das war schön. Ich hatte unter der Schwimmelade. Hab vorgeknüpfen. Hab welche von Steffi genommen, war trotzdem zu groß. Ja, und darin hast du auch gezeltet, ne? Ja. Ja. Nein, ich hab lange überlegt, was machen soll, aber... Ja. Guck mal, Jamar. Ich könnte euch verpfeifen. Geil, wir kennen uns. Halb wo? Mach nicht weiter. Joni muss bestraft werden. Okay. Ich könnte euch verpfeifen. Mhm. Ich könnte euch alle verraten. Ja. Aber dann bin ich ne Snitch. Das ist richtig. Und du... You know, Snitches get stitches off-street. Wahrscheinlich... Snitches. Dann keine lange. Snitches get stitches. Und Bitches. Und... Nein, keine Bitches. Ach nee, die kriegen keine Bitches. No Bitches. Anti-Bitches. Und ich hab auch noch das ganze Polizei-Equipment... Ähm... Wie ist das denn? Das ist doch Joni. Ist das Joni eben? Na klar, der hat doch einen Schwanz im Mund gehabt. Was sah aus wie Joni, ja? Sah schon nicht aus. Hier hat es auf einmal nach Mad Bustchen gerochen. Ach, jetzt kommt er wieder an, ne? Weil du meine Hilfe brauchst für meine Klicker. Genau. Gegen die Rocker. Echt mal, ja. Also jetzt gingen die Rocker eher weniger, ne? Ich hab auch noch die ganzen Sachen vom Überfall, ne? Wir sind reiche Gang. Ich würde das eigentlich verkaufen. Mhm. Hast du alles? Ja. Nein, nicht alles, aber... Alle viereinhalb Autos. Als auch. Doch. Nimm ich meinen Freund, der Harj hat die Schlüssel. Und der gibt euch den nicht. Wir können alles verkaufen. Ich sag doch, Jamal, komm auf unsere Seite. Genau, wir sind reich. Dann hast du das auch. Ich weiß nicht, was soll ich... Was würdest du machen? An alles, was ich denke, ist so richtig extrem. Du bist immer der rote, große Knopf. Also das Extreme zu führen, würde ich es jetzt erstmal noch nicht tun. So erstmal Gras über die Sache wachsen lassen und chill. Du übertreibst halt nicht so. Aber der hat mich geschmissen. Ja, auch selbst wenn der dich geschmissen hat, chill doch mal. Nö. Der tut immer so, als sei der große Bock. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal aus dem Mund von Jamal höre. Ja, was ist mit dir los? Wo ist der böse Jamal? Ja, und sobald wir mit diesen Idioten da, mit ihren komischen Kurten aufgeräumt haben, danach kann man ins Gespräch kommen. Danach könnt ihr mal wieder zueinander finden und aufeinander kommen. Nein, wir kommen alle, das war ein Geheimnis, dass wir füreinander kommen sind. Was? Und der hat das verraten. Kannst du sehen, was das für ein Lutscher ist? Auf einmal gibt er unsere Geheimnisse preis. Das ist voll eklig. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber... Was denn? Why? Ja, die checken unseren Turf aus. Ich schwöre, ich wurde nicht verfolgt. Doch. Ach ja? Nein. Du hast uns verraten. Doch. Ja, nee. Hure. Wieso? Ich finde den Klicker in deine Hand. Hure. 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 Ach, so ist das, ja? Das ist unser Hauptwort. Hm. Wow, Pinn. Dein Name ist der Paul, der Tim ist zu Brown. Ich fick dich mit dem Kruz-Pix. Aber mal ehrlich, jetzt schlä einfach und mach keine Scheiße mit dem Zeug, was wir haben. Nein, ich mach nix. Also, wenn ich Geld brauche, mach ich das, verkaufe ich das. Du hast genug Geld. Weil ein Schein interessiert es ja keinen. Aber verraten möchte ich keinen. Weil ich weiß nämlich, dass Marx und Balder meistens sogar keinen Bock darauf haben. Auf was? Ja, diesen Streit momentan. Ja, der Streit ist doch mega unnötig. So behrlich. Sag nicht mir das. Ja, ich weiß. Sag dir Juni. Manchmal ist Johnny einfach eine Diva und... Ja, wirklich, ne? Ja. Und eine Hure. Hure. Ja, eine Hure ist ein bisschen übertrieben, aber eine Diva passt eher und so. Du bist manchmal einfach ein bisschen wie so ein Teekessel. Du kochst einfach zu schnell über. Nö, ich bin nur ein bisschen verrückt. Hallo, ich will Spaß haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Ihr habt mich so geboren. Geboren. Ihr wollt, dass ich so werbe, wollte, werden wollte. Sollte. Sollte. Und jetzt kommt der Klamet. Klar damit. Genau. Ja, Anjama, du bist die Mama. Mama. So, wie gesagt. Erst machen wir die Rocker. Dann kommt das Gespräch mit Johnny und dir. Aber warum haben wir die auch immer Ärger mit denen? Weil die vor kurzem unsere Jungs plus... Warte mal, wer wurde abgestochen? Johnny wurde abgestochen? Ja, ja, Johnny, Craig. Aschloch. Das ist halt verdient. Warum haben die die dabei gestochen? Ich habe keine Chance. Und, ja, ist der verletzt? Weil dann trug ich mich mit denen. Du musst die Raupe in Ehre behalten. Du bist halt so in die Ehre bloß, ne? Die Raupe haben keine Ehre. Doch, klar. Raupe. Raupe sind frei wie ein Vogel. Ich glaube nicht, dass Johnny noch stark verletzt ist. Sag mal, warum haben die Johnny gestochen? Weil es eine kleine Auseinandersetzung vorher gab, so. Und dann waren alle am Krankenhaus. Was habt ihr wieder angestellt? Die Rocker standen halt so hinter denen. Johnny ruft mich an. So stark. Nein, ich gehe nicht stark. Demba ruft du den an. Ich habe die Nummer nicht. Nein. Kannst du mal jetzt Arsch in der Hose haben und da rangehen? Das hat nichts mit Arsch in der Hose zu tun. Schick nicht einfach Demba vor, oder? Ich schicke unseren Oji von Mila ruft du den an. Hallo, ich bin auch Oji. Und was soll ich sagen? Ja, sag, ich bin, ich kläre gerade das Business für die Ropen Gang. Frag, was du willst. Und sag, dass du Oji bist. Ich soll sagen, du könntest, warte, warte, nicht so schnell nacheinander. Ich soll sagen, du könntest, kläre gerade das Business für die Ropen Gang. Und was noch? Sag, dass du Oji bist, damit er dich nicht ausschmeißt. Aus Park. Ja, was denn? Ich soll sagen, du sollst mit dem Kinderscheiß aufhören, weil es gerade wichtige Dinge gibt. Und es geht um Leben und Tod. Ja, sowas sind da, kann man sagen, ja. Genau, das mit dem Kinderscheiß. Ich soll auch sagen, mit dem Kinderscheiß. Das ist das, was ich dir gerade in Ahlo. Ich habe ja mal gesehen, was du aus dem Boden gestampft hast die letzten Tage. Ja, hast du. Hast du gut gemacht. Aber jetzt leist dich mal wieder anrufen und komm runter. Ich bin kein Mann, respektier mein, 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 mein... Genau, deswegen haben wir ja Pink raus. Ja, Papa. Papa. Wir akzeptieren Frauen und Kreditkarten. Ja. Geh da ran jetzt. Ja, what up, homie? Ja, was spezifisch ist. Pass auf, hör mir bitte kurz zu. Okay? Ja, hier. Ich will die Scheiße einfach nur jetzt beiseite legen, weil es gibt gerade echt wichtige Redungen. Ja, I feel you, man. Kannst du jetzt vernünftig überreden? Was denn? Ich bin am Ube. Ihr seid am Yellowjackin vorbeigefahren und auf euch wurde geschossen, ne? Mhm. Seit dem Tag rennen wir jeden Tag oben im Yellowjackin, in den Red Devils, in den Lost Süd, überall rein. Ja, I know what you mean. Ja, ja, wir knallen die jeden... Ach, mein Gott, Alter. Wir knallen die jeden Tag weg. Wie können die jeden Tag auf die Schießen? Sterben die nicht? Keine Ahnung. Das Ding ist, ich glaube, vorgestern oder vor drei Tagen war das so, dass wir den Lost... Also, wir waren erst oben, dann sind wir wieder zum Lost Süd. Als wir waren im Lost Süd, die komplett weggeschöpert haben, ist der Bademeister und ich, wir wollten dann abhauen, haben uns da bei der Federin mal versteckt, haben die Sachen weggeschmissen, dann kamen da Kops und wir sind denen entgegengelaufen und haben gesagt, hier von wegen haben Leute rumgeschossen und so einen Scheiß, ne? So, halt von uns ablenken. Dann stand der Lost Nord die ganze Zeit daneben, während die Polizei uns dann durchsucht hat und hast du nicht gesehen. Der Lost Nord hat dann gesagt, ha, guck mal, hier sind, äh, nicht, äh, sind, äh, hä? Ich halt kurz Panikattacke. Und, äh, hier sind Autos ohne Kennzeichen und, und da und da und dann wurden die alle abgeschleppt. Und als wir dann gehen wollten oder gehen durften, war die Polizei noch auf dem Parkplatz, aber der Bademeister und ich durften halt gehen. Wir sind gerade am, am, in der Einfahrt, da wo man halt reinfährt. Und, und dann kam uns der Lost Nord von hinten hinterher, hat uns, äh, gesagt, wir sollen mitkommen sofort, obwohl die Bullen da noch standen. Dann haben wir gesagt, wir haben keine Nutten bestellt. Dann sind wir weggerannt und dann hat er uns die ganze Zeit in den Rücken geschossen und die Kops haben nichts getan. Der hat auf den Bademeister und auf mich geschossen. Als wir, als es irgendwann hat er mich, nein, ich lebe noch, ähm. Dann konnte der Bademeister, glaube ich, den noch wegknallen, aber der hat mich halt auch umgeknallt, ne? Hm. Als ich beim Krankenhaus stand, ähm, mit Craig. Haben die euch ja abgestochen. Haben die uns doch mal abgestochen. Hat niemand aus dem Park mir schon verraten. Ich hab auch Connection. Ich sag's dir nur. Und, ey, ohne Witz, ne, also, damit dem, du musst, du kannst, äh, so jetzt abhauen und sich verpissen und nicht mehr wiederkommen, Junge. Das war im Eifer des Gefechts. Das war nicht so gemein. Wir hatten kein Gefecht. Wir haben nicht gekämpft. Das war das Wortgefecht. Oh, der war stark vor mir, Alter. Ich bin gleich wieder da. Äh, das war Wortgefecht. Aha, und das fällt dir noch eine Buche ein, mir zu sagen, ne? Äh, wieso? Ich hab... Ich hab dich fast abgeknallt. Ja, aber was hab... Was hab ich denn in... Was habe ich seitdem in deine Richtung denn getan? Du hast mich geschmissen. Danach, was hab ich danach getan? Weiß nicht. Vielleicht hast du Pläne geschmiertet. Vielleicht stellst du mir grad Falle. Also, keine Ahnung, ne? Wenn, wenn auf dich, wenn auf dich geschossen wird und ich renne da mit allem Mann rein, warum soll ich dir jetzt noch eine Falle stellen? Das macht keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn. Ich hab nur geguckt, ob du drauf reinfällst. Ich wollte deine Antwort hören. Keine Ahnung. Wir sind jeden Tag unterwegs und legen unser Leben quasi... Trotzdem hast du Sachen gesagt, die du nicht sagen darfst. Und keiner hat was dagegen unternommen. Welche? Du hast am Anfang gesagt, als ich aus der Highschool kam und da im Park gechillt hab, und auch Jeff K. und alle, ja, du musst mit Robebefälle machen. Und du musst das machen, für nix kommt nix. Und Familie und das jetzt zusammenhalten. Ja, genau, hab ich gesagt. Aber wenn du siehst, dass mir was so wichtig ist, und dass der Kiez mich aufregt, weil die den Hund abkleinen wollten, und Jack die Faxen da gemacht hat, und das war 100% geplant mit dem Hund, und du stehst... Von wem? Von wem geplant? Ja, von Jack und keine Ahnung. Ich hab nämlich noch die Infos bekommen, dass die gegenseitig gesagt haben, aber scheiß mir jetzt auf den Hund. Aber die Sache war mir wichtig, weil ich nicht... Weil ich nicht so... Weil ich nicht so krank bin wie die, wie Nachtschicht und so. Ja. Und keiner stand hinter mir außer Jeff K. und Mila. Und Damba. Und vielleicht Giffy. Giffy? Mhm. Egal, ich sag nix zu Giffy. Warum? Was ist mit Giffy? An dem Abend, wo du weg warst, hat er direkt nach deinem scheiß Schlüssel gefragt, ob der den Wagen jetzt haben kann. Ich stehe ein Ficken dafür. Was? Der... Mein Auto? Ja, dein Sterling. Also ist Giffy ein Verräter? Klasse, Giffy. Also du weißt, wie der ist. Der ist manchmal ein Verklappter gewesen. Ich glaube, ich würde den nicht als Verräter hinstellen. Denk nicht so. Denk nicht direkt, dass immer alle Verräter sind oder sonst irgendeinen Scheiß. Weißt du, was ich meine? Äh, aber... Nein, aber um das es ging, ist... Du wolltest... Du hast mich mitgeschleppt damals zu den 56, zu den ganzen Leuten und ich sollte lernen. Und ich sollte auch Entscheidungen treffen. Aber du wolltest das auch oder nicht? Dann spielst du dich so auf und sagst, verpiss dich hier und... Ja, das war... Das war unter Wut. Guck mal, du musst dir vorstellen, dass ich zweimal versucht habe, mit dir zu reden und zweimal habe ich direkt Beleidigung in den Kopf geworfen bekommen. Verstehst du, was ich meine? Jemand will die Sicherung auf den Platz. Ja, aber das kannst du mir auch nicht vorhalten, dass auch das erzählende Ecke war und du mit dem Frank und so gequatscht hast. Du wusstest genau, dass ich den Hals auf dich schiebe und du hast eher mit denen gequatscht. Ist doch egal, ich will kein Book of the Mädchenscheiße. Aber... Ich habe das Gefühl, dass du mich, auch wenn ich manchmal Quatsch mache, nicht ernst nimmst. Und ich habe viel gelernt. Ja, das sage ich auch nicht. Du kannst ja auch viel gelernt haben und hast du nicht gesehen. Das glaube ich dir auch. Nur das Ding ist zum Beispiel, auch mit der einen alten, mit der blonden, weißt du, was ich meine? Wo wir genau wussten, dass die vorher kommt und dass wir jetzt ein Gespräch mit der haben und dass da vielleicht um eine Menge Geld geht, kamst du direkt zu denen und hast gesagt, was ist ihr, wer bist du? Obwohl du genau wusstest, wer das ist, weißt du, was ich meine? Ja, dafür machst du Stress mit mir. Weil ich nur ein bisschen aus der Reihe tanze. Da habe ich gesagt, ey, nerv nicht und geh weg. Oder halt die Klappe und mach dich weg. Mehr war das doch nicht. Aber du machst Stress mit mir, weil ich ein bisschen aus der Reihe tanze, aber die Nachtschicht rennt in Badehosen rum mit Flipflops und Unterhemd und ein Hase hat eine Schrotflinte in der Hand, die fahren mit dem Roller rum und sie bekommen keine Hase. Ja, aber das ist ja nicht bei solchen wichtigen Gesprächen. Ja, und scheiß auf die, was sind 200.000? Und glaub mir, glaub mir, glaub mir, glaub mir, also die kriegen auch oft genug Ärger. Ich mach auch oft genug meinen Maul auf. Das ist nicht nur persönlich gegen dich oder sonstigen Scheiß. Also, ne? Darfst du nicht so sehen. Und wenn ich oder wenn ich einen Fick auf alle die gebe, die hier sind und auf dich gebe, dann würde ich jetzt nicht die Scheiße machen, die ich jetzt gerade mache. Verstehst du, was ich meine? Und übrigens, falls der Typ dich von der Grove angerufen hat und rumerzählt hätte, von wegen, dass du auf den Hund geschossen hättest, das ist auch nicht richtig. Der Typ hat sich noch bei mir vor zwei Tagen entschuldigt, hat mich angerufen und ich hab sogar jetzt irgendwie eine Lackierung frei bei Bennys oder so einen Scheiß. Aber ich hab dann auch gesagt, dass der dich anrufen soll und das mit dir klarstellen soll. Nur die Lackierung haben wir schon genommen. Wir knicken. Ich will meine Lackierung haben. Ist ja scheißegal, der dir jetzt eine Lackierung umsonst gegeben hat oder nicht. Aber was willst du jetzt von mir und von meiner Ropen-Gang? Lass wir aufhören mit dem Kack. Das ist nur ein Ding zwischen dir und mir und zwischen niemand anderem. Fakt ist, wir tragen weiter grün-pink. Auch nicht von deiner Ropen-Gang. Auch nicht von unserer Nachtschicht oder sonst irgendwie. Nur ein Ding zwischen dir und mir. Genau. Und ich habe seitdem das passiert ist oder seitdem du nicht mehr zurückgekommen bist, habe ich auch nichts in deine Richtung getan. Ich habe mich lediglich nur ein bisschen abgesichert mit manchen Sachen. Ja, ich weiß, hab schon mitbekommen. Aber nicht für mich abgesichert, sondern dafür, dass die Leute, dass denen nichts passieren kann. Wenn du mich damit gefickt hättest, wäre mir scheißegal gewesen. Du meinst bestimmt Jazz, ne? Nein, 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 nein. Sag mal so, guck mal, wenn du gezinkt hättest, ne? Dann hättest du nicht mich ins Verderben gerissen, sondern alle. Alle, genau. Und darum ging es mir nur. Ich habe lediglich nur alle anderen beschützt. Wegen mir ist das scheißegal gewesen, Alter. Naja, aber wenn ich jetzt einfach wiederkomme und so tue, als wäre heile Welt, dann wäre ich der übelste Schwanzlucher. Warum? Ja, weil ich dann... Wir reden gerade. Ja, aber trotzdem. Dann bin ich wie ein Hund, dem man zurückfällt. Warum bist du wie ein Hund? Weil du mich so... Du hast nicht wie Männer erklärt. Weil du mich angerufst und... Halt den Schnurz, sonst haue ich ein Ei auf den Kopf. Weil du mich angerufst jetzt nach einem Buch und sagst, ja, so und so. Und okay, du kommst mit der Hurkasache. Das ist gut. Also das nimmt mir viel weg. Ja, keine Ahnung. Am Ende ist immer noch ein bisschen dicker als Wasser. Weißt du, was ich meine? Aber Mayonnaise ist dicker. Ja, das stimmt. Du rufst jetzt an und sagst, okay, wir haben wegen euch jetzt Stress mit den Rockern. Weil die auf uns geschossen haben. Das ist nicht wegen euch, sondern das ist wegen den Rockern. Ja, aber seitdem geht ihr da ficken. Ja, richtig. Ja, seitdem ficken wir richtig rein. So rein, dass die sich in ihren beschissenen Illogic hin verstecken und die Türe abschließen. Dass die Los Süd sich in ihre Garage verstecken und die Türe oder das Tor abschließen. Junge, ich halte da richtig rein. Mir ist das scheißegal. Ich bin... Ich drehe durch gerade, ne? Ich drehe gerade richtig durch. Ich gehe in 30, 40 Mann rein. Das ist mir scheißegal. Okay. Ja, ich... Ich quatsch gleich mal mit den anderen. Weil du hast ja bestimmt gemerkt, dass nicht nur einer aus dem Park weg ist. Ja, der Einzige, der mir jetzt auffällt, der jetzt weg ist, ist, äh, Dingens. JFK noch. Mila und Demba. Und Mila halt. Ja, Demba auch, stimmt, ja. Für dich der wird er gar nicht. Doch, Jufka heide gesagt. Aha. Ja, ich ruf nachher nochmal zurück. Wir fahren da heute nochmal hin. Entweder, ne? Raffen wir uns jetzt langsam zusammen und gehen da zusammen rein oder nicht. Wenn nicht, dann mache ich das alleine wieder mit den anderen. Na, ich gucke, was die anderen sagen. Gut. Der ruft jetzt nur an, weil du unsere Hilfe brauchst, weil der genau weiß, die sind krass. Ja. Guck mal, wie krass. Ja, wir sind ja auf Europa. Wir tragen weiter grün-pink, das steht fest. Sollte, Pottus. Ja. Ich kann nicht. Ich kann das nicht machen. Was? Mit dem Quatschen und dahin gehen? Ich gehe, die anderen können, aber ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich liebe dich, Brüder. Weil ich, wie ich gerade schon gesagt habe, weil ich der größte Hund bin dann. Du sollst ja nicht angekrochen und kommen wie ein Hund. Du gehst dahin. Nö, aber wenn ich wilder komme und so tue, als wäre nie was passiert, friedvoll einkuchen. Boah. Du musst doch auch nicht so tun, als wäre nie was passiert. Das hat niemand gesagt. Dann gebt dem Kopf los. Ja. Warum machen wir es nicht? Wieso machen wir es nicht? Krüggelt euch und dann begrabt ihr der Kriegsball. Wir können auch einfach, wir können auch einfach so, wie Beziehung auf Pobe, können wir einfach Feuchert auf Pobe mit denen machen. Das ist irgendwie Quatsch. Das, was Johnny mir gerade gesagt hat, ist, seitdem die auf uns geschossen haben einfach, als wir da vorbeigefahren sind, weil ich dann wollte, weil so viele Autos da waren. Was hat ihr gemacht? Ähm, ach so, da warst du schon schlafen gegangen, ne? Aha. Wir sind nach Hause gefahren, dann sind wir da bei diesem komischen Schrottplatz gewesen und dann habe ich gesehen, dass da bei dem Mialo-Jack ganz viele Autos standen. Ich dachte, er wäre Party. Dann sind wir da vorbeigefahren und dann bald aus dem Auto rufen, wir sind die Ropeln. Dann haben die einfach auf uns geschossen. Ja. Ja. Wenn du zurückkommst, bist du kein Hund, sonst wärst du angeschossen. Hä? Meinten's ernst? War das eine Drogen, motherfucker? Nein, ich habe gesagt, wenn du zurückkommst, dann bist du kein Hund, sonst wärst du jetzt angeschossen. Das ist nicht lustig, ne? Das ist auch nicht lustig, aber es ist genauso unlustig, dass du nicht herkommst und die Sache beiseite packst. Ja, lass das nur meine Sauge sein. Ja, okay. Wirst du ein Brett, dann komm her. Ich komm zu dir. Bis gleich. Du kriegst gleich von mir ein Brett. Nein, da geht die Rop mal auf dich. Genau. Das ist die Fressenbretter. Auf jeden Fall haben die auf uns geschossen und dann habe ich Bademeistern gerufen und habe denen gesagt, dass da ganz viele sind, dass die auf uns schießen. Also geschossen haben. Und Johnny meinte, irgendwie seit dem Tag gehen, haben die richtig Krieg mit denen. Ja, ist ja auch so. Ja, will der mich jetzt locken? Will der mir jetzt durch die Blumen sagen? Nein, niemand will dich locken, Mann. Will der mir jetzt durch die Blumen sagen, guck mal, was für, für eine krass Familie sind. Die machen was bei euch und dann klären wir das? Boah. Bedeutet eigentlich... Ey, trotz, trotz dass, wenn man sich immerhin und wieder mal die Köpfe einhaut oder mal jemandem was sagt, Aber das ist was anderes, Jammer. Ja, weil... Der hat mich geschmüttern. Ey, ich höre das ganz ehrlich. Ob Johnny manchmal eine Diva wird oder du und dann du komplett eskalierst und ausrastest, ist das selbe. Nein, das ist trotzdem was anderes. Wir beleidigen uns, wir ärgern uns, okay, wir haben Stress, wir kloppen uns nochmal. Wie oft hat Johnny mich verkloppt? Aber wenn jemand dir hinterher schreit, verpiss dich und komm nie wieder. Ja, dass das... Das war immer noch aus Wut. Wenn du sauer bist, sagst du auch manchmal Sachen, die nicht korrekt sind. Ja. Aber nicht so. Aber hau tust du mich ja auch. Aber nur, weil du es willst. Nein. Genau wie Mila. Jeff Kerr hat gestern auch den Arschen gehalten. Ich wollte auch mal. Immer alle anderen. Das hat mir zu, dass der nicht gehauen werden will. Sind wir wirklich ehrlich? Also du sagst auch oft Dinge, die im Nachhinein dann doch nicht so gemeint sind, wie du es eigentlich meintest. Ja, aber das ist ja nur das Sahneufchen. Dazu kommt ja noch... Das ist schon die ganze Zeit mit dem Anneg. Schon davor die Tage auch. Sahneäufchen. Den Engelspups. Ja, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr quatschen, anstatt sich gegenseitig irgendwelche Scheiße an den Kopf zu werfen. Und wie so eine, ich sag mal jetzt, Pussy einfach, du hast mich beleidigt, das hat mich dich beleidigt. Das hat doch nichts mit dem Bord. Gleich fäng ich dich kennen. Reiß dich zusammen, reiß Johnny zusammen und dann quatscht einfach. Ja, du fühlst dich nicht für ernst genommen. Oder? Na okay. Das ist ein bisschen dumm zu sagen. Ich stehe jetzt hier mit einer rosen Krawatte, ne? Ja, das bist du. Das sind zum Beispiel Dinge... Hallo, du bist du gestehen, vielleicht. Du kannst in Terps nicht bleiben. Genau. Das schlug dir jemand an. Hallo? Ja, willkommen. Wenn du... Ich bin halt... Ich bin nicht so wie ihr. Ja, das musst du ja auch nicht sein, aber in dem richtigen Moment musst du dich halt ein bisschen zusammenreißen. Wir haben halt Spaß, warum auch nicht? Ja, ist doch okay. Das sag ich auch nicht, dass du keinen Spaß haben darfst. Nein, das meine ich jetzt wegen, weil Johnny mich nicht ernst nimmt. Ach so, ja. Ja, das haben wir doch aber auch. Wir fahren auch mit, weiß ich nicht, was rum. schminkt. Oh, scheiße. Ja, aber nicht irgendjemand, der den Badeweister und Co. ernst nimmt. Jeder ist behindert geschminkt, jeder ist behindert gekleidet. Sind wir? Ja, aber zu dem willst du das nicht sagen. Also ich kann dir sagen, der Büchse vom Lostenort, der würde mich schon ernst nehmen. Aber wer ist denn Büchseherdschummel da? Ja, mit denen haben wir gerade ein bisschen Stress. Zieh die Kutter aus. Die Kutter aus. Die Kutter aus. Ich bin der Büchsener. Ja, was wollt ihr? Kennst du den nicht? Der hat so eine ganz tiefe Stimme. Der stand mal im Park. Der hat mir damit gedroht, dass er mich unter die Erde bringen will. Ja. Der ist Kettenraucher. Ich habe Angst vor dem. Warte, muss das so ein Rucker mit ganz tiefer Stimme? Ja. Der hat den Rücken schon beladet. Oh mein Gott. Der muss das Luftloch immer zuhalten, wenn er redet. Das ist nicht lustig. Das ist aber so. Ja, aber trotzdem. Ich kann doch nichts dafür, dass er das hat, aber das ist halt so. Vielleicht ist der geboren. Meinst du, der geboren? Ja. Warum wir stehen geblieben? Genau. Du reißt dich zusammen. Johnny reißt dich zusammen. Du fährst ja jetzt hin. Quatsch mit denen. Nein, ich fahr den nicht hin. Wie? Du fährst ja nicht hin? Doch. Nö. Geht da hin. Quatsch mit ihm. Wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du halt wieder. Dann ist es halt so. Aber jetzt die ganze Zeit fern zu bleiben ist auch... Was soll denn heißen, wenn mir das nicht gefällt? Alle wollen nach Hause. Ja, dann kommt doch nach Hause. Dann komm nach Hause. Ich hab dir schon damals gesagt, als ich dich bei Cody's getroffen. Außer ich. Dass das, was der Önkel gesagt hat, das war, weil er sauer war und dass es nicht ernst gemeint war. Ihr hättet jederzeit nach Hause kommen können. Ihr hättet nie woanders schlafen müssen. Das ist halt wieder eskaliert. Warum schreiben die einem eine SMS? Weiß ich auch nicht. Wie viel steht's? Ich weiß, keine Ahnung. Ich bin nicht so gut. Können wir überfallen. Ich glaube auch. Ich habe gerade drei verschiedene Leute angerufen und haben gesagt, wenn wir zurückkommen, sind wir kein Hund. Ja, ich komme. Ihr fehlt. Das sage ich euch. Ja, bis gleich. Deshalb höre ich jetzt noch zum ersten Mal Bilder von dem Moe. Was? Wir fahren jetzt zum Park, und da kann es sein, dass er gleich eine Schießerei gibt. Oh geil, ich hab die ganze Zeit was zu tun. Wir fahren jetzt zum Park, und kann es sein, dass er gleich eine Schießerei gibt. Zum Park. Entweder haltet ihr euch fern, ja. Entweder haltet ihr euch fern, oder ihr kommt auch, und macht auch was. Wir besprechen, dass es eine Roping-Runde ist. Macht das. Das Brettchen verteilen, Bruder. Ich bin bereit. Wenn ich jetzt wieder hingehe, dann werbe ich alles, was gesagt wird. Der Brettmann hat übrigens eine Postkarte geschrieben aus Dubai. Der hat gesagt, wir sollt euch wieder vertragen. Ja, ja, ja. Dubai? Das ist voll weit weg, ne? Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, ne? Ihr müsst nicht hierbleiben. Hat ihr gesagt, ich steh hinter dir. Diese Welt sind nicht. In den Raum. Weil ich weiß kann, ich bin weiß nicht. Die Sachen, okay. Du musst ihm halt eine Kopfnuss geben. Okay. Die gehen dahin und verteidigen uns, okay. Cool. Aber die Sachen sind halt trotzdem nicht geklärt. Erstens, dass der sowas gesagt hat. Und zweitens, dass der immer aufs Bus tut, weil der, weil der mich anscheinend nicht ernst nimmt. Ich muss, keine Ahnung. Ich sag doch, du musst den Box hören oder so. Ja, das kannst du ja danach machen, dann ist der angeschossen. Dann gewinnt es auf jeden Fall. Okay, ich hab einen Vorschlag. Müsst euch mal so richtig raufen. Wir halten uns in Nähe von Park auf und wenn du das Gewitter hörst, dann entscheidet dein Herz. Du musst auf dein Herz hören. Und dein Robbenfinger. Hör auf dein Herz. Wir müssen mitmachen. Aber ich geh nicht zum Park. Nein, nur in der Nähe. Genau, wenn ein Gewitter kommt, dann hörst du auf dein Herz. In einem coolen Park de Porno. Ja. Ja, bei den Anwälten. Lass mal da chillen. Genau da. Das ist so schwer gerade, Alter, ohne Witz. Jedes Mal. Die Scheiben. Vor allem ist das doch so schwer, weil ich die letzten Tage einfach nicht da war. Weil ich nicht so viel zocken konnte. Sonst wäre viel mehr bis jetzt passiert. Das ist so schwer. Ja, Nitro, ich rede gerade auch ein bisschen mit mir selber so. Ich finde das echt schwer gerade, also in meiner Position. Ja, Hallo, BT. Wir gehen jetzt rechts von Junkie Park zum Brunnen, wo Anwälte wohnen. Also gehen, arbeiten in Gebäude. Also ein Block weiter. Du kannst uns nicht verfehlen. Ja, Oberleks habe ich gesagt. Da ist wo das Hogwarts-Gebäude ist. Da ist wo das Hogwarts-Gebäude. aber das ist eine interne Sache. Das ist so zwischen mir und Johnny. Damit haben die anderen Leute ja gar nichts zu tun. Also Finn und die ganzen. Das ist nur zwischen mir und Johnny. Aber mir fällt nichts Gutes ein, wie ich den bestrafen könnte. Oder dem quasi so mehr P zeigen könnte. So, ne? Jetzt verdammt nochmal, nimmst du mich ernst, du Wichser. So, das irgendwie, das ist halt Charakter-Progression. Wenn ich jetzt einfach wieder so hingehe, wäre das erstens, also so hingehen und tue, als wäre das nichts gewesen, wäre das erstens in meinen Augen eine lame Story. Und zweitens hätte der Charakter dadurch nichts gelernt. Ja, sogar im Negativen. Weil der halt nachgibt. Ja, ich bin ja auch da, wenn er nicht Stress gibt, sonst würde ich ja jetzt nicht hier hinfahren. Und mich jetzt hier hinstellen oder so. Der soll deine Füße kissen. Ja, das, das habe ich ja noch mit dem Hinterkopf, ne? Aber ich glaube, ich komme nicht da drumherum, dem in die Fresse zu holen oder so. Ich muss. So wirst du nicht verlieren. Hier ist jetzt unser Tag. Ich verstehe sowieso nicht, warum mir keiner chillt, ne? Wir jetzt, unser Gebiet. Warte mal, was soll passieren vielleicht? Kann nattern. Boah, aber ich bin immer nur angeschlagen ein bisschen. Fühle mich nicht so fett. Was hat der da für ein Problem? Oh, der. Ja, das ist Beatty. Achso. Ah, Scamport. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Scamport. Der Kickflip gemacht. Ne, Oma, es ist schon okay, Oma. Es ist schon okay. Die eine Sache, die der Dings gerade geschrieben hat, von wegen rumgewichst und so, das ist, ich weiß nicht, ob man das hätte bannen sollen, aber das ist, ja, ist so 50-50. Das ist halt wieder jemand, der das nicht verstanden hat, so, dass ich das hier meinen RP zock und nicht und darauf achte, was passiert und darauf reagiere und nicht wie er das möchte. Ja, ne? Hast du gefragt? Gar nicht. Wow. Wait. Ne, die Charakterprogression muss nicht forcieren, aber das ist halt der ideale Moment dafür, finde ich. Und soll gleich jemand kommen? Weiß nicht, frag Bademeister nochmal. Hippu. Der ist schon nur Folge, Bruder, da hast du recht, aber das musst du noch mehr scheppern, finde ich. Ja, ich habe gerade eine Frage zur Abklärungstechnik. mich aufgeregt hat und tut, wegen seinem OG-Gehabe. Was sollte jetzt passieren? Wallah, du hast dich verändert. Boah, der darfst du verraten auf einmal her. Was geht? Wo ist denn dein Skrappold? Ah, meinen Rücken, siehst du doch. Ah. Das ist mein Kleines. Ja. Ich habe auch keine Füße. Ah, kann sein, dass ich mit Röcker komme. Was, Bretterei? Also kommt keiner. Okay. Dann auf zu Cody's. Die kommen eh nicht. Genau deswegen, ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll oder nicht. Ja? Okay. Gut. Geh mich weiter. Alter. Hattest du Respekt eigentlich für uns, als wir so standen? Nur von mir? Weil mein Krawatte locker ist, ne? Äh, meine auch. Meine ist viel lockerer. Ich bin der vernünftigste Randaler. Du hast eine Krawatte? Das ist nicht ein Fleck. Ja, das macht so schnell. Das ist ein Fleckfleck. Okay. Lass uns so Fleck auf oder was? Hast du ein Problem mit dem Wumpel? Ach so, nicht hier. Nein, nein, Alter. So ein Wumpel, ich will mein Fahrrad haben. Das passt gut. Das nimm mich auch. Ja, und jetzt verpupp dich. Boah, hat sogar eine Klingel. Geht der Trafo? Oho. Ab zum Klamottenladen. Ja, genau. Ja, guck dich mal an. Ich hab kein Geld auf Konzo. Was? Du hast kein Geld im Leben. Du bist ein Bull. Hä, du hast doch wohl Geld für Klamotten. Ja, aber die sind doch bestimmt mega teuer, die Klamotten sind doch. Hä, wir sind doch kein Fashion Gang. Ja. Das macht Mila mal, wenn die im Bett liegt und Hunger hat. Das ist so nicht wahr. Futter mich mit Trauben. Das ist die Textglocke. Wird ihr da in einem abgeschlossenen Kühlschrank? Biti, komm, du baust Gangfarbe. Komm, komm. Wenn ihr zu Kodis geht, könnt ihr sagen, ich hab Werbung gemacht, dann krieg ich Geld. Okay. Nee. Davon gehst du die Gangklamotten. Wie fühlt sich das eigentlich an, gegen mich verloren zu haben, Biti? Ich hab dich aus dem Leben geklatscht. Ja, das ist gut, wie gesagt. Das ist gut. Du musst mich noch trainieren. Ja, aber du bist doch besser jetzt. Du hast mich schon angeschlagen. Ja, aber ich brauch einen Sandsack. Ich muss mich irgendwo aufstoben. Ich bin gerne dein Sandsack. Mila hat mir schon gedroht, dass sie mich anzeigt. Warum? Wenn ich die weiterverkloppe. Ciao. Abo. Ach so, Giphy ist noch im Junkiepark, der wollte auch irgendwie irgendwas. Wir gehen jetzt eh zu Kodis, dann sag ich ihm Bescheid. Wer hat entschieden, dass wir zu Kodis gehen, weil Jogi. Aber ich hab das knallt, glaube ich. Nee. Was, hier knallt? Also es kann jeden Moment knallen. Immer. Abo. Sagt er. Zeit bereit. Dann hol ich mir kurz ne Flag. Mach den. Kann mir jemand mit den Namen helfen? Einfach eine lässige Krawatte holen. Pinke Krawatte? Bist du dumm oder so? Und grüne Klamaten. Guckst du dir an. Genau. Wir sind grün-pink, ja. Siehst du? Gang. Einfach die rosa lässige Krawatte. Was? Gib dem Jungen seinen Haar erlauben. Ich bin Dibo. Du kriegst den Fahrrad nicht. Der braucht das. Ja, und jetzt lauf. Nein, okay, ganz einfach, Digga. Nein, jetzt reicht mir. Es reicht mir. Blieb kleiner Schmetterling. Und trink mal einen Schluck Water. Deine Stimme, kratzig. Ja, Watermelon. Gehen, gehen. Oh, der kommt da hinten. Der geht schon. Der kommt und geht. Kommt und geht. Alles, alles. Nimm deinen Fahrrad und verschwinde. Du kommst danach zu Cody's. Mit Flag. Genau, mit Flag. Und du musst das in die Gangkasse einzahlen. Genau. Warum seid ihr jetzt so? Na gut. Harte Zeit. Wir alle müssen. Ja, nur. Der und sein scheiß Skateboard, ne? Der ist Pro. Aber was denn gleich knallt? Ey, die sagen, es kann jeden Moment knallen. So immer. So immer, immer. Das heißt, wir können jetzt... Ja, immer. Und immer. Und immer. Ey, wir können jetzt bis 0 Uhr hier stehen und warten, dass irgendwas passiert. Und immer. Aber wenn die sagen, die haben schon die zwei gestern weggeballert, dann tauen die sich doch eh nicht einzeln hierher. Und wir auch, haben die schon gesagt, oh, da kommt bestimmt gleich jemand, machbar und machbar. Auto, auto, auto. Pass auf. Auf die Dächer. Oh nein, die Schleckchen schon wappen. Lass schießen lieber. 96 gestorben. Da ist einer bei 96 gestorben. Ah. Littau, nice. 69 ist nicht gut. Schmeckt nicht, ne? Hat man zu viel Arsch im Gesicht. Was für Arschnasen. Hast du auch schon mal am Bullock geworfen. Was wollt ihr denn? Wollt ihr Bilder mit Juni und so? Also als OG der Waufen Gang, würde ich sagen... Du haust dem auf die Schnauze. Damit er wieder klarkommt. Wir tragen auf jeden Fall Farbe weiter. Nur zur Sicherheit. Genau. Und dann... Man kann gucken. Aber ihr habt doch gar keine Ärger mit denen. Sag doch mal wirklich jetzt. Wir können ja hin zurück. Also wir haben keine Ärger. Aber auch ein bisschen Aua. In Herzen. Jeff K., kannst du bitte was sagen? Das war nicht cool, was die gemacht haben. Aber das weiß Jack auch. Was Juni gemacht hat. Ja, was Jack gemacht hat, weißt du auch, dass es nicht cool war. Und dass Johnny da geplatzt ist, war auch scheiße. Ja. Also ich kann verstehen, dass man... Dass man wütend ist oder so. Aber man soll schon irgendwie... Also sowas droppen ist halt Hardcore. Hardcore Shit. Und deswegen musst du dem einen auf die Schnauze hauen. Damit er wieder nachkommt. Du kannst sagen, du willst, dass er dich entschuldigt. Aber ich denke auch jetzt so... Ich denke, er hat eh schon daraus gelernt. So. Dass dir nicht alles gefallen ist. Ja, das ist normal. Will dieses Fahrrad küssen. Aber ich rede auch gerne mit euch. Vielleicht könnt ihr es ihm weitergeben. Irgendwann mal, wenn er zuhört. Wann hört denn der immer so zu? Keine Ahnung. Du musst achten, wenn er aufhört zu schielen. Ich hab den noch nie ohne schielen gesehen. Ja, aber er schielt jetzt nach links und rechts. Und irgendwann wird er so... Wenn sich... Weißt du? Augen wieder treffen. Und dann hört er zu. Boah, wenn sich die Strahlen kreuzen, ne? Ja, genau. Richtig, richtig. Das ist wie auf Herrentoilette. Aua. Ich hab Hunger an meinem Bauch. Ja, geh doch zu Cody's. Geh doch zu Netto. Geh zu Cody's. Bring mir was mit. Boah, erst mal zu Penny. Wohin gehst du denn? Ich bleib hier, warte. Ja, der bleibt hier jetzt noch bis 0 Uhr stehen. Und warte. Und selbst wenn. Vibe. Okay. Raupengang-Formation. Mila. Demba. Ja? Wenn ich dich einrufe, ne? Da vorne Penny. Ich ruf dich nur an, wenn was passiert. Da vorne Penny. Hallo, hörte mich zu. Ja, ich bin doch zu. Wenn ich Demba einrufe oder jüpfe dich, dann ruf ich nur an, weil was passiert ist. Dann müsst ihr sofort herkommen. Okay. Ja. Da muss ich nicht mal rangehen, ne? Ich muss dir ein bisschen nachdenken. Verstanden, Sir. Und nimm das Fahrradmild. Gib mir das heim. Bring mir was mit von Cody's. Nee. Wollt ihr selber was? Gib mir das heim. Schmarotzer. Raupe für immer. Ja, und jetzt kuss. Kiss mich. Nein, Mann, Spaß. Boah. Das ist schwer für mich. Hü. Ja, Chat, ihr braucht mir keine Dingernschlüssel geben. Ich mach das eben, wie ich das für richtig halte. Nur momentan, weil es dem Vergehen ist. Aufliegt da keiner. Boah, vielleicht kommen mir keine Kuppers hoch. Hehehe. Hu. Ja. 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 Bist du überhaupt gegen eine Waffe voll? Ich gebe dir einen Tipp, heirate Chep. Du bist Chep, Junge. Geh weg. Ich glaube, von hier oben hat mich der Hecker letztens abgeknallt. Ich bin mir sicher. Boah, und ich habe Grün haben wegen der Ropen gehen, Alter. Die haben Dämmer erfunden. Hallo, Bümperli. Äh, wo? War das jetzt wirklich ein Hecker? Wer denn, der mich abgeknallt hat? Ja. Grün steht mir, ne? Ich muss halt echt darüber nachdenken. Vielleicht gebe ich mich damit zufrieden, dass ich sage, okay, ist alles cool. Den hat vom Kopf werfen mit dem Wurfendealer, dass ich mich darum gekümmert habe, um alles. Und den dann in die Fresse hau. Okay. Denkst du, dass die anderen zurück... Ja klar, wollen die zurück, Mann. Keiner hat da Bock drauf. Hörst du das schon im EP? Keiner hat Bock da drauf. Hallo, Tabasco-Dude. Und Taste My Blood, Dankeschön für den Prime Sub. Und Flunsch, Dankeschön für den Prime Zweiten. Dan Mac, Dankeschön für den Prime Achtzehnten. Pentagon, Dankeschön für den WeSappen Einsensten. ProAim, Dankeschön für den Prime Vierenten. Und Slayro, Dankeschön für den WeSappen Siebten. Hallo, Slavik. Du hast nichts verpasst, aus der Johnny mich angerufen hat und das klären will. Ja, Stig Diller, das ist halt eine Sache und das weiß ich halt nicht, ne? Inwiefern die das aufnehmen mit dem Waffentyp, dass ich mich komplett allein drum gekümmert hab. Wir werden sehen. Das wird sich auf jeden Fall, glaub ich, heute entscheiden noch. Ja, heute ist gut. Dodos, bei uns gibt's quasi keinen Gang. Es gibt keinen OG und so. Das ist keine Gang. Da hat jeder das gleiche Recht sozusagen, irgendwas zu sagen oder zu befehlen. Nur Johnny wird ein bisschen mehr gehört einfach. Keine Ahnung. Hat sich so etabliert. Schade mal, ein ganz neues RP vorbei. Ich hab gesagt, ich reagier da drauf, was im RP passiert. Oder was ich selber mach, ne? Ist das nicht so? Piu, 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 Piu. Pff. Pff. Vielen Dank. Boah, ich hab gar keinen Bock, hierzuwarten. Hallo, der Egon-Man. Ja, heißt, ich versuche immer, irgendwie was Neues reinzubringen, so. Es gab ja den Charakter, der dumm war, aber auf schlau, also auf dumm getan hat, aber schlau war. Dann gab's diesen, der komplett dumm war. Diesmal bin ich nicht dumm. Es war keine großartige Charakterentwicklung. Aber so ein paar kleine Details werden immer mal geändert. Kann man denn so eine noble, geile Villa in Weinbott wieder gegen das Dreck so ein paar klauschen? Das heißt ja nicht, dass ich die Villa nicht trotzdem haben will. Die hole ich mir. Ganz egal, ob ich im Park chill oder nicht. Oder mit der Momila und so unterwegs bin. Die Villa hole ich mir auf jeden Fall. Aber sowas von auf jeden, Junge. Meras, Dankeschön für den Primum 19. Und Lord Ravnix, Dankeschön für den Primum 20. Und Reloaded Dave, Dankeschön für fünf Gifte Zabs. Ja, klar, JC, natürlich. Ich hoffe, ob wir diese Insel vom Dings irgendwie auf AP-Sauber bekommen. Ich hoffe, ob wir diese Insel vom Dings. Ja, das ist Fahrrad. Danke. Habt ihr mir was bestellt? Warst du mit Fahrrad hier rein? Wollt nicht absteigen. Ich habe auch Hunger. Fahr doch hinterm Tresen und sag ihm das. Die Rauben steigen immer nach oben. Niemals absteigen. Ja. Bedienung. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ey, kann Fahrräder müssen raus, sorry. Das ist ja unverständlich. Warum? Alter, Junge. Kannst du mir was mitbestellen? Ja. Was denn? Mila weiß, was ich will. Genau, Mila. Genau. Was willst du denn? Ach, du hast den Witz nicht verstanden. Du hast dich so in die Theke gelehnt. Ja, ich ja. Du weißt genau, was sie essen will. 20 Packung Ketchup. Nimm meinen Hintern aus dem Spiel. Nein, ich bin Cheeseburger. Cheeseburger. Und Chuck Jack. Und Chuck Jack. Bleib still, du Verbrecher. Ohne Bootwitsch. Ah, Bruder, Unity soll mal Boote reinbringen dann. Aber wäre schon fett. Boah, so eine Insel, nur wo man... So eine Insel. Und nur da kann man irgendwie illegal Drogen machen. Das wäre fett. Katze ist... Die schläft auf dem Bett. Die hat mir vorhin aus meinem neuen Hoodie das Seilding da rausgezogen. Und damit rumgespielt. Und ne Tauchschule oben links. Ist wirklich schwer für mich, Chuck, grad. Ehrlich. Ich weiß, dass viele das vielleicht anders sehen dann und sagen, ja, du hast so und so gesagt, dann so und so. Aber das ist immer mal was anderes, wenn man das selber spielt. Genau wie bei Phasmo. Boah, die Wolken sehen dick aus. Reloaded, Dave. Dankeschön für 200 Bits, Bruder. Du musst auf dein Herz sagen. Ja, ich mach das schon irgendwie. Ganz egal eigentlich, für was ich mich entscheide. Ob es das geht weiter. Was ich dabei erstaunlich finde, ist, dass obwohl die Gruppe sich quasi gespalten hat, fast, dass immer noch keiner kommt. Und die Pisser da mal wegballert da hinten. Kannst du dich mal auf ein Rad mit dem Ding fahren? Ich weiß nur eine Sache. Ich will auf jeden Fall dieses Villengelände. Piraten-RP wäre auch geil, ne? Auf der Insel. Warum bist du so? Oh, Cody kommt. Haha. Jetzt gibt's Ärger. So ein bisschen wie beim Rauchen früher, ne? Geh. Mama kommt. Und dann fährt du weiter zurück. Pass auf, das ist eine Straße, nicht, dass du überfahren bist. Ich wollte nicht mit dem Fahrrad da rein. Ich hab das extra gemacht. Hast du das extra gemacht? Ich wollte nicht mit dem Fahrrad da rein. Ich hab's extra gemacht. Ja, weil du ein böser Mensch bist. Guck mal, ich hab meine Klingel. Oh. Warte. Nimm mal den Finger hoch. Okay. Guck mal, mein Bizeps. Guck mal, jetzt hast du eine Klingel. Oh, Deckel, die klingelt gar nicht mehr. Oha. So, wer hat noch nicht bestellt und wer möchte noch mal? Ich will noch was. Oh, bitte. Der Will ist im Urlaub. Oh, ey. Tschüss bei uns. Ohne Klingel bin ich das nicht fahren. Ähm, die hier da hinten. Ohne Klingel bin ich das nicht fahren. Ohne Klingel darfst du nicht fahren, ja. Ich hab das in die Ecke gestellt. Du kriegst deinen Klingeldeckel wieder und dafür splitt das Fahrrad draußen. Nö. Ich klau ein neues und schmeiß eine Sau hier rein. Dann bist du nicht mehr Codys der Burgermacher, sondern Codys der Klingelsbild. Ja, auf die Fresse, in die Fresse. Codys. Was? Was? Das ist mein neuer Slogan. Was soll ich machen? Warum? Du schießt ja gar nicht mehr. Schießt auch gar nicht. Hab ich nicht. Ein Choco-Shake nur. Und zweimal. Du zahlst alles, ne? Hab ich schon gesagt. Ein Cheeseburger nur. Ja. Du hast gesagt, ein Cheeseburger und ein Choco-Chick. Aber ich wollte mal zweimal haben. Hey, das schadet auch den Bäuchlein nicht. Ich nehm jetzt mein Fahrrad. Und dann... Ja. Nein. 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 Das ist mein Fahrrad. Und die Klingel geht nicht mehr. Geh runter. Geh du doch runter. Das ist mein Fahrrad. Ach ja. Du fährst immer nur ohne Sattel. Gar nicht. Wow. Geh perr. Abschlag. Untreu. Nee. Geh perr. Abgezogen. Ich würde das für ein Entgelt wieder abgeben. Wie viel? Ähm... 500. Da. Jetzt ge perr. Gar nicht. Da. Geh perr. Das sind 10 Dollar. Nein, das sind 500 Dollar. Gar nicht wahr. Na klar. Steh vom Fahrrad auf. Bück dich und guck. Ich weiß, du willst mir nur auf den Popo gucken. Oder das Fahrrad klauen. Ehrlich gesagt bin ich völlig sicher, was du... Wähl du noch. Ach ja, versprichst du? Wallabilla. Mit kleinen Fingerschuh. Was? Mach kleinen Fingerschuh. Okay. Ha. Hab die Arme kreuzt. Hey, das ist 10. Geh. Stehen bleiben. Keine geweit am Arbeitsplatz. Ja, schafft man. Gangster. Das ist nicht mein Arbeitsplatz. Das sagst du. Geht weg oder ich mach euch Platten in die Kette. Was bist du jetzt? Oha. Das geh ich petten. Oder 500.000 Dollar. War zu lernen. Wollt ihr ein Duplo? Nee, danke. Nettes Auto. Dankeschön. Netzes Fahrrad. Ist das ein Penisvergrößerung? Wenn ihr davon noch eins wollt, dann geht's frisch aus. Ja, wir wollen die Drogen kaufen. Was? Wir sind die Ropen Gang. Wir sind die Ropen Gang. Machen die Stressgesenken. Ja, die wollen einen Brettchen haben. Gang Gang. Der hatte nur Schrot für den Dinner. Ich glaub, ihr solltet euch beziehen. Ja, ich glaub, ihr solltet euch beziehen. Ich glaub, ihr solltet nicht sagen, sie sollen wegen Drogen kaufen. Wenn ihr Drogen verkauft, verpatscht ihr das im Jungle Park. Okay, macht doch. Ich verkaufe keine. Für 500 Dollar geht hin und knallt ihr ab. Wir haben Krieg mit denen. Wir haben Krieg mit denen. Weil wir nehmen das Drogen-Schöpf-Dienst an uns. Uff. Ich glaub, ihr gewinnt. Na klar gewinnen wir das zum Vögel Lutscher. Green Pink Forever, man. Die kriegen gar nichts. Ja, Green Pink Motherfucker. Green Pink Bitches. Ich bin hier unsere Flag. Ja, mal zeig deinen Schwanz. Wollt ihr jetzt sagen, wo ist denn eure Flag? Na, die Kavate. Die Kavate. Warte. Steht euch. Ja, oder? Vollteil. Wo ist denn da ein Mädchen im Auto? Hinten. Hinten drauf. Ach, ich dachte, das wäre ein Mann. Oha. Ja, ich seh das noch nicht von hier so. Ja, krass, das würde ich mir Gedanken machen. Wie Wolfgang. Mozart, der ist so geboren. Geboren. Mit langen Haaren. Oh, Skateboard. Krass, der ist hier. Skateboard. Der ist wie Tony Hawk, ne? Krass, der ist. Ja, richtiger Schwanz, Deutscher. Und wie viele Krawatten Gangster gibt es? Einer. Okay. Warn sich. Also ihr müsst euch schon einigen. Einer sagt einen und die andere vier. Der mal juckt das? Ja, bisschen. Wir sind alle OG. Ah, okay. Gang, gang. Wo ist Pink, Bitty? Wo ist deine Flag, du Trottel? Achso, meine Flag. Genau, wo ist deine Flag, du Trottel? Achso, hier, hier. Das gibt einen Bloodout. Das ist der Runner. Das ist der Runner. Hallo, das ist, weil ich Runner bin. Du Vollidiot. Ich bin Runner, deswegen. Bei uns gibt es keinen Runner, wir sind alle OG. Ja, wir sind alle OG, du Idiot. Hure! Auch da mag ich, wenn du reinkommst. Da hat jemand mit dem Fahrrad auf euer Auto geschmissen. Da, der alter war das. Was? Der hat das Fahrrad auf euer Auto geschmissen. Die Typen, die am Auto verkaufen Drogen. Sie wissen, dass man da durchschauen kann. Was? Sie wissen, dass man da durchschauen kann. Ja. Ich hab auch mit Ihnen gewählt. Und dass sie gerade auf dem Fahrrad... Ach, durchschauen? Ja. Das war ich nicht. Nein. Mein Fahrrad hat Stützräder. Ja, ich komm mal mit rein, ja? Was? Hier draußen ist so laut. Mein Fahrrad hat Stützräder. Wo ist das Fahrrad hin? Jemand hat's geklaut. Oh. Oh, war das Ihr Fahrrad? Ja. Dann finden die sich an? Das ist auch eine Gang. Auch eine Gang? Dann mal nimm die Hande weg. Nein, juckt. Dann musst du in ein Krankenhaus. Also nicht gut, wenn's da unten juckt. Nur wegen Neuwuchs. Wegen Neuwuchs? Ja. Ja, der hat mit Glätteisen geglättet. Ja. Naja. Drei Wetter-Tafau-Bisschen. Genau. Wohlkleber aus der Dose. Ja. Wir schnüffeln, uhu. Wir sind die Rampeln. Genau. Haben Sie das schon mal von uns gehört? Nee. Wir sind Kaminalle. Bald, weil wir wollen bald die Bank überfallen. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Wir wissen aber nur nicht, welche Parkbank. Oh, da wird geschossen. Wo? Das ist nur geschossen. Da wollen wir mal einen Schuss oder einen Knaller. Schürz? Und die gekocht? Sind sie mit zwei Frauen und für die Streifen im Auto? Ach, du heilige Bim-Bim. Ja. Das hat goldene los. Vielen, vielen Dank. Ach, du heilige Scheiße. Kann er sehen? Deshalb haben sie so rau Haar, ne? Ja. Die tun mir leid. Ja, der hatte ja vorher schon. Weil so zwei Trinken. Dankeschön. Riech mal an meinem Finger. Oh, Gott. Wir müssen los, ne? Ja. Habt ihr was zu tun? Ich wollte eigentlich gerade Chickenburger essen, aber irgendwie. Ich hab noch eins übrig. Kann ich mal vorne sitzen? Nee. Ja, verschwindet aus unserem Turf. Hier ist Gangland. Sonst gibt's, wie heißt das? Brettchen. Brettchen. Gingin. Ja, schönen Abend noch. Da wurde schon wieder geschossen. Ja, kümmer dich mal drum. Genau, macht schweck, sonst gibt's ein Brett. Beficken euch. Yeah. Ein Bobbengäusel. Komm rund. Da wurde schon wieder geschossen. Hast du gesehen, wie... Ich hab das Fahrerlof das Auto geworfen. Ja, ich hab das gesehen. Ich fand das geil. Und die hatten direkt Respekti. Ja. Jetzt kennen... Bleh. Bleh. Hallo? Wo ist Mila? Weiß nicht. Die stand doch geachtet. Die ist eingestiegen bei fremden Leute. Jetzt pass auf. Jetzt gibt's Ongi-Call. Bitti, was mit dir? Was ist eigentlich... Boah, stimmt eigentlich noch. Was steigst du in fremden Autos ein? Dann nehme ich euch ins Geilze. Mila hat die Link gerade entführt. Ja. Ja. Trocknet es auch so. Das hat Spaß gemacht. Ich will irgendwann... Lass uns das wiederholen. Ich bin irgendwann wieder Ongi-Geisel, ja? Okay, morgen ist 20 Uhr. Morgen ist 20 Uhr. Boah, ja, wenn ich das da reinkriege, immer... 20 Uhr eins, passt das besser? Das könnte schon besser klappen. Meinst du, du hast einen Kalender auf dem Handy? Du kannst nicht mehr erst mal schreiben, Lammel. Hallo, jetzt... Hör auf, ich wollte doch richtig hören. Ihr habt mal im Edding auf Display geschrieben, das zählt. Genau. Okay, 20 Uhr eins, genau hier. 20 Uhr eins, genau hier. Aber ist da nicht schon ein anderer Geiselnahme angesagt? Lasst mich nicht warten. Was? Ist da nicht Geiselnahme, Freitag? Oh, stimmt. Also ich wäre auch hier, dann könnte ich Geiseln. Was für ein Gang sei der? Warte, ich glaube, ich habe einen Kiesel im Stuhl. Im Stuhl, das ist nicht gut? Das ist nicht gut? Im Stuhl? Nee, du hast Stuhl gesagt. Ich habe Stuhl gesagt. Welche Gang Gang sei der? Gar keine. Doch ihr seid die eiskalten Hängchen. Oha, das ist unser neuer Name. Äh. Boah, sauber, Mila. Boah, Mila wieder voll abgequitzt. Ich war das nicht. Wir brauchen eine Verbindete. Ja, easy. Gib nochmal. Guck mal ein Jojo, damit fick ich. Oho. Und ich habe mal GoPros repariert. Damit habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen die letzten Tage. Wir gehen jetzt in einem Club mit Cody's Laden. Genau. Das werde ich sehen. Und danach kommen wir zu euch. 200 K, das knallt. In eurem Turf. Wo wohnt ihr? Warum so viel? Macht doch 200. Oder 200. Ist auch okay. Wo wohnt ihr? Ich hoffe, wir kriegen das aufgetrieben. Aber ganz schnell. Wir machen jetzt erst Cody's fertig. Sag mal, wo ihr wohnt. Ja, Weibut und hier unten. Ja. Okay. Ja, hier unten, das ist gut. Nein, wir bekommen eher aus, wo ihr wohnt. Wir haben Pilsroute. Ihr müsst alle da hochnehmen, die da sind. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. 20.01 Morgen. Was geht? Das geht noch gar nicht. 20.01 Morgen. Hi. Wer bist du? Den haben wir es gegeben, you wixer. Ihr seht wunderschön aus. John, warum bist du nicht im Park? Die Frage ist, warum siehst du noch nicht so aus? Wie soll ich in den Park? Ja, das kann doch jeden Moment knallen. Ich hab doch keine Zeit gehabt, mich umzuziehen. Ich wusste davon ja nichts. Das haben wir schon gesagt. Das Gang-Zeichen. Entweder du gehst da jetzt in den Park oder du ziehst die Flag an. Unser Flag. Unsere Flag. Unser Flag. Da können wir gleich eine pinke Krawatte holen. Teil der Crew. Teil des Schiffs. Und grün. One of us. Okay, pass auf. Ich mach ein grünes T-Shirt mit dem blauen Hemd, orange in der Hose und die pinke Krawatte. Das will ich sehen. Oji Rainbow. Warte, ich hol das Gang-Gang-Wagen und dann quatsch ich mit euch. Ich krieg das hin. Du hol das Gang-Gang-Wagen, dann wirst du verhört Mädchen. Wo den Geborenen? Ich geh mal wieder rüber. Ich muss mich umziehen gehen. Hab ich das Gefühl? Wenn wir alle zusammen spielen, dann brauchen wir mehr Autos. Das stimmt, ich hab nicht mehr Sitzel. Hallo, unterbrichst du Uji? Hi. Oh, es tut mir wahnsinnig leid. 20 Runden. Wo? Um uns. Die Pflanze hinter uns. Ascheplatz. Wo ist der? Was? Ja. Wir haben ein Angebot. Wo ist der, Mr. Oji? Wer bist du denn? Wir haben ein Angebot. Wir überfallen zusammen die Apotheke. Okay. Und wir machen Hälfte-Hälfte. Hm, okay. Komm. Du werf jetzt. Okay. Machen wir es so wie immer? Ähm, wer bist denn überhaupt? Ich, Leon. Du bist aber kein Managa, ne? Ach, ist ein Managa? Ja, also, au. Nee. Bist du sicher? Ja, ich bin Nachbar. Was bist du? Irgendwie haben die Tage irgendwie Leute vor mir Angst, wenn ich zu denen komme. Das feier ich. Du machst keiner Business, ne? Nee. Okay. Der hat übrigens keine Pilotenklamotten an. Ist so. Ich hab mir in den Jahr die so ein Vorbild genommen. Aber die haben zu. Haben die? Fuck. Bist du eh direkt wieder eingeknastet, Leon? Ich kann mit Ohrring aufbrechen. Ja, brech auf. Ja, brech auf. Ja. Gib dir uns einen Kuss darin, wie man das macht. Ja, mach'n. Ach so, falls die Kops fragen, ne? Das war der Ladenbesitzer. Okay. Der hat Stress geschoben. Ja, ja. Haben sie auf? Ja. Unterfall, gib mein Geld. Okay, Leute. Los. Der Winterchen-Tab. Alle tanzen. Wir machen ein Party hier. Wir rennen. Oh. Als ob ich tanzen könnte. Aber wir müssen tanzen, das ist unser Ausseh da. Okay. Unterfall, nimm all mein Geld. Mach die Kasse aus. Hüpfe. Hüpfe. Hättet doch nicht auf mich. Der zieht doch auf mich. Ach so. Huch. Alles gut. Ja gut. Ja dann. Ach so. Tanzt ihr? Ja. Okay, ich halte ihn hier in Schach. Matt. Jetzt hat er schon verloren. Fährt auf E5. Wir dürfen nichts machen, wenn wir tanzen, ne? Erst wenn du Stopp bist. Ist schon nett ohne Musik. Tanzmauer wirkt, die hauen schon ab. Hamadutia. Die haben voll Angst, ne? Die packen schon... Leck den Grinder weg! Die haben... Oh, ich höre Pilsäser hin. Oh oh. Die packen schon das Geld ein, obwohl die hinter einer Schutzdingsmauer stehen. Scheibe. Weste. Was jetzt? Mauer. Okay. Tschüss, Emlika. Schlaf gut. Ja. Ja. Oh. Ich hab die Mose. Sacka, das kriegt ihr niemand hin. Ich hab die... Du hast Schuhgröße 12. Gar nicht wahr. Deine Augen riechen gut. Dankeschön. Deine Ohren riechen gut. Hast du die Geburtzeit? Ja, ich hab die mir lecken lassen. Im Unicorn. Echt? Von wem? Ramon. Ramon? Ach so. Das war so deine Zeit, ja? Ja, Salame. Lack dir fehlt an die Kohle, du Wichser. Sonst komm ich wieder. Das ist unser Turf. Das ist unser Turf. Ich heiße übrigens Cody. Ich bin bei der Burger Bull hinten. Arbeite ich. Aber wenn du das nicht vergisst, warum kriegst du Stich? Was? Ja, mit dem Finger. Warum trägt die Frau Lila? Bist du ein Nappaskind? Nein. Woher weißt du, was ein Nappaskind ist? Gute Frage. Ich hab einfach mal dahin gesagt. Ja, lauf mal, Meta. Das war die Mäusepfanne, die hat zugeschnappt. Der Käse wurde ausgelegt. Direkt in der Brekkerei. Eigentlich drückt er keinen Alarmknopf, weil das Schutzgeld. Ja, das ist Bezahlung genug. Wir sind die Growth mit zwei O. Growth. Hier sind die Groove. Nein, wir sind die Raupe. Warte mal, einer. Von uns fehlt doch einer, ne? Ja, Demba, wo ist der? Sag doch nicht seinen Namen. Und warum sitzt der eine Typ im Auto? Weiß ich nicht. Der sucht ein Ladekabel. Im Kofferraum. Ja, der sucht sich erst mal im Kofferraum. Das ist kein Kofferraum, das ist eine Ladeklappe und eine Ladefläche. Das ist ein Kofferraum, das ist eine Ladeklappe und eine Ladefläche. Das ist ein Kofferraum. Deswegen fragte ich mich auch, warum denn das so ist. Alles klar. Was hast du gesagt? Warum hat das Auto sechs Reifen? Weiß ich nicht. Frag das Auto. Das ist ein sechsmal sechstes. Müsst ihr das dann nicht zu wildreifen haben? Das ist eine gute Frage. Mach schneller. Ich hab Hunger. Dass die mal so lang brauchen, mein Geld anpacken, ne? Ehrweg. Was? Ehrweg. Die brauchen Ehrweg. Ach so. Ich hab Ehrweg verstanden. Das, was wir im Trailer haben. Wenn du mal pupst. Ich pupse. Das ist ein Karschloch. Mädchen pupsen. Hat Jivke gesagt. Klar fuhr es dir mal. Ihr legt dich unter den Teppich und spielt das fliegende Teppich. Und hast du das Ladekabel auf der Ladefläche gefunden? Ja. So halt. Wieso halt. Und sonst so? Äh. Soll ich den Junkie-Pack angreifen? Ja. Ich hab schon die Gute an. Hast du ne Begründung dafür? Die Gute aus. Die Gute aus. Die haben mal den Fahrrad geklaut. Wow. Und das Polizei, ne? Gar nicht. Die haben Angst. Die sehen noch wieder ganz viele verschiedene Farben. Ich kann's auch machen. Lass alle in die selbe Richtung rennen. In welche? Lass alle nach Kodis reinrennen. Ja. Willst Kodis überfallen? Dann machen mir Geiselnahme wie die Kids. Kannst du's langsam? Null, die brauchen nimmer länger. Schneller. Wieso ist da jemand drin? Aber wir müssen einbrechen. Boah, die sind voll lahm. Weißt du, was ich mein? Was? Warum wir da einbrechen mussten? Ja. Ja, wir mussten denen beweisen, dass wir reinkommen können. Ich glaube. Was ist denn die Polizei? Weg. Verschulden. Die haben... Die gute Frau haben doch gar keinen Knopf. Hier gibt's noch einen Baumarkt in der Nähe. Ich brauche eh noch Gretter. Ja, David Street ist einer. Ich kann dir eins geben. Ich hab selber vier dabei. Aber die reichen, glaube ich, nicht. Oh, oh. Das sind kleine Cops. Ey, wir Viecher. Die Cops sammeln sich hier hinter dem Laden. Halt die Klappe. Du bist selber ein Viech. Du bist ein Viech. Gleich schnipps ich ein Puppe gegen deine Schuhscheibe. Pa. Na nix, Pa. Wir sind die Ropen. Die Ropen? Die Polizei sammelt sich. Die Ropen weg, Herr Erz. Alter, das ist der Pushtorio. Warte, soll ich mal einfach die Dillen nach hinten gehen? Guck mal einer. Ich geh mal gucken. Ich glaub, die haben Jeff Kamek genommen. Viel Spaß. Ach nee, da steht er. Das dauert so lange, wenn man mit dem Ausproben hat. Das ist der letzte Mal, dass ich mein Mann gesehen hab. Ja, es muss Verluste geben. Pass auf, da können die. Nimm die Hände hoch. Angewohnt, schnell. Okay. Ja, weiter geht's. Pack die Tüte schneller, wir müssen abhauen. Die Kuppers sind schon da. Aber die kommen nicht, weil die Angst haben. Schneller. Nein, nix, geh mir nirg mal leih. Schneller. Schneller, motherfucker. Oh my God, schindereo. Nani. Boah, der hinten kommt ja da angesteckt. Angesteckt. Der hat ein Skabot. Boah, der ist da drüber gesprungen, Skabot. Remember my name, ich bin Hilde. Wie tut der Zell? Ist da auch das ganze Klimpergeld drin? Na klar, kleine Du. Gepärm. Boah, Gott. Da kommen die Cops. In der Muster. Hilfe. Ähm, da waren nur zwei, ähm. Streitet euch. Nein, Nuno. Hihihihi. 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 Bestellt alles, alles auf meinen Nacken. Ich hab den Beinchen gestellt. Bestellt alles, ich zahle auch Rechnungen. Nein, ich hab Geld gefunden. Grün. Das Opa will die Bunker in Oma Jutta. Hi, Curtis. Ich bezahle euer Essen. Echt? Na klar. Mag dich. Hallo Oma Jutta. Aber zahl der Jutta nicht alles, sonst kriegt die wieder Durchfall. Warte mal kurz. Oma Jutta sagt noch mal was. Oma Jutta ist auch noch mal was. Wolltest du den? Wolltest du den? Sie hat es jetzt schon mal gewaschen. Peace, yo. Ey, yo. What up, Mila? What up? Wir haben gerade Geld geschenkt bekommen. Geld geschenkt? Einfach so? Ungefähr... ... ... ... ... 30.000 Dollar. Oh, wow. Bei der Frau. Bei der Frau in der Apotheke. Ja, die hat euch das gegeben. Die hat einfach den ganzen Sack eingepackt und mir gegeben. Oh. Nur nett gewesen. Einfach. Nein, die haben den Sack eingepackt, aber der will nicht sch... Alles oder heute? Cody? Ja? Was ist mit deinem Nacken? Du siehst halt aus dem Stier. Ich habe ja gerade Mist gebaut mit dem Fahrrad, ne? Ja. Ich zahle die Rechnung für alle. Für alle? Ich habe gerade Geld bekommen. Wieso hast du Geld bekommen? Die Frau in der Apotheke hat mir Geld gegeben. Oh. Einfach so. Ja, vielleicht weil bald Weihnachten ist. Vielleicht wollt ihr mal den Armen was spenden. Ich bin nicht arm. Und du machst voll den Samaritan-Move. Ich hab alle zum Essen ein. Ja, dann halt nicht. Mö, doch egal. Nö. Nö. Unser Koller. Alter, was bist du für eine Zicke, Kurt? Du bist eine Zicke. Ja. Guck mal, dann ist die Jutta... Macht den OG nicht an. Eure Raupe. Die bewegt sich schon manchmal wie eine Raupe. Ja, aber... Ja. Ich bin genauso behaart wie eine Raupe. Ja, warte, ich muss das Kurt mal in meinen Augen erklären. Das steht dann ernst. Wenn die Oma Jutta ihre Beine spreizt, klingt das so wie Kleidverschluss. Ja, das geht los. Ja, das geht los. Gott, ich hab jegliche Achtung verloren. Eieieieiei. Was hab ich da gerade gesagt, Alter? Was zum Teufel hab ich gerade gesagt? Tschüss, Moldibear. Und Delfcon. Guten Abend. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt hab, Alter. Hey. Hm? Werdet ihr heute wieder im Trailer? Hm. Vielleicht gleiche ich das nachher mit Joni. Boah, dann schleiche ich mich jetzt in die Leichenhalle. Oh. Gehst du schon nachher? Ja, das wäre jetzt der Plan. Boah, wir haben schon 22 Uhr. Ja, deswegen ja. Hm. Ja, schlaf ruhig zu Hause. Da muss mich Dämmler dahin fahren. Wie? Das ist um die Ecke. Das ist voll weit. Boah, du bist so ein Fettsack, ne? Ja. Schmetterlinge. Siehst du die? Das sind Motten. Das sind Schmetterlinge. Das sind Motten, das sind unsere Erzfeinde. Du bist ne Motte. Du bist ne Motte. Wenn du dich irgendwann kaputt hast, kommt da eine Motte raus. Wir respektieren... Wir respektieren... Geschmissen! Was? Bogen. Der Kerl, das hat schon erste Gangaktion gemacht. Was hat der denn gemacht? Fahrrad auf Polizeiauto geworfen. Echt? Hat der getroffen? Wir haben die Fahrt. Mutterhaube. Haben die nix gesagt? Doch, Tütertau. Okay. Bin weggerannt. Gut gemacht. Hochgepackt bei Milo. Was? 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 Ich hab nicht zugehört. Wann heiratet ihr? Wer? Du und du, Majota? Ja, weiß ich nicht. So, ich geh pennen, ihr Pisser. Schlaf gut. Wann heiratet ihr? Ich kann gleich wieder. Das verzögert sich erst mal. Warte, musst du mit Jet Kings wegbringen? Oh, ne Doppelhochzeit, leider. Achso, okay. Peace out, motherfucker. Ich komm gleich wieder. Warte dafür nicht. Äh, Doppelhochzeit wär doch schön. Können wir Geld sparen. Was, Placke? Was, Placke? Ich hab immer nur Hunger. Ja, dann sag mir doch, was es sein soll. Ja, ich hab schon fünf Mal was bestellt. Bei wem? Beim, den einen. Danju. Also, bestell nix bei Danju, ne? Der hätte gestern einfach sein Lörres rausgenommen und angefangen. Was? Ja. Achso, das hast du mir gestern schon mal erzählt. Ja. Danach hat er mir einen Burger damit gemacht. Hab ich gesagt, kannst du behalten? Hab ich den Skalik gegeben. Die hat den gegessen. Ja, die fand das lecker. Ja, das ist ja als Russisch. Okay, Kathef, schieß noch mal los, dann kümmere ich mich um deine Bestellung. Hm. Ich will ne Dose Rindy. Ein paar Hühnerknobbel. Okay. Hühnerknobbel kriegen wir hin. Und Cola. Und Cola. Okay. Easy. Hühnerknobbel und Cola. Hundefutter gibt's an der Tankstelle. Was? Hundefutter gibt's an der Tankstelle. Es geht ab. Ist Rindy nicht Hundefutter? Nein, ich schuld cheeseburger. Ach, cheeseburger. Eins, zwei, drei, fünf Millionen? Drei. Und drei Cola. Drei cheeseburger, drei Cola und Hühnerknobbel. Ja. Easy, auch drei? Wir haben jetzt einen Tailor. Easy, mach dir fertig. Da kuscheln wir immer zusammen. Was, was flackert hier? Flackert geht nix, Junge. Ja, und der JFK und der Demo. Ja, immer. Ja, doch. Aber bei mir im Spieleflack hat nix, hä? Ja, immer fast einmal tinken. Was ist das denn? Wird auch nicht weniger. Ja, in der OBS-Vorschau sehe ich das jetzt auch. Ja, aber das sieht auch nirgendwie niedlich aus. Ja. Ja, richtig. Aber warum flackert das nicht ingame? Hä? Ja, das... Stopp, stopp, bitte. Wo sind die Lutscher von eben? Weiß nicht. Wollt in die Brett? Wollt in die Stress? Ist so... Hast du Augen geschminkt? Na, warum? Weil du siehst aus wie Neandertaler. Warum? Weil du hast dunkle Augenhöhle. Was? Höhle. Höhle. Geboren. Du wurdest aber nicht geboren. Habt ihr es schon bestellt, ja? Warte mal. Ja. Ja, wir haben es schon bestellt. Jetzt haben die auch noch dein Bruder getroffen im Jogula, ne? Äh, was? Wien haben die was? Dein Bruder getroffen, Gyffy. Der wurde gerade angeschossen von den Rocker-Wixern. Jetzt raff dich mal. Wo? Oben im Norden. Die schießen wahllos in den Jogula rein. Hast du ja schon bei Demba und dir gemerkt. Haben die bei uns auch gerade gemacht. Die haben Gyffy getroffen am Armen. Jetzt raff dich mal, komm wieder. Jetzt raff dich mal. Und Nein, stütz dich nicht auf die Straße. Es gibt bestimmt Menschen, die dich lieb haben. Mich hat keiner lieb. Okay, dann stütz dich auf die Straße. Nein, tu das nicht. Dann habe ich ein schlechtes Gedächtnis, weil ich das gesagt habe. Okay. Nimm lieber Cola und kühl dich ab und komm und cool down und so. Und Schießbürger? Ja, es wäre dumm, sich jetzt auf die Straße zu werfen, weil da gibt es keinen Schießbürger mehr. Die brauchen noch einen Moment. Doch guckt mal oben das gelbe Schild. Also bei mir in der Vorschau flackert das auch. Aber warum? Weil Ingame flackert nix. Ja, die FPS sind gecapt. Auf neunzig. Naja, stört er jetzt nicht so krass. Bisschen Flackarino. Ich gucke später mal nach. Wenn das irgendwas mit der Grafik-Mod zu tun hätte, dann wird das bei mir im Spiel aufflackern. Das ist aber nur bei der Aufnahme. Hörtest du mich nicht mehr lieb? Doch, warum? Du hast mich gar nicht zurückgerufen. Ach ja, ich muss was klären. Alles gut. Hörtest du mich immer zu den ungünstigsten Zeitungen an. Ähm, ich wollte euch nur was fragen. Und zwar, ich war eben wegen meinem Motorrad an der Verwahrstelle. Und ich hab gesehen, dass der Ali hat den Ceburek abgeschleppt. Oh. Ja, nein. Ich bin unten im Park. Ist okay. Wollt ihr den noch haben oder? Den brauchen wir nicht. Braucht den nicht. Hast du noch den Schlüssel? Ja. Ja, wenn du, wenn ihr den nicht braucht. Deswegen frage ich. Ich wollte den auch erstmal da drin lassen. Falls ihr den irgendwie gebraucht hättet. Mach, ich guck kurz in meine Tasche. Da. Dankeschön. Ja, nicht dafür. Für euch bin ich immer da, okay? Und, äh, hast du morgen Abend schon was vor? Weiß noch nicht. Okay, weil an den Gärtanks, dieses Folder-Anwesen, da ist ein Box-Turnier, da will ich morgen mitmachen. Was? Was? Ah. Seid ihr die Lämmige oder was? Jetzt steht ihr alle an der Straße und wollt euch vor das Auto stürzen. Ja, wir machen aus deinem Laden Puff. Deswegen also die ganzen pinken Klemmerten. Herbert, das Respekt ist nur unser Flag. Ey, Cody, habt mal ein bisschen Respekt. Das sind die Routen. Hab ich gerade drinnen schon gesagt, ob wenn ich jetzt eine pinke Krawatte trage, dann werde ich nicht die ganze Stadt gejagt so. Und welche Straße habt ihr abgeschwärt? Alle. Alle. Ach so, okay. Cross the game. Uns gehört die ganze Hauszeit. Ganzes Hauszeit? Äh, bis auf Cody's. Das ist mein Terps. No, das gehört auch. Du zahlst jetzt Schutzgeld. Okay, 370, äh, 730 Dollar bitte. Okay. Äh. War ich denn jetzt? Stingen wir ihm? Bitte sehr. Ich dank dir fürs Schutzgeld. Danke. Dann darfst du auch im Cody's Chain. Nö. Du musst ja nicht. Darst aber. Hallo, Jutta. Naja, auf jeden Fall ist da mal ein Box-Turnier. Ja, aber diese komischen Volldassen, wie die heißen, das sind Schwanzlutscher. Also, okay, das heißt, du bist ja nicht. Voll die Idioten. Okay. Ich kenn die ja nicht, deswegen. Auf jeden Fall hab ich nur gehört, da kann man, äh, eine halbe Million gewinnen. 75.000 Startkapital und da ich ja mal bei den Faustkämpfern Kalk war und Risch war Trupp an, weißt du, und früher auch, äh, das kann ich dir jetzt unter vier Augen sagen, war mal beim FC bei der Hulli-Jens. Was? Ja. Bei, bei, Schleier-Trupp, verstehst du? Ach so. Ja. Ja. Die Nordkurve und so, verstehst du? Die Nordkurve? Ja, ja. Beim, beim Kölle? Ja. Beim FC Köln? Ja, ja, Nordkurve Oberrang. Da haben wir mal die Schalke mit, mit, mit Bierbechern beschmissen. Hättet ihr mal Schalen geworfen? Ja. Dann hätten wenigstens mal eine gewohlen. Genau. Hab ich, ey, du wirst grad lachen. Da waren letztens, ich dachte, das wäre ein Schalke-Fanklub, da sind so alles blau-weiße Autos vorgefahren, in, äh, in, am Würfelpark, ne? Ja. Und dann hab ich ganz laut gesungen, hab ich mich da hingestellt, da waren bestimmt 15 Mann, da hab ich mich hingestellt und hab gesungen, ein Leben lang, Ja, Paco ist da bei dem Folter. Okay. Folter. Ja. Was? Was? So bitte aufhören. Ja. Hör mal, wie kann ich denn jetzt noch mal die Jutta so ein bisschen erführen? Hast du noch mal so'n Tipp? Melkfett. Wat? Melkfett. Melkfett? Ja. Okay. Aber dann, ist doch auch gefährlich, oder? Ja, wenn du da reinpasst mit dem ganzen Oberkörper, dann kann gefällig werden. Was? So meinte ich das. Ach so. Ich meinte eben so, wenn man in der Lektion ist, dann rutscht man doch da runter, oder? Oh, das können, oh, das kann gefärblich werden. Aber, okay. Kauf doch Schmuck. Kauf einen Fuß, kein Schellen. Glaub ich muss raus. Ja, wird's halt, ne? Ja. Schon mal so spät. Ist schon spät, aber eigentlich wollte ich noch was machen mit der Jutta. Pah! Na, nicht so. Ihr seid alt, ihr dürft das nicht mehr. Na, natürlich, wir haben auch noch Bedürfnisse, außer dem ich 45 bin. Und da kommt so ein 30-jähriges Baby raus, wollte ich schon sein? Ja, ist doch super, dann hab ich endlich so'n kleinen Jupp. Ja. Ich hab ja hier genug Adoptivkinder. So'n eigenes, aber da kann ich ja hier, ich glaub, ich hab da unten alles zerstört. Ich glaub, die sind ja leckend mit dem Koldium. Echt? Soll ja auch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Da rutschen doch immer die Dritten raus mit dem Kürzen. Ja. Weil die kein U-U benutzt. Ey, da kommt ja auch kein U-U rein. Na klar. Äh. Ey, man muss das kleben. Da kommt doch hier dieses... Och, ne, ich weiß nicht, was du sagen willst. Geh weg. Geh weg. hoch auf zu schubsen, sonst gibt's die Bretter. Geh ich mich mit dem Raupen an. Wo, wo ist denn hier einer? Oh, ist das der Bar, dass sie beflöchern? Ja. Ist der Jax. Hast du dich mal umgezogen nach vier Monaten? Das hat er eh schon wieder vier Tage an. Jetzt reicht's. Das hat er schon wieder vier Tage an. Du weißt, an schwarzen Klamotten sieht man die Schweißflecke immer. Ja, richtig. Ja, da ist einer. Mach die Schweißle ausgedreht. wow. Aufpassen, wir sind Gang Gang. Gang Gang. Gang Gang, my fucker, my fucker. Ich meine mein Finger. Dann müssen die Menschen richtig machen. Warte mal. Was für richtig? Sagst du, es gibt's. Willst du sagen, wir haben kein Gang-Sein? Genau. Willst du sagen, wir haben kein Gang-Sein? Wir verjagen den Gang Gang. Was sieht das denn? Das ist so von 2019. Giffy, der hat deine Mütze berührt. Bitte, der Momil, da komm mal kurz. Okay. Ja. Lass mal kurz den Ruf im TÜV. Wenn der Ich hab mir nur das Fahrrad gekauft aus der Gegenkasse. Du am Mann, das war Nein, das war Spaß. Ich glaub, Bademeister hat mich grad angerufen und die haben gesagt, die haben auf Giffy geschossen. Warum? Warum haben die auf den geschossen? Der ist wohl in den Wulder vorbeigefahren. Ja, so meinst du jetzt die Rocker haben auf den Geschossen? Okay. Sollen wir Vergeltungsschlag machen? Ja. Gehen da hin, wir nehmen die auseinander. Ich glaub, das machen sagen wir extra, damit wir's machen. Die sind ja gar nicht mal so Raupeg wie wir. Und wir sind nur nur mit drei. Wie? Ja, Beatty ist nur Soldier. Ach ja, und Charlotte auch, oder wie die heißt. Was ist denn Charlotte? Die pink Jacke. Ach, ist das die letzte Mal weil du uns auf Raubzug warst? Ja. Ja, ja, Scarlett oder so. Johansson? Ja. Das schön wär's. Das wird meine O.G. Boah. Hat dich nicht bei uns geschlafen, weil du stinkt, ne? Genau. Das wird meine O.G. Boah. Das ist deine Old Lady. Old. Sind wir jetzt doch Rocker Ropen? Nein, Silikoda auch. Silikoda auch. Ja, was machen wir? Was denn mit Jifke? Der ist schon alt. Soll ich mal Giffy anrufen und fragen, ob es denn geht, so auf links. Ja. unwissend. Ja, 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 ja. Wenn der mein Perl angräbt, gibt's ein Brett. Boxt den, Jax. Ich ruf den Giffy an. Soll ich, achso, ich hätt jetzt kurz geguckt. Ja, dann mach du, mach du. Lass Beatty mach. Brief dem Bessern, frag bis dem Bessern geht und so. Ja, Brief Kass. So geil, in unseren eigenen Turf. Giffy. Setz mich auf unsere Treppe. Warum bist du krank aus, Digga? Ambo. Ambo. Was hat er gesagt? Ich bin krank, also vielleicht zurück. Ich dachte, das war es der Tyrese. Bestimmt wegen seinen Barze. Ich hab drei Nippe, Kördes. Ja. Aus nur einem kommt Milch. Die anderen beiden sind geboren. Ich hab Mila grad gezeigt. Dann küsst ihr noch. Aber die wollten mir nicht glauben, dass wir zwei Sprecher haben. Ich hab mir übrigens was überlegt. Was denn? Ja, was? Ich warte nachher, bis dunkel wird. Ist es dunkel? Nein, hier ist ne Lampe. Ja, aber die wird immer an sein. Wir können die ausschließen. dann mal. Und dann? Ich warte bis nachher. Noch ein bisschen. Und dann, dann glaube ich, verklupp ich Juni. Guter Plan. Meinst du, der ist da am Mude? Komm, wir fahren ins Krankenhaus. Wir gucken, ob gefilugt. Ja. Haben wir ein Auto? Ja. Wo ist das Weltmobil? Ich muss eben krankenhaus. Ton mein Gangperl auf. Ich muss mich bereiten. Die Lichtdinger flackern irgendwie, ne? What is that? What the fuck? Was ist denn mit dem Schild jetzt nicht? Alter Schwede. Ich installe nachher mal die Treiber neu. Biti. Äh. Wenn sie noch ein Termin hat, aber dürfte eigentlich stehen. Ausladen. Ja, ist gar kein Ding, ausladen. Das hilft mir jetzt weiter. Geh ums Eckhofer. Ja, genau. Äh. Kannst du mal gucken, was im Schildchen steht? immotivier schon mal, Leute. Was? Ja, gerne. Gerne, gerne. Hat die kein Markenschildchen in der Hose? Das ist die Butchie-Designer. Okay. 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 Ja, dann passt auf euch auf. Okay. Ja, ich hab Redux drauf. Kann auch ein Redux liegen? Krankenhaus. Krankenhaus. Welchem? Vorne Goofy-Boot angeschossen. Der ist oben. Oben? Ja, der ist oben. Ja, der ist oben oben. Okay. 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 Nicht, dass die Goofy jetzt selber am Bein geschossen haben und gesagt, mach mal auf diesen. Ich hab zuerst verstanden, dass die den angeschossen haben. Ich auch. Sag der Bademeister hat auf Goofy geschossen. Sag ich auch. Sag ich auch. Wir sind voll schlau. Ja, aber Curtis ist auch nicht gut im Erkern. Du bist nicht gut im Erkern. Wer ist nicht gut im Erkern? Im Erkern. Ich hab Wetterallergie. Giffi rot an. Aber gut, weißt du was, dann geh doch zu einer anderen. Giffi. Genau, dann tick. Na, andere. Giffi. Warte mal, redest du mit mir? Alle reden mit dir. Warum? Schnauze, guck mein Bizeps. Guck mein Quadri-Bizeps. Wie weißt du nicht? Wo warst du denn? Wer hat auf dich geschossen? Ja, Salemi. Ja, Salemi. Habo? Also, erzähl nochmal. Du warst auch mal mehr. Ja. Guck dich mal die Grafik-Settings an. Ich hab nix auf Vorruf, Alter. Außer ganz wenige Sachen. Ja. Als ihr weitergefahren seid. Und die haben nix danach gesagt. Du bist dir ganz sicher. Irgendwas, was die provozieren könnte. Lüge. Der lügt sowieso. Also, bevor ihr geschossen habt, meine ich. Bevor die geschossen haben, meine ich. Also, die haben gesagt, fahr weiter. Der liegt aber nicht an Rydos. Der liegt an UBS. Was, Jungs? Ich hab das ja nicht mal ingeben, selber. Hä? Was denn? Fahrt weiter oder anhalten? Was im Schock, ey? Der lügt, der lügt. Was zum Teufel ist nix passiert. Ja, wir kommen jetzt hoch. Na hör mal. Haltet an auf einmal, okay? Hallo? Ja gut, äh, ja, wir fahren jetzt hoch mit der Gang. Das OBS. Oder Grafiktreiber. Der Raupfengang. So krass, der hat jetzt auch. Der du den Rücken gekehrt hast. Mit einem Festgang fällt nun Licht, ne? Das ist bis gleich. Vermittlich? Nein. Also, die sind an Rocker vorbeigefahren, haben gefragt, ob die Bau offen ist. Dann meinte der Rocker irgendwie, fahrt weiter. Hinterher hat sich herausgestellt, dass er gesagt hat, haltet an, die ich gerade erfahren hab. Und dann haben die geschossen. Der lügt, der lügt. Und jetzt sind die Krankenhäuser. Jungs, es liegt an UBS. Ich fix nachher. Chillt jetzt. Eure Füße. Hast du das Gefühl mit dem Telefon? Ne. Wisst ihr, was Johnny mir gesagt hat? Was denn? Als wir aus dem Parkhaus sind, wollte Gufie unbedingt den Sterling-Schlüssel haben. Sofort. Ja, das ist Gufie. Ja, aber das ist mein Sterling. Das ist mein Name. Mein Name. Er hat einen Riemen. Ja, ich bin bei dir. Gut, wir fahren im Krankenhaus in Norden. Oh, was hast du gemacht? Ich habe nur noch, äh, Aua wegen dem Kampf gegen Beatty. Das ist immer noch verheilt. Ich habe mich gebissen in den Schultern. Ach, davon hat die Corona, die ist der Typ da, oder? Das ist ein salzig. Ja, genau, der hat dich ungeschöppert. Beim Vorbeilaufen. Den Park gib mir doch. Du bist dumm. Ja, ich bin hier im Park, ne? Ich habe mich hier im Klo gepennt. Du bist im Park? Ja, ich habe deine Brüder ein bisschen zugemütet, dann kannst du nicht mehr pennen. Dann komm ohne rum. Nein, komm besser nicht nach oben mit deiner, äh, kleiner Schubkutte. Ich komme nach oben, wenn ich entfülle. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe auch eine Kutte an, ey. Gibt bestimmt wieder Maserbott kaputt. Im Knarre, der hat nur fünf Pfeil vom Pfeil. Ja, aber du steht hier schon seit Wochen, ne? Vielleicht hat der Schichtdienst. Seit Wochen. Boah, Alter, ich kriege ja... Voll schlecht gerade hier, Alter. Der, mal zieh die Schuhe wieder an. Nein, das riecht nach Mettwurst. No drugs in the north. What is denn das für ein Laden? Achso. Apotheke. Achso. Da stehen bestimmt andere Gangs. Ja, da kommt links schon eine. Ich glaube, das ist die Nachtschichtgang. Ich habe in den Näern stehen. Okay. Okay. Das ist das такое. Das ist ja, da muss ich... Ich habe in den Näern stehen. Das ist das ist, was ich Cre � thatано flavor. Wolltest du sagen, Schossen? Ja. Du hast die Straffel dafür, dass du meinen Sterling klauen wolltest. Wollt ich nicht. Doch hat Juni mir gesagt. Ich wollte ihn zu dir bringen. Ich hatte hier so lange fest damit, bis du dich raffst. Gefluff dich. Willst du auch zum Augengang gehören? Das ist pinke Hose an. Ja. Wir haben euch schon beschützt. Wir haben eure Kokons beschützt, damit ihr schönes Schmetterlinge werdet. Mila hat noch keine Kokons gelegt. Dann waren das andere Raupen. Die war doch gestern kranken. Ihr habt gehört. Nein. Die haben wir gestern beschützt. Und dann hat die wieder mit diesem Bombenfall in den Klo reingestockt. Hallo, können wir noch zwei Minuten darüber reden, dass ich fast gestorben bin? Ja, warum fährst du allein dahin? Er ist mit uns da hingefahren. Und dann wurde... Hä? Warum habt ihr ihn nicht weggauen? Wir hatten nicht mal Waffen dabei. Wir wollten mit denen reden. Ihr wolltet reden. Ja. Ja, guck mal. Und das Einzige, was die gesagt haben, ist, ihr steigt jetzt aus. Dann haben die geschossen. Wir brauchen... Wir brauchen... Was lassen mehr Leute? Wären wir da reingerannt. Wären wir da reingerannt und hätten die umgelegt, dann wären wir wahrscheinlich direkt alle hochgenommen worden. Ja. Wo warst du? Du bist mein Bruder, der muss mich doch beschützen. Nö, wo bist du? Du bist nicht bei uns. Verräter. Du bist mein Bruder und hängst im Park ab, du scheiß Mistkind. Ich dachte, dass ihr euch mal wieder vertragt, Alter. Warum ist der so anti-Park? Die Johnny hat sich doch sogar bei dir entschuldigt. Hatte gar nicht. Du weißt, was das für ein Dickkopf ist. Geht einfach mal dorthin und redet mit denen. Wann? Was wollt ihr jetzt gegen die machen heute? Und wenn nicht, wenn nicht, geh da hin und dann hau dich mit dem vor. Mann, sag du mir nicht, was ich machen soll, du kleiner Pisser. Was liegt denn jetzt auf der Hand, was wir heute machen? Keine Ahnung, was ihr machen. Ja, das ist genau das Gleiche. Ich fährt schon einen großen Pisser, ich hab geluschert. Ja, wenn das FIB da rumschwimmt, kommt ihr gar nicht dahin. Nein, wir haben dich verteidigt, so verteidige ich hier auch Giffy. Ja, wenn das FIB da rumschwittert, dann müssen wir das FIB wahrscheinlich auch da kurz am Klein machen. Ach so. Bist du mit dem Logen von einem Sack Zwiebeln? Ja. Wir ficken das FIB. Nein, das machen wir nicht. Aber auf euch wird geschossen, auf Giffy wird geschossen. Wir wollten mich auch abstechen, den einen Tag, am Krankenhaus. Ja, normal. Ich hab nichts gemacht. Ja, genau, du bist unschuldig. Ja, steh uns doch mal zur Seite, Mann. Ich stand vom Krankenhaus und dann kommt ein Rockhaus in Gebüsch gesprungen mit einem Messer und hat ausgeholt. Du lachst, das ist wirklich. Hast du auch gerufen noch, was? Ja, und wie so zu den Kultus hat er gerufen. Der meint Überraschung. Grüezi, Überraschung. Was sind denn die anderen? Unten. Unten im Park gerade. Ach so. Wer sind die da drüben? Keine Ahnung. Wollen wir jetzt mal runter zum Park alle gemeinsam runterfahren. Das sind die Reden Off. Ich muss kurz, ich muss mich, ich muss mich, ist Jazz da? Nee. Oh nein. Boah, das ist bestimmt voll drin, ne? Ja, das geht, ja. Ich muss mich verarzt und lass, ich hab immer nur Schmerzen. Kurz weg. An dem Tag, als ich BT-U-Sem-Leben gekloppt hab. Ich glaub, die Schmerzen wären weg, wenn du dich mit Johnny vertragen würdest. Was? Wem warst du mit Johnny? Äh, der, der wurde uns geschlagen. Ich hab gesagt, die Schmerzen wären weg, würdest du dich mit Johnny vertragen. Ja, wunderbar. Curtis, komm mit. Ich muss gehen, mich vorbehalten. Mr. Worldwide, überall in Connected. Wo steht eigentlich dein Juni? Hallo, kann ich hier durch? Genau. Danke. Ich bin völlig verwirrt, Alter. Völlig. Wollen wir jemanden hören? Ihr wollt euch schätzen? Wer will sich fetten? Kackopfahrt, find ich gut. Hä? Hä, was? Hilfe ist Hotel. Mora. John ist bei uns. Der ist in Pack. Soll ich hier reingehen? Ja. Ihr könnt reinkommen. Aber ich will nicht allein mit Mädchen sein. Ich komm mit. Es kommt doch ein Mann noch dazu. Runter vom Bett. Die darf nicht auf dem Bett stehen. Du darfst aber auf dem Bett drauf. Sowas sagt Mila nie. Okay. Das Bett ist eingefettet. Das ist halt alles frisch geputzt, ne? Ja, hier geht man noch rum. Auf dem Bett geht man noch mit einem Lamm drauf, ne? So in der Art. Was hast du mir da angestellt? Also, ich hab mich vor drei Tagen pugelt mit BT. Ich hab dem voll aus der Socken geboxt. Aber der hat mich gebissen. Wieso hat er dich gebissen? Weil der verloren hat. Wer? BT. Warum? Nein, der wollte beißen. Und dann hab ich den so mit dem... Das ist der Hund? Nein, das ist kein Hund. Das ist ein Mensch. Okay. Okay, das ist doch ein Hund. Aber... Der wollte mich beißen. Ich hab den mit dem Ding gehauen. Dann hat der mir auf die Schulter gehauen. Dann hab ich geweint. Und jetzt tut's weh. Ja, aber der ist schon drei Tage her. So. Und jetzt... Und das tut immer noch weh. Ja, ist ein bisschen dick. Dicke Schulter, rechte Schulter. In der Mitte, die. Ich hab drei. Und dann jeder kannst du dich ausweisen. Und dann die rechte Schulter. Ich geh wieder. Nee, du bleibst da. Das ist dein Patient. Ich schau dir jetzt einfach zu, wie du ihn behandelst. Du hast ja gerade gesagt... Das ist nix tolles. Tut auch nicht so, wie er war. Du hast gerade gesagt, du müsstest immer dumm daneben stehen und könntest nie was tun. Und jetzt schau ich dir zu, wie du seine rechte Schulter behandelst. Mach was für dein Geld. Mach was für dein Geld schon immer. Willst du jetzt ein Foto von der Schulter machen? Willst du nicht erst mit der Bewegungstauglichkeit der Schulter überprüfen? Besser, besser mach doch selber. Nee, nee, ich frag dich ja nur. Kannst du nicht einfach ein Pflaster drauf machen? Nee, was... Geht schon, aber das hilft halt nicht. Es ist nur... Fühlt sich nur unangenehm an, weil es nur so dick ist. Ich hab versucht zu kühlen. Und das hat nix geholfen? Nee, das Feuerzeug war zu warm. Das wurde nicht kalt, egal, wie sehr ich gepostet hab. Unangenehm dann. Ja. Warum wird gelacht? Weiß nicht, weil... Also, Feuerzeug, da kommt ja oben... Also, wenn man da drauf drückt, Feuer raus. Und Feuer ist meistens... Ja, aber die blaue Flamme ist kalt. Ja, aber nee. Ich hab versucht, die blaue Flamme dran zu halten. Mhm, mhm, mhm. Trotzdem war es warm, ne? Ja. Dumm, oder? Tatsächlich ist auch die blaue Flamme... Ich beschwere mich ja bei dem Hersteller vom Feuerzeug. Okay. Wieso stand außen auf dem Feuerzeug drauf, dass das kühlende Wirkung haben soll? Nee, aber mit dem Tool. Ach so, okay. Ja gut, magst du dich mal hinsetzen, dass wir uns die Schulter mal einmal ordentlich anschauen können? Bitte was? Hinsetzen. Hinsetzen? Mhm, ja. Okay. No. Warum darfst du auf dem Bett stehen? Nehmen wir an, sie hat mich gefragt. Das macht man nicht. Ich spiel dir jetzt einen Bauchnabel rum. Ey! Du machst, geh nix. Doch, guck. Äh. Blum, blum, blum. So. Kommen wir hier die Schulter mal erstmal an. Okay, das ist schon noch eine deutliche Schwellung zu sehen. Magst du den Arm mal einmal seitlich vom Körper ausstrecken? So einen 90 Grad Winkel zum Körper. Okay. Und jetzt einmal nach oben. Okay. Und einmal den Arm mal anwinkeln. Nach hinten drehen. Okay, das sieht auch gut aus. Okay. Macht das gut? Ja, sehr gut. Nur solltest du das... Okay, das macht was. Ich sag, ich hab keinen Unwunden. Das fühlt sich schon unangenehm an. Das ist einfach nur unangenehm hier an der Stelle, wo immer die Schwellung quasi ist, ne? Genau. Das sieht ehrlich gesagt auch ein bisschen nach einer Verbrennung aus. Das kann ganz sein. Na, vielleicht liegt es an dem Feuerzeug. Vielleicht müssen wir da einmal eine Wund- und Brandsalbe drauf machen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich hol mir eben die Salbe und... Was machst du mit Mela? Knuten. Ich will das gar nicht wissen. Was dir im Bett machen, bitte? Was? Dabei fragt er nach dem Bett. Wer hat denn was so... Dass du sofort an sowas denkst, ne? Vielleicht machen die ein bisschen Barbecue, weißt du ja nicht. Genau. Beginnst du so am Bad Bonner. Okay, dann nimmst du hier die Salbe. Bist jetzt am Schnitzel. Kannst du machen, bitteschön. Und dann schmeckst du das dann an den Bauch. Das hast du jetzt nicht gesagt. Warum ich... Nein. Das hast du jetzt einfach nicht gesagt. Ich hab's nicht gehört. Kannst du das bitte wiederholen? Nein. Es wird kalt. Achtung. Tust du dein Herz an meine Schulter? Nee. Okay, schlimm finde ich. Ist das eiskalt, oder was? Warum hast du blau Hase? Dass du was zum Fragen hast. Dass ich was? Dass du was zum Fragen hast. Fragen. Hast du. Bist du schallgefallen? Was? Nein. Ich hasse Fußball. Du hast halt Opa wilde Bunker mir beigebracht. Und du musst den Arm abgeschnitten werden? Ja. Das ist, glaube ich, besser. Was? Hallo? So, ich schau mir das mal nochmal an. Ende mit dir. Gut hast du das gemacht. Gut sieht das aus. Der hat überhaupt gar nichts gemacht. Natürlich, der hat ja die Salbe drauf geschmiert. Oh, Salbe. Ich hab gedacht, die haben mich angespuckt. Hätte ich mal machen wollen. Manchmal spuckt sie auch. Das kannst du nicht. Ich spai Feuer. Ist das so? Oh, der nicht heraus, der wird spucken. Ich spuck wie ein Lama. Ja, lieb. Nee, egal. Und dein Haar blau. Warum nicht? Das sieht komisch aus. Naja, deine Kabate sieht auch komisch aus. Das ist mein Fleck. Ah. Sind wir schon fertig? Ja. Okay. Wieso hast du... Warte. Ihr schuldet mir 2000 Dollar. Und du schuldest mir 1150. Das trifft sich gut. Wieso hast du ein Herz als Tattoo und einen Kurzmund? Warum? Weil die Mädchen... Warum hast du... Schrei mich nicht an! Mädchen knutschen mich und bin Herzensbrecher. Ah, ja. Ich hab auch einen Kalnobisbleib. Hast du nicht eine Freundin? Hm, ja. Ach ja, die darf das nicht wissen. Na klar, darf die es wissen. Ach so, die weiß ja. Ich geh nicht fremd. Nur bekannt, ne? Hä? Ha, 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 ha. Findest du dich cool? Nee. Oder sie. Hallo? Er meint Milch. Warum ärgelt die Milch? Wieso nicht? Womit? Mit Recht. Ich tu Kaugummi neuer Schloss. Nein, bitte nicht. Oh, nee. Er kriegt schlechte Bewertungen, die das wieder sauber machen. Wobei, wir haben einen Hausmeister, der macht das schon wieder reing. Facility Manager. Was? Facility Manager. Facility Manager. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Okay. Was trinkt eine Kuh? Wasser. Mit was isst du deine Suppe? Mit einem Löffel. Das stimmt nicht. So betrinkt man. Oh, meinetwegen. Kannst du nach Hause? Klar. Kannst auch hier schlafen. Ich will weit weg von dir. Ja, hoffe ich. Du bist nämlich gemein. Und tust mir weh. Dann kommst du einfach mal mit. Ich tue dir weh. Lass meine Hand los. Ich darfst du zitteren. Hä? Hast du ihn? Die hat meine Hand festgehalten. Hast du ihn gerade angefasst? Nee, lass mal. Doch, hast du wohl. Ich habe einen Freund. Riech mal in deinem Finger. Siehst du, riecht eine alte Kusch. Nein. Halt dich mal. Aber willst du mal meinen Finger riechen? Oh, ein Stift. Das ist jetzt meiner. Wollt ihr auch vor die Tür? Kannst du mir helfen, meinen stehlenden Körper wieder anzuzählen? Kannst du das nicht selber? Was heißt das noch? Ich touch dich an. Der schützt mir jetzt 2000 Dollar jetzt. Nee, ich glaube nicht. 15 lassen, bitte. Danke. Gute Besserung. Das geht ja nicht. Nee, nee, nee. Gute Reise, gute Besserung. Und bei uns ist das ja richtig so eine Schnupper-Sache. Bitte. Na? Aber die ist bezahlt. Ich habe schon angestellt mit euch. Ey, sieh die Farbe aus. Ich habe keine Medikamente bekommen. Warum? Willst du besser? Die hat meine Hand gehalten, ne? Wollte mich nicht gehen lassen. Sember? Ja. Die kommen mit dem Blondheim. Guck mal, ich habe Maschinengewehren da unten. Dann heiserte die doch. Nö, verteidige doch mal meine Ehre. Ach, du sagst auch immer, ich soll ihnen küssen. Ich habe für euch noch was. Willst du schon wieder meine Hand halten? Ja. Boah, gewischt. Hast du Kinder, Jogola? Kriege ich keine Medikamente? Ah, geil, danke. Was ist denn ein Knabbers? Ein Pannerknobbers? Wann soll man das essen? Kurz vor dem Arbeitsamttermin? Ja. Knabbers, Kinder? Versuch's doch. Was ist denn Kinder-Country? Guten Abend jetzt. Hallo, besprochen Medikamente noch. Wartest du da bleiben? Ja. Warte. Egal. Boah, Mila, die pfeift ans Hut, man, ne? Ja. Die hat mich voll im Arsch gepackt und Mila macht nichts. Pick die alle. Gibt der. Leck ihr Ohr. Wer hat sich hier beklagt? Mila, jetzt komm. Einmal eine ärztliche Behandlung, dann gucken wir mal, ob der Big Boss. Du Petzlise. Petzlise. Du Pestolwelsatz, ja? Nö, aber ich bin keine Petzlise. Wie stark sind denn die Schmerzen hier noch auf Skala 1? Petzlise. Ich bin keine Petzlise. Ja, aber schon ein bisschen. Mach Gangs ein, dann hand you a step. Frech. Auf der Straße nennt man einen Kleiderbügel. Spannend. Ups, sorry. Hat der mich angeremmelt? Ja, magst du mir jetzt noch antworten? Bitte. Wie steigen denn die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 8 ein Tritt in die Eier ist? Ach, gleich. Ich hab doch keinen Schmerzen. Okay. Ich wollte nur was zum Reinpfeifen. Na, dann geb ich dir immer was zum Reinpfeifen mit. Wow. Schöner Abend. Wow, der hat mir Crack gegeben. Hau rein, Petzlise. Siehst du, die haben direkt... Ah, warte. Mila, du bist mein Lieblings-Petzlise. Ja, ja. Fängt das schon wieder an? Was? Ich glaub, bei mir flackert alles. Dann macht die Lampen mal aus. Dogen. Du hast gelogen. Ich sagte Dogen. Wo ist ein Gruffi erzählen? Der ist doch runtergefahren. Wir sind alle ganz schnell zurück zum Park. Warum? Weiß nicht. Also, nicht so ne Bombe. Ne richtige Bombe. Was soll ich jetzt mit Juni machen? Versteck ein Wort. Was? Bei Cordy's? Was? Geil, Mann. Bis gleich. Wir telefonieren. Bis gleich. Was? Was? Ich fahr hier oben mit... Wer hat es? Mach wie, Mr. B. Mit wem machst du so ein Cellphone? Mach das Cellphone mit Gang OG Perle 2. Aber ich dachte, du dürfst feiern. Perle. Mit Baginda. Perle. Ach, Skalle. Ja. Charlotte. Sag, wir treffen uns. Komm zu Cordy's, hab ich gesagt. Die haben mich gar nicht verärztet, Alter. Was ist denn da für ein kacktes Thema? Oder machen die nur noch bis... Oh mein Gott, ist das schlecht. Jetzt schon gezogen. Einfach voll. Juni, du gehst zum Krankenhaus und bist nicht mehr full life, Alter. Last. Die Hunde los. Boah, dieser Effekt. Ich hau Redux raus, ne? Ich mach Redux raus. Weck da, du Sonntagsfahrer. Du bist ein Sonntagsfahrer. Mach Licht an. Ich bin wirklich ein Sonntagsfahrer. Fährst du sonntags? Ja. Wohin? Das ist Donstag. Mal hier, mal da hin. Geht euch gar nichts an. Warum? Wir sind deine Gang Gang, du Hure. Ja, stimmt. Hast du gerade Hure gesagt? Du darfst, Emile, nicht Hure sagen. Nein, wir sagen allgemein zu uns auch, ich bin auch eine Hure. Genau, wir sind alle Huren. Genau, alle. Hure. Ich fick mich, ich mach kostenlos. Ich fick mich selber. Ich fick richtig gerne. Ich mach gar nichts. Du hast ja auch deinen Erdbeer-Teil. Nein, Emile macht immer Holzplanke. Ich bin Keusch. Nein, du bist kein Keusch. Ich kenne nur Brett. Ich lebe Keusch. Tust du gar nicht? Ja. Du lebst gar nicht. Das ist wirklich so, aber immer schön. Also Halal. Du bist Halal. Du bist nicht. Kutsch. Tag hier rum. Vorsicht. Rocker. Ach so. Ist recht zu links, ich durfte vorfahren. Meint ihr, jetzt ist Tyrese wirklich zu mir für Checking gefahren? Oh, wo ist Tyrese? Ja, zu mir. Er wollte zu mir nur direkt ein Pisswasser trinken. Weiß nicht. Der wird verkloppt, ne? Ja. Wir wollten eigentlich mit hinfahren, aber du hast so lange gebaut. Ja. Wir wollten gucken, aber ich glaube, dass Pink-Kaude... Das ist selbst mal dahin zu fahren. Ja. Das Pink-Kaude wird auch auffallen. Vielleicht rettet der mit den Rocker-Line zusammen. Die sind so dumm. Ich glaube nicht mal, dass das auffällt, dass der nicht dazugehört. Der wird hinterher neuer MC-Boss-President-Gangster. Wo treffen wir uns jetzt mit Strahle? Äh... Chorys. Chorys. The Curls. Ey, vorhin waren da so Rote, die haben sich angehört, wie du gehörtest. Ja, nur mit Zahnspange. Ja. Die zu eng ist. Wir haben gesagt, irgendwas von Wingman, yeah. Wird der so ein Überwiss. Und dann hat der Night-Law-Musikern gemacht. Der hat diese Zahnspange, die nach außen guckt und über den Kopf gebunden ist. Wilde, wilde Bunker. Und der so, dass du ziehen kannst und so. Bei Football kassiert der V-Begen Facemask. Chat, seid ihr müde, hallo. Verstehe ich nicht. Ich weiß, du bist doch kein Football-Spieler. Nur ich, Denver Watman. Originale Football-Spieler aus Los Santos. Ist mein Chat wieder kaputt? Okay, ist nicht kaputt. Bist du für die Rope? Nein, für den Barfuß-Betlehem. Aber auf Asche. Ja, mit nackigen Fuß. Ich kläre das halt nur mit Juni, ne? Ja. Ich glaube schon. Schlagt ihm die Fresse ein. Yeah. Und dann schickt Foto und Fußbeck. Wiela, pitte den da vorne. Pitte ihn. Wiel? Pitten. Bleib still, bleib still. Was? War nicht Spaß. Entschuldigung, da habe ich keinen Spaß machen. Du hast nicht weiterfahren gesagt. Achso, fahr weiter, bitte. Bitte. Das war ein Geist. Oh mein Gott. Wo kam der denn? Der hat mir in den Nacken gehaucht. Oh, EMF auf 5. Das war nur ein Schreck. Alles gut, verweide. EMF auf 5. Attack. Attack. Behind. Kill. Next. Adult. Far. Next. Far. Next. Behind. Next. Jetzt alle mehr. Oh, muss ein Ramo sein. Der hat die Gefähle getroffen. Und Goldmunze. Oder Killer. Warum müssen wir da hin? Immer zu Coolies. Ja, ich wollte auch noch weiter machen. Was denn? Ein bisschen Leute ärgern, die Geld haben. Habt ihr Geld? Hallo. Hi. Ich bin vielleicht Ladenbesitzer, die Geld haben. Ich sehe das, wie eine Hexe. Oh la la. Willkommen. Grüße. Grüße. Aber das ist so. Oh. Was ist? Hm? Was ist? Ja. Wegen diesem Jax-Zuppler. Seit dem Tag? Ja. Aber wir fahren jetzt gleich los. Fahrt ihr nach oben? Vielleicht. Okay, ich fang die anderen. Was denn? Was hast du denn? Ja, wir schließen uns dann an. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Willst du die Worker verkloppen? Können wir machen. Bist du heute Schächter auf? Nee, warum? Ich habe nur keinen Bock auf den. Tup. Der da drin ist, der Coolies, Milo. Ja. Und ich stehe unter Druck. Weiß nicht, was ich machen soll. Boah. Ey, du sagst die ganze Zeit, du klärst das mit Johnny. Du klärst das mit Johnny. Du klärst das mit Johnny. Dann klärst du auch mit Johnny. Johnny. Schrei mich nicht an. Dann hol dir doch nicht weiter rum. Aber ich weiß nicht wie. Ja, du sagst, du haust ihm auf die Fresse. Also hau ihm auf die Fresse. Mach doch einfach. Okay. Ahn. Ich muss mich vorbereiten. Immer dies hin und her. Ich dachte, du hättest zu mir. Ich dachte, du hättest zu mir. Ja, tue ich auch. Aber du sagst das und dann sagst du wieder das. Kannst du meine Hand halten? Sag doch, das Mädchen vorhin. Boah. Götz, darin ist Mila. Nein, Mila ist hier. Nein, da drin ist Mila, Mila. Das ist eine zweite Mila. Boah. Ich will mir jetzt einen Kopierer zeigst, ne? Sollen wir gucken? Ach, das ist Joko. Das ist Coco. Das ist Joko. Coco. Was für ein Joghurt? Das ist Joko. Das ist eine kleine Rolle. Was sagst du, Curtis? Gute Raupe, ne? Nein, nichts gute Raupe. Why Kiki? Nein. Why Kiki? Die redet ganz schön Mila. Hä? Da hinten ist Mila. Ach, Curtis. Ja. Was ist das? Warum füsterst du? Wenn mein Hals wehtun. Das ist Mila. Achso. Hör auf so zu rennen. Hä? Hä? Scheiße. Bah. Das ist Kakashi, der Kopierlinie. Ich muss gehen mit was zum Teufel, Alter. Ja. Ich muss kurz Tabotechen. Ist das dumm, jetzt Tabletten zu fressen, Alter. Was da immer blinkt, sind die komischen Tabletten. Äh. Äh. Wie geht's dir? Hm. Ist das ein gut oder ein schlecht? Hm. Hallo, Mr. Gimmlelei, bitte. Bitte Tablette. Ich brauch Tablette. Äh, bist du grad beschäftigt? Ich wollte nur fragen, ob's dir gut geht. Ich hab dich schon ein paar Tage nicht gesehen. Naja, tu mal nicht so. Jetzt würdest du dich missorgen. Was? Ich sorg mich um jeden. Hm. Alles klar, Papa. Hallo, Mr. Gimmlelei. So weit ist es noch nicht. Okay, wenn irgendwas ist, melde dich, ne? Ja, bist du im Park? Äh, ich bin grad im Klamottenladen. Weißt du schon, was abgeht? Ja, 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 ja. Ich glaub, wir kommen auch mit. Aber ich muss pinkeln. Bis gleich. Bis gleich. Pipi. Kurz. Pipi. Alter, Mann. Wars. Äh. Waln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss sie rein. Die Tür ist auf der anderen Seite. Aber hier ist auch einer. Was? Das hier sind Chikinagis. Sehr gut. Die ist mit dem Damenrad unterwegs. Du hast für uns noch 480 Dollar auf. Möchtest du die jetzt zahlen oder später? Ich zahl gleich support. Sehr gut. Aber nicht wieder weglaufen. Lauf, 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 lauf. Mach das Telefon. Wir verpetzen dich schon. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich komm wieder. Okay, komm bis gleich. Was machen die jetzt auf dem Dach da draußen? Cringen die? Die ganze Zeit schon. Wir gehen mit Fragen. Nein, Dämmer. Du musst kurz mitkommen. 1,50. 1,50 wenn schon. Junge, ich hatte eine Feder in der Nase. Wo kommt die denn her? Das ist wo die, Alter. Wohin? Wir fahren gleich mit nach oben. Zu wem? Zu die Walker. Und hauen die? Ja. Geil. Das hast du mir schon immer gewünscht. Mila. Hallo. Wir fahren gleich mit nach oben, ne? Okay. Okay? Ja, hast du ihn jetzt endlich geschaden? Nein, noch nicht. Das mach ich da noch dann. Okay. Wo ist unser Auto? Da hinten. Auf dem Parkplatz. Wir müssen bitte Bescheid sagen, dass wir kurz abhauen. Okay. Haben wir eine Pistole? Wie, ich hab gar einen, man. Äh, pfff. Eine. Nee. Eine. Doch, eine. Eine nur? Eine auch nur. Ja, eine. Egal, wir machen die Nachhaut. Warte, ich hab wieder. Oh. Muss kurz Bandasch machen. Bandasch. Wieso wirfst du dir Handschein weg, Mila? Das war ein Geschenk. Oh. Buh, 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 buh. Was? Wie viele? Ich hab... Wie viele? Ich hab fünf Knarren bei. Ja, dann kann es mir noch eine geben. Warte. Musst im Rucksack gucken. Okay. Die Cringer heiraten wurden. Habt ihr gefragt? Mhm. Ich hab gefragt, ob sie cringen. Okay. Berggen. Die auf dem Dach. Oh, hast mein Arbeitsfahrer geklaucht. Dort hinten von dem Auto. Ja, ich hab auch gerade mit denen geredet. Danke. Wir sind zur Hochzeit eingeladen. Okay. Oh, ich wollte schon immer noch Hochzeit ziehen. Darf ich auch mit? Okay. Wir sind eingeladen. Komm auf. Okay. Ich werd immer nur ausgeladen. Ich geh mal fragen, wo. Das ist eine gute Idee, oder? Hier, fang, wer hat die gefangen? Ich hab die gefangen. Dann gib die mir, Lari. Okay. Halbe Waffen, Händler, Junge. Danke. Endlich. Raupen. Raupen kann sich jetzt zeigen. Ja. Jetzt rufe der Prank mich an. Oh Gott. Oh ne, der stinkt gerade. Hab jetzt keine Zeit. Bist du auch wieder mit dem, Freunde? Nö. Da ist was ganz anderes. Da ist ein Spinner. Ihr Apotheker. Ja, beeil dich. Wir ziehen das durch auch wegen Guffi jetzt. Auch wenn du dumm bist. Und dann verklobe ich Juni. Okay. Bring mir auch was mit, ja? Ähm. Äh. Oh, ich hatte ein Lütz aus. Sorry. Äh, hey, 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 hey. Danke. Noch ein, Leute. Bitte, wir gehen jetzt gleich kurz mit dem Park. Park? Ja, mit dem Park. Und wo? Also, Rocker-Programm. Und die haben wir. Bei den Guffe. Und danach... Schlapp die mit weg. Danach kommt noch Park und dann verklappe ich Joanie. Ich fahr zu so einem Park, wenn ich nicht schlafen gehe. Mit Lachen kickt es in deinem Gehirn. Den ganzen Tag schon. Ich werde mit diesem Sound einschlafen, Leute. Ja, Shorty, danke schön für die Wii-Sub mit Prime-Sex-Reitungen. Und Bisi, danke für den Sub und Herz gekommen. Danke. Wir brauchen unser Auto. Komm, fahr'n Park. Gib mir mein Fahrrad wieder jetzt. Achso, ja, stimmt. Hi, Leute. Bis nachher, Bilti, wenn du in den Schlaf gehst. Ging, ging. Liebe dich. Hallo. Ja. Mila, traust du dir zu, da hinzufahren und auch da abzuhauen? Und vielleicht für Polizei abzuholen? Äh, ich will, als wäre, du tust als wäre das erste Mal, dass ich schießen würde. Okay, okay, okay. Ich halte dich dran. Ich brauch' Flag. Was für'n Flag? Was für'n Flag? Gibt's keinen Flag. Italien oder Marokko. Das Flackern kommt von den Medikamenten in game. Bock, jetzt müssen wir einen richtig coolen Auftritt machen. Die haben die Routen bestellt, das ist Verstärkung. Bleib vor'n stehen, wir bleiben ganz cool hier. Ja. Wir bleiben ganz cool hier. Alright. Alles klar. Ne, ich weiß. Nimm ne cool Pose ein, so. So krass. Wenn wir Gangs einmachen? Ne, kein, so krass so. Okay. Warum steht ihr hier? Ihr habt die Routen gerufen. Genau, ihr wollt also cool hier. Ihr wollt die Routen? Ihr kriegt die Routen. Wir wollen ein bisschen kuscheln. Mhm. Jetzt muss ich da hin wegen dir gefühlt, Tyler. Wohin? Ich komm mit. Wir komm mit. Kommst du mit? Kerdes. Hm. Hör auf Buckel zu machen, das ist nicht cool. Cool. Dafür, dass du unseren Steal den klauen wolltest. Ich wollte den nicht klauen. Weißt du, was meine Intention war? Dafür versuch ich den auch, Schnauer. Weißt du, was meine Intention war? Willst du sie hören? Hör mir wenigstens zu. Der wollte einfach ein schönes Auto fahren. Der Johnny hat gesagt... Der Bart lügt nicht. Der hat gesagt, auf den Schrott mit der Karre. Und dann hab ich gesagt, nee, lass mich die fahren. Damit ich die quasi selber kann. Wenn ich den Johnny frag, ne? Und der sagt, du lügst, ne? Dann verkloppt müderlich. Ja, irgendwie so hat er das gesagt. Irgendwie so in der Art war das. Das ist schon so lange her. Ich weiß den genommen worden laut gar nicht mehr. Wir sind die Rose. Ich muss noch mal irgendwo hin. Brauchst du lange? Nein, ich brauch Munition. Der hat mal famelt. Weil schütt sie. Mit deinem Fußnagel. Ja, Aua. Macht die Maja ernsthaft an die Straße runter. Oh, ist mein Bein weh. Fette Farbe. Ja, gulden rosa. Wir sind im Laufe. Ja, ich bin nicht allzu lange hier. Ich bin nicht allzu lange in der Stadt. Was? Ja, Freitag. Die Wichser haben auf mich geschossen. Du schreist ein bisschen. Au, mein Verhältnis. Ich schreie gar nicht. Du schreist selber. Das ist so richtig. Widersprich mir nicht. Küsst mich. Sind die überhaupt da? Wer? Wer? Die rufen bestimmt Bolen. Wer? Ja, diese Roka-Typen. Ach, die Bolen stehen da die ganze Zeit davor. Die Bolen sind schon da. Ja, dann wollt ihr da hin. Na klar. Seid ihr irre? Nein. Das ist das Fragen, die rauben. Ja, dann muss ich boh. Was musst du? Ja. Wenn du gleich fertig bist, komm her, dann bist du nur mal ganz kurz weg. Bis gleich. Geld ab, babe. Ja, Geld wegbringen, klar. Hab ich auch gerade gemacht. Oh, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich bin fertig. Kannst du auch so lange mehr geben. Ich muss ja gleich wieder. Ja, dann kommen gleich mal die Idee. Doch, doch. Oh, jetzt fängt der auch noch an. Jetzt hab ich ein Ohr beim Engelang. Ich auch die ganze Zeit in meinem Kopf. Das war unter anderem. Was, das für ein Ding? Woher kommen das nochmal? Ja, das erinnert mich an das. Pfeif nochmal. Ist das nicht Sims? The Simpiler? Oder Happy Tree Friends? Das könnte sein. Happy Tree Friends. Ja. Das ist doch so eine Serie. Stimmt. Ah, warte mal. Ach, das war dieses, wo die immer geschärben, ne? Ich hab mir gewünscht nach. Mila pfeift die ganze Zeit. Ich hab was mit zwölf. Du bist zwölf. Ich hab's mit zwölf. Sag das nicht vor allem. Ne, das geht. Ne, 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 ne. Ich hab knabe. Ja, auch. Auch. Pfeifo. Ich hab Hunger, ich hab, oh mein Bauch, aua. Was möchtest du denn essen? Ich hab Hamburger oder Chickenburger? Dicken Sack. Der hat nur Bauchschmerzen, der will wieder gehen. Achso. Mir wird immer schwarz, warum wegen den scheiß Tabletten, das fuckt mich so ab. Kriegst du da auch immer Kopfschmerzen von? Ja. Habo? 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 Was geht hier so? Ich glaub wir warten alle. Wem wart ihr? Dein Onkel. Wo ist denn der? Oryoshis. Oryoshis. Dummkopf. Warum sagst du sowas? Warum bist du so frech, John? Halt deine Schnauze. Ja, halt deine Schnauze, John. Hallo? Was kommen die Raup hin? Ich blende dich. Nimm die Waffe runter. Du ziehst auf mich. Du wolltest den OG-Wagen entführen. Warum ziehst du auf deinen Bruder? Du wolltest meinen Sterling klauen. Du hast immer noch nicht zugehört, ne? Nö. Ich wollte den wiederbringen. Klauen! 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 Das ist mein Damenrad. Du Arsch! Komm, Biti. Gern mal mitkommen. Was denn? Gib mal heuer ganz Geld in Biti. Hab 78 Dollar. Echt jetzt? Ja. Du armer Wixer. Also zu einem Automaten vielleicht. Ich hab einen Dollar erhalten. Da vorne der. Rallo. Was? Wie, also auch was auf Konto? Alles. 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 Also wirklich alles, alles. Warum wie viel Geld hast du denn? Ich brauch mir jetzt den Flugzeug verschwinden. Ähm, weiß nicht. Ich hab ganz viel noch Opa Willy gegeben. Also es ist eigentlich... Warum hast du Opa Willy Geld gegeben? Weil ich, also ich schulde dem 75.000. Warum schuldest du dem 75.000? Weil er mich aus dem Knast geholt hat. Wann das denn? Äh, schon länger her. Schön, dass ich das auch mal fahre, Mila. Äh, das weißt du? Anstehend. Oh, eine Schlange. Was ist denn jetzt der Trick dabei, Kölzer? Vordringen. Gib dein Geld ab. Was ist denn der Trick dabei? Ah. Soll ich das einzahlen oder behalten? Soll ich das einzahlen oder behalten? Ja, natürlich einzahlen. Ab's klar. So. Ähm. Ah, hier steht, willkommen bei der Bank aufschlagen. Oh, Fenster. Hahaha. 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 Wila, den einen Schein hättest du mir auch so geben können. Hahaha. 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 Komm her bitte. Boah, ich hab voll die Scheinchen jetzt. Aber, kriegst du's noch hin? Das dauert. Du kannst mir nur deinen kleinen Umschlag da geben. Kleiner Umschlag? Wird wohl doch nur ein kleiner Papierflieger mit dem ich wegfliegen kann. Der ist dick als der Pimmel. Ja. Das ist aber auch nur ein Schein dann. Dann mein Umschlag. Alter. 180.000 Dollar. Brenn durch mit mir. Das ist ja das Doppelte von mir, dreifache, sechsfache. Da ist die Bank von Gringles, heißt sie. Gringles? Ja. Ich hab dem 44.000 Schnickels gegeben. Halt deine Schnauze. Ja. Ich bin sehr enttäuschend, Mila. Warum? So als Gang, dass du mir nicht erzählst, dass der Opa will die Bank Geld schulden? Ey, das weißt du doch. Das ist doch schon ewig her. Nein. Ihr habt euch aufgeschrieben, was ihr mir gegeben habt. Ich hab das nur nie zurückgezahlt. Ich hab dir 280.000 Dollar gegeben. Du hast mir 180.000 gegeben. Ich hab mir drei Geld gegeben. Aber es fällt mit dir. Ja, das stimmt. Das kommt hin. Drei Geld. Ich hab 8.724. Nein, das waren 7.000. Du kleine. Oh, 7.825. Ich hab schnell gefehlt. Die sind mir auch hingeflogen, die Scheine. Ich will aber meine wieder haben. Nicht vermischen. Komm, wir setzen uns ganz cool auf Parkbank. Okay. Alle auf eine aber. Vier Leute. Nee, ich bin nicht wieder unten. Ja. Wir müssen hierbleiben. Man gibt so quasi sein Geld vorher, weil bei Unity ist das so, dass die einfach dein Konto fänden, Alter. Die nehmen dir einfach alles weg. Nee. Denn man muss doch mitfahren. Wenn du im Knast kommst oder so. Komm kurz. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ach, Tawis. Ja. Grüß dich. Gehst du gleich oben mit Noam? Ich suche den Büchse. Wer ist denn Büchse? Bix hat er mir nicht die Nummer von seiner Tochter gegeben überhaupt. Ja, der Typ. Und der nicht an sein Handy geht. Dann geht er dann und antwortet er mir nicht. Aber du sollst dich vielleicht umziehen, ne? Ich bin der Zahnriemen. Ich geh, wie ich bin. Okay. Du wirst sterben. Ich sterbe nie. Naja, wir sind nicht wieder im Park, Park. Wir sind jetzt von den alten Leuten geschossen. Wir gehen da nur mit, weil die auf Giffy geschossen haben. Giffy von meinem Bruder. Nein, nein, nein. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Und danach geht Johnny in die Fresse von mir. Ich hoffe. Ich will nur den Büchse haben. Der Rest ist mir egal. Ist unfreundlich der Kerl. Ja. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich geh mal weg. Warte mal. Dann kannst du hierbleiben. Ich hab von niemandem Geheimnis. Äh, Dingens. Ihr wollt mit, ne? Ja, hm? Ja, am besten nur hier drei dann, ne? Wir haben auf meinen Bruder geschossen. Ja. Der war nicht mit, ne? Ähm. Okay. Geht nicht. Tut mir leid. Also kann ich nicht. machen. Ja, okay. Der kann, weißt du, was der machen kann? Spielen. Genau. Der kann ja den Giffy nehmen und mit dem Spielen nehmen. Der kann mit Beatty und Giffy fahren. Genau. Der sagt ihm das. Ich sag das schon. Wo ist der denn? Die sollen sich aber nicht einmischen. Der ist gerade nach rechts gerannt. Und ja, ja. Und die sollen halt auch weit genug weg sein, ne? Da soll halt so weit weg, sodass da kein Schuss irgendwie bei denen in die Nähe eintrifft, weißt du? Was denn Tyrus? Der kann mit. Ja, aber der will in so einer Kutte da hin. Ja, soll er doch. Das interessiert mich recht wenig, Alter. Ja, lach du mal. Ich schau dir nachher in die Fresse. Wenn ich das erste Mal hab, will mit Kutten da reinrennen. Aber sind dann... Irgendwer meinte das sind Koppers und so. Ja, aber ich glaub nicht. Also die Koppers, die waren vorhin da, ne? Oh sorry, Jungs. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die da zwei Stunden die ganze Zeit warten. Warte, da kommt einer. Ohne Momente, wenn auf die geschossen wird, dürfen die schießen, ne? Abflug. Ja oder nein? Hm? Wenn auf Giffi geschossen wird, dann schießen wir. Nein, die sollen so weit weg, dass keiner auf die schießt. Ja genau. Adlauge. Äh, ich glaub nicht, dass die Kops jetzt so lange da oben stehen bleiben. Ich glaub, die haben auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als da jetzt zwei, drei Stunden oben die ganze Zeit zu stehen. Die haben ja sonst eigentlich immer viel, viel früher zugeschlagen, weißt du? Ist schon spät, ne? Jo. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auf die Kopf schießen soll, wenn die mir zu nahe kommt. Ja, schwierig, aber das Problem ist, als ich abgeknallt worden bin, ne? Warte mal hin. Hab geknallt und angeschossen. Äh, ich muss nicht, ich muss nicht mal eben... Der steht nicht auf so ne Liste drauf, geht nur Gang, Gang, Gang. Äh, als ich angeschossen worden bin, ne? Da standen die Kops daneben und haben nichts gemacht. Gestern, als wir den Lost Süd weggebrettert haben, ne? Warte, als der Lost Süd, als wir den weggebrettert haben, war kein Heli in der Luft. Erst als wir abgehauen sind. Der Heli, aber die Leute, die im Heli waren, erzählen, dass die während der Schießerei schon oben mit dem Luftfahrt und alles gesehen haben. Das heißt, die lügen und hast du nicht gesehen, sich einzurecht? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Bericht ist falsch. Das ändert sich heute oder morgen. Jaja, aber nein, das ist das, was der Dingens mir gestern gesagt hat. Jaja, aber das hat geändert. Tod allen Yadis, oder wie war das? Der Mann, du fährst mit BT und so, ne? Jaja. Mir auch. So, und heute, und heute musst du dir überlegen, steht FIB da oben, gepanzerte Wagen von der Polizei. Sehen alle oben und warten. Also, wenn die nicht zusammen mit den Cops arbeiten, dann weiß ich auch nicht. Äh, Johnny, über was redest du gerade? Über den Dingens, der Lost. Über gestern? Allgemein. Kann ich, also was gestern abgekriegen, die haben da gestern, die Cops haben gewartet, Digga. Ja, weißt du, dass das Ding ist, gestern, gestern, als ich im Klasse komme, ich habe kein Problem damit, ich stehe dafür gerade, weißt du, was ich meine? Aber die sollen halt fair machen. Die sollen halt ihren Job machen und sollen ihn fair machen. Aber die wollten mir dann halt über 270.000 anbieten und 20 Stunden. Johnny, du weißt ja noch gar nicht. Chillt mal. Chillt mal. Ich kann euch anbieten, ich gehe mal oben und gucke in den Norden, ob ich da irgendwas sehe an Boilen. Als Moble Prospekt. Ja, da ist alles voll. Die waren eben. Johnny, das Ding ist, also Schießerei über oben am Yellowjacken, ne? Wir sind ja auch da gewesen. Ja. Da stand schon die ganze Zeit eine Undercover-FAB-Karre gegenüber vom Yellowjacken. Also auf jeden Fall ein schwarzes Auto. Ja, gut, aber die Info hatten wir ja. Ja. So, und auf einmal... Es wäre gut zu wissen, welcher Agent das war. Keine Ahnung, Digga. Und in der Nähe standen auch schon Kopfwagen. Also die haben legit einfach auf euch gewartet. Also die Wagen waren innerhalb von 20 Sekunden da. War das ein Zweisitzer? Ja, das war ein Drafter, ja. Das war ein Drafter, ja. Ja, weil von der Richtung kam einer auf jeden Fall. Ja, ja. Der stand direkt gegenüber in den Dünen drin. Oh, keine Ahnung, wo du meinst, Mann. Direkt gegenüber, da ist das auf dem Yellowjacken. Da war auch so ein Schraubplatz und so irgendwo da hinten. Genau, da gegenüber statt, der Digga. Und da war auch schon direkt der Heli dann, wir haben das alles gesehen. Und auch witzigerweise sind auch die ganzen Rocker ja in den Yellowjack inreingerannt. So, als hätten die, keine Ahnung, weil ich da irgendwie hochgelockt ist. Konzertür. Ja, warte mal, da müsst ihr aufpassen, ne? Nicht, dass die so... Meinst du uns reinlocken oder was? Ja, ja, die locken uns da hinten rein, alle in den Yellowjack, dann kommt das der FAB. Ja, ganz genau, das haben die doch gemacht. Ja, dann machen die ganz schnell die Türen zu. Da geht rein einfach, fertig. Bist du hier? Habt ihr beide gefahren? Ja, Alter, du machst das so, dass wir da reinrennen. Wollt die Leute nochmal drüber, oder? Ja, klar, dann geh ich da nochmal rüber, Alter. Ich geh da jeden Tag gebracht. Machen wir nur die ganze Zeit. Wirst die sich auflösen, ist mir scheißegal. Was soll ich machen, Johnny? Fühl ich nicht. Lärf gerade. Ja, halt einfach mal in den Order rein, Junge. Ja, ich will auch mal spielen, Junge. Ach, halt auch mal in den Cops rein, Junge. Dass die Türen kaputt gehen. Bro, ich mach alles hier in dieser Stadt, ne? Aber nicht in den Cops. Aber nicht, wenn die Cops sind. Ja, wir helfen. Wir helfen. Ich bin prägestiniert dafür, diese Copsreize heute, und ich hab keine Nerv mehr drauf. Ja, komm, wir helfen euch auch. Ähm. Okay, wir bleiben aber... Warte, wir gehen eben noch nicht los. Da kommt jetzt gleich jemand runter, der hat eine Menge Informationen für mich. Oh, der Böckse ruft mich an. Warte, ich hab ungefähr eine vierte Stunde Zeit. Der Böckse ruft dich an. Ach, der Herr Böckse ruft den Herren. Mal an hier, den Herren zu Hause legen. Wie komm ich jetzt in die Ehre? Ruhe. Pst. Was für eine Fotze. Sagt er, äh, nix. Salaam Aleikum. Ruhe. Die Cops. Guck mal, Salaam. Ne, Hase, guck mal. Die Cops sind schon in Gefahren, Kars. Hm? Wie hast du? Hä? Ich rutsch heute noch über die Kräte. Das sag ich dir. Hahahaha. 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 Junger Hase, ich hab den Zettel in den Kopf geklatscht. Doch mal von Zeilen im Mund aufzuhören. Hahahaha. Oh. Hahahaha. 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 Demba, deine Olle geht mit anderen. Hör die anderen Scheiße. Hahahaha. Hahahaha. Bei den Gruppierungen, ist egal ob das eine Gang ist oder whatever so, du musst dich eintragen, damit der Support und der Server da eine Übersicht drüber hat. Maximale Mitgliederliste ist 20 und Demba ist da nicht auf der Liste drauf. Genau wie Beatty nicht und so, deshalb dürfen die sich nicht aktiv da einmischen. Die dürfen auch nicht so baiten oder beziehungsweise, es gibt ein paar Leute, die sowas machen, die schicken dann irgendwelche Leute dahin und sobald die beschossen werden, dürfen die dann rein theoretisch ausschießen. aber wir benutzen die auch nicht zum Baiten. Die sollen vielleicht dran vorbeifahren, ein bisschen spähen und dann da abhauen, dass auf die nicht geschossen werden kann. Das ist aber eh ne Falle, wenn ich schon höre, dass die alle ins Yellowjack rennen. Das ist hundertprozentig ne Falle. Da geht man hin, die rennen alle ins Yellowjack rein und dann kommt FIB und Cops und so. Aber egal. Da machst du nix. Äh, auch nicht passiv eigentlich so. Also zumindest nicht, wenn die Aktion startet. Die sollten sich verpassen, aber das wissen die. Boah, das ist Italia-GTO? Was machen wir jetzt? Also Richard Rocker. Bruder, wir beurteilen das RP nicht so, ne? Die machen ihr Zeug, jeder macht sein Zeug, wie er das möchte. Auf was Johnny gerade gemeint hat, die haben halt mit den Cops zusammen. Ja und, lass die doch. Hey du Motherfucker, Junge. Du Prospekt Motherfucker. Du Prospekt Motherfucker Junge, komm runter da Junge. Ich muss mal. Kappen oder was? Näh. Aber bitte vergraben. Red's man, wie siehst du schon wieder aus? Ich geh jetzt in meine alte Warte. Ich geh jetzt in meine alte Warte. In die Hütte. Wir machen ein paar Sekunden immer auf dem Chat ein. Geh da nicht rein. Ruhe. Die United Leute, die waren vorhin auch oben und wollten mit denen reden, ne? Äh, Donny. Pass auf, die wollten mit denen reden und die haben einfach auf die United Leute, äh, haben die bedroht mit der Waffen heute auf die Schießen. Ja, die schießen auf alles. Voll durch, ich sag. Also Schwabbel hat den Bereich. Ich hab zu den Hunden gesagt, die Kameraden sind schuldig bei mich. Ich hab gesagt, ich hab keine Knochen. Als wir da vorbeigefahren sind und Demba hat nur gerufen, wir sind die Ropeln, hallo. Aua. Was zumal, Digga. Du bist so ein ekliger Mensch. Du bist so ein ekliger Mensch, ne? Dammit. Pass auf, Junge. Ich hab gedacht, du stirbst. Prospekt. Das ist mein Prospekt. Und die haben sofort geschossen. Sofort. Ja, aber zu, ja. Also bei uns haben sie sich noch nicht. Ja, die waren doch schon da drin, so wie ich mitbekommen hab. Ich auch. Ja, dreimal. Hat von denen noch keiner angerufen? Nö. Keine versufene Gespänze. Ja, hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Nein, nein, weißt du was das Ding ist? Wenn die danach alle am Boden liegen, dann fangen die an eine große Fresse zu haben. Dann schreien die doch rum und so. Da hat man gar keinen Bock mehr, sich das zu geben. Dann läufst du einfach weg. Ja, aber das ist doch normal. Also wir haben eben mit dem Lost Süd geredet und die haben gesagt, die auf dem Dach, die arbeiten da nur. Ja, das ist ein Dachdecker. Die Dachdecker. Ja, ja. Die Dachdecker. Was für ein Dach? Ja, auf dem Yellowjack Inn waren die Red Devils. Und ich hab gefragt, was machen die denn da oben? Wer zum Töpfen mit Red Devils? Ja, die mit Rückenlos, die er hat. Oh, was will wer hat. Ja, dingensens. Hier auf jeden Fall meinten die, die arbeiten da alle und die sind im Dachdecker. Das Kundenlager ist oben auf dem Dach. Alle, alle drei Rocker-Clubs sind da oben alle am Arbeiten. Ey, ihr brüllt bis hier rüber, hallo. Heils Maul. Leute, da oben stehen drei Rocker-Clubs? Ja, die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Die ist ja nicht wichtig, ist. Das würdest du ja wissen, wenn jemand da ist. Oh, du Schwanz. Ey, was ist das denn? Ah, der 28. Jungen, was ist denn hier im Park los, Alter? Ja, hä? Auf am Becken. Warum? Wer kommen da jetzt? Ja, unsere Fans. Wer ist das? Die 28. Was machen wir hier? Elf United. Wollen wir an dein Parfüm riechen? Die wollen mal kurz Hallo sagen. Was ist das? Ja, jetzt laufen sie auch schon durch. Hat der auch alles getragen worden? Irgendwas blauer. Ich weiß nicht, ey. Ich kann mal wieder rumrennen mit dem Herrn. Ja, also. Gleich sagst du, der hat doch ein Fadenkreuz in der Mitte gezeichnet. Wir sind halt alle United. Der hat nicht nur ein Fadenkreuz. Was ist das? Was ist das? Warte, ey. Das ist ein Fadenkreuz. Das ist ein Terminator. Auf seinen Helm gemalt, Freunde. Kennt ihr den schließen, äh, diesen grünen Arkadenhelm? Genauso das Ding, was da vorne drauf ist. Das ist ein Fadenkreuz. Und was bringt dir das? Da kannst du aus einem Augen ziehen und reinstehen. Hier. Hallo, grüße. Die Kraftkultur gehört jetzt in den Raupeln. Ja, und doch. Was? Die Yadis haben eh nichts zu sagen. Ach, weh. Wir haben bald ein neues Business, Leute. Ja, das ist hier irgendwo. Müll sammeln. Wir holen uns Moonshine. Ja, wir holen uns Moonshine. Müll sammeln. Ach. Die Moonshine. Die Moonshine. Die Moonshine. Die Moonshine. Ich muss raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Nein, du bist der Keks. Nein, du bist der Keks. Ich mag jeder. Du bist der Keks. Wir müssen aber jetzt erstmal eine Krisensysteme abheißen, Leute. Hat jemand den Zentorno... Föderst du nämlich zu viele Stimmen, alter Bruder. Göttisch. Hm? Hehehehe. Hast du halt jetzt auf deinen Zungenpiercing gehauen oder was? Wer sind... Wo... Wer sind die denn da hinten? Ich weiß das nicht. Ich glaube ich... Guck mal wie viele Leute hier sind. Ich glaube das ist die Golf. Das sind grüne Leute, glaube ich. Weiß das aber nicht. Die haben noch nicht mal Hallo gesagt. Direkt in den Johnny plaudern. Ne, meine Pettans hat Giffy gemalt. Guck mal mal zuhören. Ehhh... Rene. Danke für den Prime 16. Rübke. Danke für den Prime 18. Das war die Böschste. Für dich tun, Böchse. Aber hast du. Danke für den Vax. Und Tori. Be danke für die 20 Gifted Subs. Da musste ein bisschen hekelschlafen in Chat. Hä? gespitzeln ich schicke nichts mehr aber der wagen ist was der los was machst du im park die haben auf die geschossen gibt es mein bruder und deshalb bin ich hier danach wäre im kopf mit dem waffen die laufe und dann klatsch ich den wie so wenig krägisch laufen im echt nachgelassen steht ehrlich haben nicht weggeschränkt ich wollte nicht stehen bleiben auf jahr aber nein hast du da so gehört und dabei mit zu viel aber ich kenne die stimme ja deswegen bist du auch mein bruder bist du verletzt viel gehst du mit ich gehe nicht also ich fahre mit spotten mit dem bonnet werden kommst du bin ich mit ne ich komme ja das gilt in die hose wenn ich das schon höre dass die da irgendwo rein rennen wie gesagt ne ruf mich an wenn wenn du da weg rennst dann hole ich dich ab das ist doch nicht so schlimm wenn du wenn du rückzieher machen willst sag bescheid ich hab kein problem ich rückzieher oder du kleiner bist auch nein ich meine in kürtis was rückzieher nein ich meine wenn das wenn es zu viel wird und abhauen willst dann ruf an wenn ich abhau nicht in die wälde rein ich bin nur auto ich überlebe da ich überlebe da wer in den link kriegt 10.000 von mir alle oh wer wen leg wer in den link kriegt 10 riesen dinge warum kann ich schon wieder diesen jacks entlassen ich bleib bei dir stehen du bist mein bruder ich erzähle lieber mit dir warum wollen wir nicht verkloppen ich weiß es nicht kein geld ist so viel wert wie unsere freundschaft boah die schnauze du mit deinen fake news waboo wie bist du so boah ich geh auf auto wie kommt der junge mach ich dich stolz wenn ich den weg haue aber ich kann nicht ich bin verletzt guck mal der rinnt der halt dann für die arme verschenkt und rinnt die ganze Zeit weg waboo komm wie blöd der ist heute gegen auto 20.000 für denjenigen der schwabbeln duden kauft warte abwies hey tarish nicht dass du dich verletzt ja ich hau mir direkt ne ivo rein warum verkloppt den jack hast du noch ein paar ivos ich hab ganz viele ivos guck mal in meine manteltasche ein paar zwei kannst du maximal haben paar rotzer oh mein gott was zum seit wann kann man nicht mehr hier hoch alle außen weg alle außen weg alle außen weg aber ich bin auf den milsack gefallen auf hör auf ich war das nicht wer hat geschossen ich nicht hey das sind meine geh weg guck das mal an wie damals im tunnel in schule ich hab mitgemacht aber ich kann nicht mehr rennen meine säufer lunge jungs geht was lachst du so ja guck dir das doch mal an das zieh die kurze aus der jacks nimmt die jahre die side hop was machen die ich glaub die jagen den jacks green ja aber warum warum vor allem läuft der nur mit verschränkten namen rennt der einfach weg im kreis guck das mal das verboten komm das fregelfie muss kippen Ich hab ich will die 50k ach mach hier 50k wann man den unboxing eine schöne krawatte hast du kürtes keine flag nein ich wusste nicht ich wurd geschmiérseln Was würdest du tun? Guck mal, der rennt mit dem Rollstuhl hinterher. Ja, der Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer, Junge. Das kann doch ne Race sein, Mann. Junge, Junge, Junge. Der hat den Overall an, Alter. Wie, der feiert mit dem Rollstuhl bei Autos? Der macht den Rennfahrer. Da zahlt sich man 50.000, wenn man den kaputt haut. Ja, aber warum? Der hat irgendwen beleidigt oder so. Alter. Hat der nicht schon mal Parkverbote bekommen? Ja, eigentlich schon. Dafür muss ich den auch hauen. Ich werd arm. Ey, wenn jemand echt Geld kriegt für den, die dann auf welcher aufhauen. Ja, los hinterher. 50.000 Konten. Das ist der Typ, der gerade kann... Ja, keine Ahnung. Ich war den Pisser platt, wenn er sich nicht verpissen hat. Nein, du wärst nichts, du Idiot. Ist das Anton hier unten? Jawoll! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Die sind alle behindert, Alter. Mit dem Rollstuhl! Ich darf 50 KW halten, Ehre! Ruf mal, ruf mal, Medic! Geh ich hier! Ruf mal, Medic! Geh ich hier! Ich muss doch kein Geld bezahlen! Ehre! Das ist der, der JFK geholt! Uwo! Grüße! Du bist ein richtiger Garten! Oh, jetzt alle Halko! Ne, keine Halko! Ich spür da keinen Puls mehr! Das sieht aber nicht gut aus! Du bist ein richtiger Garten! Oh, doch, doch! Das sieht gut aus! Zähne sind ausgemacht! Was? Was für Zähne! Was? Was für Zähne! Ne! Morgen! Ne! Morgen! Was für die Erdbeben! Was für die Erdbeben! Oh, stimmt! Ne! Ich hab keine Ahnung, woran liegt! Ich versuch, das ein Halt zu fixen! Die haben das ja gegenseitig mit nem Schlagring und so gehauen! Die Dreck geht's! Na, ok, schonmal! Ah, ok! Wie ist das so? Na, holt mal nen Medic! Ja, da vorn steht nen Wagen, aber... Ja, dann soll der mal kommen! Ja, da hat's ein besseres zu tun, glaub ich! Ja, Mann, du wurdest grad über drei Autos getreten! Wie kannst du nur da liegen und so quatschen, Alter? Halt die Fresse da am Boden! Halt jetzt deine Schnauze! Was warst du? Ich hab den Patient ausgeschlagen! Du hast nen Schlagring in die Fresse gekriegt! Der ist größter Kick in der Runde! Na egal! Hallo, was tut weh? Nein, ich bin raus! Den Regeln hätt ich nicht mit! Wer will schießen? Komisch! So voll war der Park in den letzten Tagen noch nie! Hm! Danke, dass du mir hilfst! Aber was könnte das denn liegen, Mann? Kein Problem! Kann ja mal ein Eis essen gehen oder so! Ich schwörste, wir haben uns nicht geprügelt! Auf dem Boden! Der ist mit dem Kopf gegen das Motorrad! Und dann... Ich hab Kodin gekriegt, ne? Was? Ich hab Kodin gekriegt! Warum? Weil ich... Husten hab! Ja! Boah, das lässt mir jetzt keine Ruhe! Ich würde am liebsten googeln, Alter! Aber ich mach das später! Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört! Psch! 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 Ich willm machen, der grad Grüße gesagt! Ach so! Ist komisch! Welcher jetzt? Nur welcher da drin ist? Kommst du mit? прогollen! Wir fahren jetzt los! Wir fahren ne größere Runde als gedacht! Sinden heute nicht nur Röcker! Wir werden wir einfach ne Inform bekommen. Okay. M Wurste dabei? Ja! Okay! Gebt kleinen Fingerschwur, dass ich auf dich zählen kann. Ja, dass inzwischen mitkommen. Gebt kleine Fingerschwur. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Ich bin nicht zu Hause. Warum bist du jetzt so? Der Stern markiert das Zuhause. Jungs, ich sag's nochmal. Im Spiel selber habe ich das nicht nur in der Vorschau bei OBS. Das hat irgendwas mit OBS zu tun. Habt ihr alle Affenmasken dabei? Ja. Nö. Komm, da liegt noch eine. Ja. Ich hab keine. Komm, da liegt noch eine. Voll seht ihr aus. Wir machen das so wie gestern. Wir fahren erstmal alle in irgendeine Richtung. Fahren dann nach oben in die Stadt. Treffen wir uns zum Parkhaus. Boah, der soll auch die. Gut. Schon okay. Hast du bekommen gerade? Ja, ja. Gut, gut, gut. Ich bin nicht mehr. Hier vier Karren wieder rechts stehen. Zwei Revolta. Zwei Jugola, die benutzen wir. Das sind jetzt alle, die wir haben? Ja. 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 Sieht schon mal gut aus. Also das Doppelte. Als sonst. Auch nicht schlecht, die Arme. 3, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ok, wir treffen uns. Also wir fahren eins und sind los. Macht euch voll mit den Karren. Und dann treffen wir uns am Parkhaus 7 von 22. Das ist der einzige Parkhaus, was oben in 10 Shots ist. Ja. Ja. Finde ich spannend hier. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich will deine Seite überfluten. Der fährt wo? Ich geh jetzt schlafen dann. Gehst du? Ok. Ja, ich kann ja nicht mit. Ja, dann pennen bei uns, bei mir und mir. Ja. Schlüssel hast du ja. Hey, viel Glück, pass auf dich auf. Ich will dich lebend wiedersehen. Auch. Ja. Kommen wir ruhig. Alles. Nein. Ich werde schlafen, oder! Warte drüber! Was ist denn? Scheiße! Ich hoffe, ich kann das ein Zeichen, weil ich mouse sie α Dauert nur 30 Jahre, bis ich durch meinen Schlüsselbund durch bin. Wo soll ich denn hinfahren? Da ist Sandy Shores. Guck mal, ist das der? Ja, wo in Sandy Shores? Sandy Shores Parkhaus. Sandy Shores? Weißt du, welches ich meine? Die von 22. Ja, genau. Da fahren wir, da treffen wir uns. Da ist mir relativ egal, ob du den Park noch fühlst oder nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass ich Spaß habe. Ich werde nicht alles verändern oder irgendwas verändern, nur weil einer Person nicht passt. Sorry. Außerdem war das nicht mal gerade der Park. Das waren Jadis und so, die da standen. Es gibt immer neue Richtungen. Ich habe sie auf die Villa abgesehen und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Also ich versuche, ne? Kann natürlich sein, dass die schon verkauft ist, dass das Vorverkaufsrecht weg ist. Das mache ich jetzt nur für Giphy. Also in MAP. Okay. Mila sitzt in einem mangleren Auto. Hallo, Opa, wilde Wunscher. Ich fahre mit Sicherheit nicht oben an. Der Körbsen kommt natürlich mit. Ich fahre mit Sicherheit. Ich fahre mit Sicherheit nicht oben an. Guck mal, was jetzt nur passiert. Hoffentlich mal Knastbummes. Ich will mal in State Prison, ich will mir das mal angucken. Wallah, du hast dich verändert. Nein, hab ich nicht. Rupert Dankeschön für den Müsse. Geht nicht hier ab, Alter. Sag nicht, das war ein Gangturf. Zwei Leute aufsteigen, rechts und links. Warte mal, der Zahnriemen kann doch hier bei Költers mit dem Auto rein. Ja, komm. Und noch einer am besten. Null, das passt schon so. Warte, hier ist gerade alles. Warten wir einen Stück nach vorne, der mittlere hier, der Jugular. Danke. Hör zu jetzt. Gegenüber vom Lost Jack-In da. Da stand ein Jugular an so einer kleinen Scheune. Die hatten Scheinwerfer an. Keine Ahnung, ob da jemand drin sitzt oder nicht. Wir nehmen den einfach hoch. Wir fahren da jetzt einfach hin. Ich fahr vor. Und dann go. Wo? Oder? Ja, ja, doch. Fahr, fahr, fahr. Ach, der Glut kommt in den Fall um. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Links vom Tiki-Lalala. Irgendeinen Jugular hoch ihm, der an der Scheune stand. Ja, aber fahren die nicht jetzt gerade zum Dingseln? Der ist ja gegenüber. Gegenüber hier. Ja, ja. Hier links jetzt an der Scheune. Hier links. Der ist weg. Wann wurden wir gesprostet? Lass mal zu den Maxis fahren. Lass Maxis fahren, Maxis. Warum jetzt Maxis? Weil die mit auf der Liste sind. Ach, gegen die? Mit denen habt ihr auch Stress? Alle. War jetzt keinem Yellowjack? Ja, das ist noch nicht relevant. Die kommen auch noch dran. Hä? Aber ich wollte nur wegen den Ruckerming-Guffi. Was habe ich mit Maxis zu tun? Die gehören dazu. Wie, die gehören dazu? Ja, die hängen da alle mit in dem Yellowjack drin. Hä? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wie, die gehören dazu? Ja, die hängen mit den Rockern rum. Ach, das sind so Verbündete? Ja, ja, die haben mit Beef uns. Also, was heißt, die haben mit Beef bei uns. So, wir waren eigentlich cool mit denen. So, da hat ich eigentlich alles geklärt. Und auf einmal hängen die mit den Rockern und schießen mit gegen uns. Ach, hier, Boni. Ja, ja. So, jetzt könnte er Waffe ziehen. Warte mal, die Boni auf dem Farmhaus. Ja, ja. Nö, nur Rocker. Hat man die... Eine Gang wohnt hier in einem Farmhaus? Im Norden? Oh. Kopfschmerzen. Ah, 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 Junge. Wo war ich? Ich war noch nie da oben an der Dings. Ach so, mit Macken alles GmbH. Ja, aber war ja keine Gang. Kommt ungünstig. Ach, Quatsch. Meine guten Tage sind eh vorbei, was das Knattern angeht. Ich bin eher so der Röstler. Jetzt komme ich wieder im Game und dann dicke Knitterrei. Stimmt, vielleicht hört das Erdbeam jetzt auf. Mal gucken. Aber ich habe schon im Chat gelesen, das kann an den Treibern liegen. Und ich mache die nachher mal weg und lade die neu runter. Oder ich stehe allein, das ist doch egal. Tschüss. Vielen Dank. Ja, dann musst du mich auch abstichen. Ja doch, da waren welche. Wo denn? Andere Seite. Ja. Was haben wir geredet? Okay, ich hab auf jeden Fall drei Waffen. Und? Wir haben den Waffen abgenommen. Ich glaub's am Erdbeerfeld, die fahren aber ja, die sind da, ja? Das ist sehr gut, gut, dass die ja nicht da sind. Nee, hier bin ich falsch. Wo ist mein Auto? Egal, egal, egal. Waffe hier, zeig, zeig. Ein auf Schuss, widerlegen. Ich nehm Craig mit. Ist das hier ne Gang? Ja, das sind die Mexikaner. Wir rufen aber die Büchse an. Sag nicht, dass wir suchen, ne? Tick, tack, tick, tack. Mach das schon den ganzen Tag. Warte mal, du hast den jetzt angerufen und Tick, tack gesagt? Ja, der Pischer hat damit angefangen. Er hat gesagt, ich rutsche halt mal über den Römer. Da meint der, ja 37 Minuten oder Tick, tack, tick, tack. Na, dann halt dich mal ran, viel Zeit haste nicht mehr zum rüberrutschen. Lost Nord. Lost Nord. Was ist denn Lost Nord? Start? Nee, das ist, äh, Nordchapter von Lost. Das ist diese, ähm, hier die, die Wohnwagen-Siedlung. Hm. Wie viele Chapter haben die denn? Lost Nord und Süd. Ja, und in der Stadt, oder nicht? Ja, das ist Süd. Achso, ich dachte, dieses Yellowjack ist so ein Ding. Von denen. Ja, das ist der Treffpunkt von allen. Hm. Da pissen die sich gegenseitig an. Mhm. Wir sind auf die Kuttern, damit sie weich bleiben. Weißt du, wir kuscheln am Junkiepark mit den Yardis und verstecken uns. Und die kuscheln alle im Yellowjack. Ja, was ist los? Okay, dankeschön. Okay. Was war denn da drin? Das sind normale Pistolen, oder was? Okay, wunderbar, dankeschön, bis los. Bis nachher. Kriege reingeschossen. Da wird geballert. Jo. Weiter, weiter. Wir fahren, wir fahren voll das, voll das, voll das. Junge Idioten, warum steigst du denn aus? Der hat mich umgehauen. Wer? Die Tür? Der hat mich rausgezogen, Tyrese. Hä? Nein, nein, ich bin vorne. Ich bin vorne, du Spinner. Ich bin hinten rechts, bin ich. Ja. Uh. Lass dich drüber reden, bitte. Okay, fahr weiter, fahr weiter. Tick-tack, tick-tack. Tick-tack! Polizei Heli in der Luft. Ist der verbunden mit den anderen Autos? Nee, ich dachte du. Sollten mir denn nicht helfen? Nicht, dass die verbluten. Das wär schade. Ey, war das jetzt mein Büchse? Der geht nicht dran. Jo, dat wir connected sind. Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf dich. Wie echt war der jetzt wirklich dabei? Äh, Craig ist bei uns mit hinten drin, da ist bei uns eingestiegen. Oh, die Krupper. Woher wissen die so schnell, dass die da sind? Ja, weil die mit den Cops kuscheln. Die Sacken beim Esty. Folge ich nur dem richtigen Auto? Ja, du folgst dem richtigen Auto. Pferderennbahn. Alle dude? Falsches Auto. Das ist ein falsches Auto, die Dude. Er sagt auch noch, ja, richtiges Auto. Wo sind denn Folders Nummer? Ähm, die Pferde Ranch. Pferde Ranch. Fahr weiter. Es ist nicht gut, dass es hier vorbei war. Wir sind jetzt Yellow Jacks. Sind das unsere Jungs da? Hier rechts. Ja, hättest du ja sagen müssen. Nee. Doch? Nee. Warte mal, der ruft an. Ja, ha? Ja, wo bist du? Wo bist du? Wir sind, äh, in der Reihe, in der Autoreihe. Alles gut, du fährst auf. Ja, ich fahr außen rum. Du fährst außen rum? Sag mal in deinem Auto, dass die Cops da auf dem Weg hinsen. Oh mein Gott, richtig viele. Wir sind auf dem Weg. Oh ja. Ähm, wohin sind die Cops auf dem Weg? Ja, die fahren alle gerade im Norden. Wir sind auf dem, auf dem Ost Highway. Achso, wir sind gerade, ähm... Pass auf, gleich kommt rechts ein Feld. Wir sind gerade in der Grand Sonora-Wüste da beim Kleidungsladen. Hm, wir laufen, ich glaub von hinten dran. Wo seid ihr denn? Ihr könnt schon vorfahren, ne? Wir sind Grand Sonora, äh, beim Autohändler. Der Moor hat noch irgendwo Kopfschmerzen. Ja. Okay. Der Moor hat Kopfschmerzen irgendwo. Ja, wir können hier eigentlich warten. Kommt ihr auch? Nein, wir kommen... Mila, kannst du mir bitte zuhören? Nee, ja, jetzt. Wir sind... Wir kommen von hinten angelaufen auf... Egal. Ihr seid noch da? Nein, wir sind nicht mehr da. Es wurde gesagt Pfulders. Pfulders? Äh, wurde gesagt Pfulders, Leute? Weil die sind da, die gehen da gerade von hinten aufs Gelände. Nein, wir gehen noch nicht aufs Gelände. Oh, hast du doch gesagt! Von hinten aufs Gelände. Wenn ihr da seid, kommen wir von hinten aufs Gelände. Achso, okay, achso. Da sind aber Koppers, Koppers. Da sind Kops, Leute. Kops bei dem Pfulders und Medizin. Nimm erstmal die Masken ab. Ja. Du Scheiße. Dann fahren wir 49ers. Was ist ein 49ers? Das sind doch eine Eastside, ne? Ähm... Ist 49ers Eastside, Leute? Mila, warum telefonierst du mit mir, wenn du keine Ahnung hast? Ja... Ich sollte dich anrufen. Äh... Postamt. Ein Auto? Was für ein Postamt, Alter. Oh, keine Ahnung. Ich sag auch nur das, was mir gesagt wird. Äh... Warte mal. Okay, jetzt sind wir mal in Ruhe, sonst rast ich gleich aus. Wo seid ihr? Wo sind die drei anderen Autos? Wir sind Grand-Sanara-Wüste. Wir sind Grand-Sanara-Wüste. Wir sind Grand-Sanara-Wüste. Ja, ja, ja. Was für eine Mauer-Wüste? Äh... Okay, ja? Handy-Laden oben in der Stadt. Rechts davon das Postamt. Handy-Laden oben in der Stadt. Rechts davon ist der Postladen. Und da wohnen die 49ers. Okay, und wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wir fahren da jetzt hin. Okay. Wir fahren da jetzt hin. Okay, wir fahren noch nicht. Dann wartet. Ihr seid warten. Ihr könnt euch in die Nähe aber schon mal stellen. Ja. Wir fahren gleich bei diesem Folder-Typen vorbei. Hier leuchtet alles. Sieht nicht so aus, dass weiter was los ist. Mhm. Äh... Warte mal, die 49ers waren nur eine Easter-Jungs, oder? Nein, nein. Die sind umgezogen. Die WOM haben die rausgeschossen. Lass nicht drüber reden. Milna, bist du im Telefon? Ja. Wer ist denn noch... Boah, wer ist hier so laut? Rademeister... Ja, den krieg ich erreicht. Ja, wo seid ihr jetzt? Ja, ich weiß, wo geht's dann hin? Wir sind am Ammonation. Okay, wir... Okay, wir sind Ammonation 49er Hood. Wir haben Craig im Auto, übrigens. Okay, perfekt. Gut, wunderbar. Dann bleib ich erst mal mit dir am Telefon. Milna, ich lege auf, wir haben jemanden anders am Telefon, ne? Jo. Okay. Autsch, liebe Cousin. Guck, warst du noch eine Ibu für dich? Ähm, da sind Cops vorbeigefahren, dann sind wir vorne rumgefahren, da war nichts mehr. Gebt ja einer. Da standen nur Autos. Wer hat mir eine Ibu im Nacken geworfen? War der Falsche. Die ist voll an Tyrese seiner Stirn abgeprallt, sorry. Ich bin so hart, ich hab das gar nicht gemerkt. Ich hab immer noch was bekommen. Warum fahren wir jetzt zu den Full-Denilners? Gucken, ob die sich da verkriechen. Wie, die hängen auch immer an den Ruckern zusammen? Alter. Ich schätze, ich weiß es nicht. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich ruf den Böchse nochmal an. Ich mach mir langsam Sorgen um den Kerl. Ja. Ich hörte es, also jetzt zur Erklärung, der Badermeister hat mir das auch gerade nochmal gesagt. Ähm, für dich zur Erklärung. Ähm, wir haben die Info bekommen, dass da... Äh, okay. Ich sag dir das noch nicht. Sag mir nur, ob die alle mit den Ruckern zusammengehören und ob die sich eine ganz große Gruppe gebildet haben. Alle. Okay. Weil dann steig ich auch raus. Bei den anderen bin ich gerade nicht ausgestiegen, weil ich nur die Rucker... Wegen Grüße. Ja, alles gut. War das mir in meiner Evo passiert? Ich habe die Maut rumgeschmissen. Ich weiß auch noch welche rum. Schmeiß aber diesmal richtig. Jetzt hab ich wohl da einen. Oh, danke dir. Ja, ich hab auch einer. Okay, jetzt hab ich zwei bekommen, eine halte ich fest. Ich hab jetzt den Wohlen geworfen. Auf was warten wir? Auf Mo. Aber so wie der Badermeister gesagt hat, liegt der wohl. Wer liegt? Mo. Obwohl der halt Kopfschmerzen hatte. Okay, der liegt nicht. Der liegt nicht. Okay, wunderbar. Klar, vielleicht liegt das hin, weil der Kopfschmerzen hat. Das könnte sein. Also verstehe ich das richtig. Die Rurka sind mit quasi einem verbündet. Ja. Und alle gegen uns. Ja, wir müssen zu der Jadisut. Hä, warum? Weil die uns gerade geholfen haben oben bei den Maxis. Die haben die Cops abgelenkt und die haben gerade Schießerei. Was, mit den Koppers? Ja. Ja. Aber wir sind die ersten Poets, ne? Ja, wir sind die ersten. Poets ohne auf Koppers, alter. Oh, oh. Ja, auf Koppers ist bitter. Ich will nicht auf Koppers. Ich will auch nicht auf Koppers. Das wird teuer. Hat jemand die Milas Katze im Kofferraum? Ich weiß nicht. Ne, warum? Miau. Milas Katze, bist du da? Ich hab keine Katze gehört, also alles gut. Miau, miau. Wir waren bestimmt da irgendwann im Ammonation. Milas Katze, was machst du im Kofferraum? Miau, 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 miau. Sind die Koppers jetzt schon da? Weiß ich nicht. Hm, da ist schon mal ein Auto. Warte, meiste, sind die Koppers da? Pssst. Moment. War eine telefoniert? Ja, die laufen Richtung Hafen. Ja, Hafen ist gut. Metallbrücke, Rancho, Richtung Hafen. Bülferarbeiter. Ja, einer muss mich von euch lenken, ne? Ja, ich hab Navi angemacht, links rum. Achso. Da wird geschossen. Oh, da. Maske, Maske. Der ist alleine. Okay, der ist nicht mehr alleine. Der ist nicht mehr alleine. Der ist nicht mehr alleine. Sind wir Nomaten? Wie lange brauchen die? Wie lange braucht ihr? Die sind gleich da. Gleich. Eine Streife steht am Anfang der Metallbrücke, eine ist drüber gefahren. Da läuft ein... ...Effabiler oder so. Ja, da wurde geschossen. Die haben die, glaub ich... Ne, die haben abgesperrt. Da liegt einer. Hau ab, hau ab, hau ab, da sind zu viele. Ja. Ja, hier liegen ja die auf der Brücke. Zwei, glaub ich sogar. Vor uns nur einer. Ja, keine Ahnung, wo sind die? Bleibt ihr? Wir sind gleich da, was für Lutscher. Die fahren über die andere Brücke. Ja, wir können... Wir fahren über die linke Seite. Wir können nix machen. Ja, wir können höchstens durchbrechen, ne? Wir können nix jetzt nur, wenn ihr jetzt... Nein, nein, tu's. Nicht. Wir haben Cops wahrscheinlich. Lass sie vorbeifahren. Maske ab. Nö. Gehst du hier nicht Maske ab? Ich habe ja ab. Ja, wir machen die weg. Wir haben Cops hinter uns. Sollen wir die wegmachen? Nee. Mach erstmal nicht. Ich würde sagen, Masken ab. Ich habe meine auch ab. Jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier. Oder oder? Achtung ab, geht weg, geht weg. Tamiis, halt deine Schnauze. Echt? Unter Druck. Bitte. Wir sind hinter denen, glaube ich. Aber wir haben keine Kommunikation zu denen, ne? Zu denen ja, die sich glaube ich nur vereint sind. Nein, John, ich rede von unseren Leuten. Ich habe zu Bademeister. Zieht ab, Jungs. Das ist nicht euer Bier. Zieht ab. Dexus sagt, wir sollen abziehen. Das ist nicht unser Bier. Ja, den hab ich nicht gesehen. Digga, das ist nicht euer, ja. Los. Ja. Das ist nicht. Jungs. Ja. Mach mal weiter. Ich sehe ihn. Der hat die Hände hoch, der hat die Hände hoch, beruhigt euch, der hat die Hände hoch. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, ich habe Dexus auszusehen angefahren. Ich drücke jetzt eine Funktaste und ich lasse sie los, sobald du gesagt hast, dass der Helikopter abziehen soll. Hast du mich verstanden? Ich drücke die jetzt. Ich bin der erste Überlebende. Kein Problem, Jungs, kein Problem, Jungs, täusche immer gerne. Ach, Hase, das ist... Was zum... Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf jetzt. Nein, 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 sowas sagt man nicht. Man sagt nicht Hurensohne. Nein, nein, nein. Wer hat das gesagt? Egenen Crop auf dem Boden. Welcher, welcher? Hat Hurensohne gesagt. Oh, oh. Na, 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 na. So was macht man nicht. Ah, ah, da ist ein nein, nein, nein. Schlechte Schule. Wir müssen doch guten Anstand haben. Wir können ja wahrscheinlich gleich die Rückkehr zur Verstärkung rufen. Ja, das ist unsere. Ich kann nicht fahren, ich kann nicht mehr fahren. Okay, ich fahre, ich fahre. Oh mein Gott, was ist da hin, Loha? Ich muss immer mitfahren. Kannst du mich hören? Einer muss dich mal um den kümmern. Geht's dir gut, hallo? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mich verbinden darf. Aber ich muss mich ja verbinden. Wer glaubt, einer wollte? Achso, okay. Das ist unser, glaube ich. Ja. Ey, Jungs. Einer muss mir helfen. Willst du auch helfen? Ich glaube, ich wurde getroffen, ich weiß nicht wo. Stütz dich bei mir ab, ich spring dich zu dem zweiten Revolter. Ne, und hier. Meine. Wurden welche von euch getroffen? Ja, hier. Ich wurde getroffen. Ja, hier der Affe ohne Oberteil. Komm, wir setzen schon mal ins Auto rein. Ja, komm, wir heben den Beidruck. Du von der einen Seite schon andere. Halt schon einfach fest. Was, ja. Ne, der andere. Und der andere. Halt schon fest. Hinten am besten. Ja. Glauben auf dem GTA 5 online server dich, dich so weghauen. Ja, Bruder, was willst du hier machen? Ich kann's keine Rolle, nix machen. Ist alles nicht gedingt. Und ich hab jetzt noch nicht wirklich... Warum auch? Warum auch? Warum sollte ich jetzt irgendwas machen, was schwitziges ist? Ja, ja, da können wir, da können wir. Mit der größte Freundin der Witz, ne? Ja. Wo wurdest du getroffen, Curtis? Boah, keine Ahnung. Aua. Ich mach mal das Blut von der Brust weg. Schau mal her. Für, äh, Sirenen. Mach dich mal ein bisschen zu. Ja, aber... Mal gleich gucken, was wir mit dir machen. Boah, warum gegen Cops, man? Ja, hab ich auch gesagt. Hab ich auch gesagt. Ich grüße die Gemeinde. Das sagen viele. Wer hat denn den Call gegeben? Keine Ahnung, aber ich mach... Ja, die beiden haben, was wir jetzt geholfen haben. Irgendeiner hat den Call gegeben, wegen den Jadis irgendwas. Ja, ja. Aber alle tut, alle tut. Geht's dir gut? Ja, ist nur nicht so schlimm. Wurrst du angeschlossen, oder was? Ja, ich hab mir grad erstmal provisorisch zugemacht. Wir müssen aber gleich unbedingt zum Ars mit ihm. Streifschuss nur. Okay. Dann ist gut. Ich bin ja eigentlich auch weg. Keine Ahnung. Ja, aber da liegen noch welche. Nein, nix, Cousin. Auf Unity wird nicht rumgekickt, Junge. Das ist hackerfreier Server. Geh weg. Ich bleib erstmal bei dir. Nein, ich will nicht eng. Da ist ein Helikopter. Ich bin auch nicht zu schwer verletzt, aber ich spiele da trotzdem sowas. Zumindest hat der Charakter geblutet. Warum gegen Koppers, man? Ich seh hier einen Jadis auf dem Boden. Helikopter Richtung Hafen. Und wir sollten lieber abhauen, ja. Wir müssen weg. Wo ist jetzt hier, Digga? Darice, hier rüber. Hier rüber. Andere Revolta. Mir tut so leid, dass ich aus Versehen Dexus abgebrettet hab, Junge. Darice, andere Revolta. Ja, ja. Und jemand setzt halt. Warte. Habt ihr... Warte mal. John hat aus Versehen Dexus gesagt in der Pläne. Oder hast halt seinen Spitznamen und hab ich das nicht mitbekommen. Egal, hinter Fahrrad. Jetzt ist hinter Feuer, Junge. Der läuft doch vorne. Wie lange braucht ihr denn, wenn ihr hier noch... Aua. Ach komm, du bist so. Habt ihr noch Platz? Du Bixer. Er tut so, der hat das eh... Hatte... Ja, okay. Der Jugeler müsste... Müsste Storium gehen. Ja klar, Kehrs, weil das aus Versehen natürlich, Alter. Ich hab noch nie jemanden angefahren. Aber das tat mir so leid, weil ich richtig gehört hab, dass er sich aufgeregt hat. Man sieht das ja auch. Ich guck ganz woanders hin und ich bin ganz langsam gefahren. Und der ist halt ausgestiegen. Der Trottel. Ich hab den echt krass übersehen, Mann. Elikopter ist noch da. Das gibt eh Weggas. Fahrt mal, fahrt mal, fahrt. Fahrt, fahrt. Holt. Was sollen wir hier treffen? Der Jugeler hat... Sollte mir nicht in der Nähe bleiben? Aua. Der Bademeister sagt, wir sollen fahren. Okay. Wir haben den schon gut geholfen, da. Dann hat er sich wahrscheinlich aufgeregt, dass wir uns eingemischt haben. Koffe, der Blöckseck kommt durch, Tor. Weil übrigens ledged ist, ne? Wie den Polizisten. Geht's euch gut? Könnt nicht besser sein. Ja, Kehrs ist nicht. Der Schleifschuss. Ja, aber ist nicht so dolle. Ja, was nütz. Ich hab mich nur erschrocken, weil ich von Rot gesehen hab. Weitermachen. Also mir geht es super. Ja, lass erst mal Verband holen für den Kerl. Lass erst mal um den Kerl, Mann. Ich hab aus dem Auto geklaut. Ich hab aus dem Polizeibende angelegt. Ich hab aus dem Polizeibende angelegt. Ich hab auch noch Verbandskasten geklaut. Ja, er hört es hat, Schoko. Er hat, entspannt euch. Wo ist er denn? Bei mir, linker Revolta. Ja, wir sind... Revolta, oder nicht? Den Jugo da. Ja, wo sind sie jetzt? Das ist Johnny... Äh... Wartenmeister, wo seid ihr? Wir sollen fahren. Wir sind noch alle weg. Reden wir mal um. Wir geben noch Gleitschutz ein bisschen. Okay. Okay, wir nicht, wir nicht, wir nicht. Wir haben Koppel uns auf Brücke. Wir sind weitergefahren. Da sind noch mehr Bohlen aufgetaucht, ne? Die brauchen noch mal Escort und die Jungs, da wird's da. Ey, lass mal hier jetzt erst mal weg. Ja, ja, weg, 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 weg. Bleib stehen. Warte auf, wir sind drei Autos. Weg zu 49ers. Wie geht's? 49ers. Scheint so, jetzt hätten sie ganz viel Ärger mit Leuten. 49ers, wenn es nicht gut geht, soll er aussteigen. Hä? Oh ja. Wem es nicht gut geht, soll er aussteigen. Wir fahren jetzt sofort hier einer. Alles tut man nicht. Alles tut man nicht. So schlimm ist nicht. Okay. Die wollen wir ja nichts machen, sagt Bademeister, weil da so viele eigene liegen. Ja, ich bezweifle auch, dass er jetzt noch mal ein Geboten hat. Oh mein Gott. Was zum... Hä? Äh. 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 Alles gut anscheinend. Ich hab von der Story nix mitbekommen. Ich hoffe, dass das alles so stimmt, wie die das sagen. Äh. Ja, ja, ja. Denk ich mal. Denk ich mal. Ja, bei uns ist alles gut. Ich bleib im Auto sitzen. Wo ist der vierte Wagen? Komm. Fährt hoch. Der fährt hoch. Das ist, glaube ich, hinter uns gerade hochgefahren. Ich bleib nur im Auto und ich werde nicht rumrennen. Okay, alle Tüte. Tüte. Nix da. Nix da, nix da. Voll das, voll das. Voll das, voll das. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum. Aber ich hab ein ganz starkes Gefühl nach Vegas. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich hoffe einfach nur, dass das stimmt, was die erzählen. Sirenen rechts. Okay. Oder zum seinen Song. Oh mein Gott. O mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo wollen die denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. wenn das so ist wie die mp sagen weil ich nicht weiß auch so lange nicht alle verletzt sind dann kann man nichts mehr machen ist auch da mit den kopf gerade zwei gruppierungen gegen polizei ist erlaubt noch in dexter schätze geht es richtig hat ja die rp-polizei ringen sich halt auf der eine kopf lager auf dem boden gerade und sagt huhr an sohn alter an keinem haben nur kranke magma von den regeln biowazard wenn ihr irgendwas illegales dabei habt musst du halt gleich loswerden was für nen rucker hier mit denen haben die auch ja die gehören alle dazu ich war dass die gehören alle dazu auch nix da oder wir gehen mal gucken ich bleibe im auto bleibst du bei ihm nein du brauchst nicht bleiben wenn das stimmt sollte mit was ich gerade gesagt damit um rp mäßig dass die ganzen gruppierungen gegen uns dann ist das oh mein gott alter was wir das denn hat mich erschrocken bei der explosion war eine handgranate aber chat ich habe eine bitte wenn ihr bei dexas aufschaut unterschreiben irgendwelche rp-polizisten ja so schmutz und blablabla bitte fangt kein chat krieg oder sowas an und diskutiert mit irgendwelchen leuten so wenn das einer klärt dann sind texas und ich das und dann im support gut feierabend weil dann habe ich nämlich eine server regel gebrochen krieg dafür meine bestrafung klärt hat bitte nicht unter euch in irgendwelchen twitch hat ok weder dexas hat bock darauf neu ist keiner gefallen er freut sich der täschen ja ich will sein chat auch nicht sehen macht einfach nur kein krieg mit irgendwelchen anderen zuschauen so make love not work er sagt selber schmutz ja dexas kann ja sagen oder möchte ist doch auch egal bei dexas vor junge junge die stelle ist so ekelhaft hier ne da hat ich hatte nur gedreht ich bin nur ww der beste ist das ist auch keine kürzschmerzen hunter weiß ich nicht kann es mir auch egal ich arbeite nur im rahmen der möglichkeiten wo ich ganz schnell in solchen ich sag mal stresssituation dran denke was regeln und so betrifft wenn ich eine regel gebrochen habe dann gebe ticket navigas ganz einfach wir parken erstmal hier die autos was gut gehört das ganze laufen und das linke schulter jetzt nicht gut ja ich würde ja ist nicht so schlimm ist nur ein kleiner kratzer jetzt sind verletzt bist du dir sicher die haben letzten geht es auf jeden fall jemand drüber gucken aber jetzt bin ich gerade unter strom dass die die hat es da glaube nicht ich kann auch mal telefonieren ja brauchen wir aber wir kriegen einen ja wie geht es euch gut gut holt ihr einen ran ich wurde nicht getroffen das sind eure ganzen jungs ja weg alle aber haben wir schon einen arzt ich weiß nicht knast oder sicher kann ich was fragen ja 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 wir sind die nadis jetzt zu hilfe gekommen weil die oben als wir zu den rocker wollten die kops quasi als wir bei den maxis waren ok wir wurden von den kops hochgenommen sind abgehauen dann ja ging es halt los die kops haben auch angefangen mal wieder wow was meinst du auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall ja wir wurden direkt weggerammt digga alles ja das ist deren job ne ja 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 wir waren gto und das ist jetzt kein die haupte wo man weg haben muss hier kommt ein auto hier kommen ich habe jetzt meine probleme mit lp ich bin verletzt und kann Johnny nicht boxen alles ok ja linke schulter streifschuss zieh maske ab oder kannst du nicht beruf mir mal angeln beruf dich wo ist ich dich hin so aber ich war panik weil ich blut gesehen hab und ich dachte ich bin schwer verletzt die mischen sich auch immer ein keine Möglichkeit irgendwas zu ändern ja ich weiß das ist keine Ahnung was für eine Oma die hier im Auto nur als Info ne für dich auch ne die Cops haben wie gesagt vor kurzem als sie auf uns geschossen haben also mehrere von denen nur auf zwei unbewaffnete von uns als sie auf uns geschossen haben demnächst gemacht die Cops sind hingegangen sind hingegangen und haben mit denen heute ne Falle aufgestellt deswegen wurde auch der hab ich nur gesagt vorhin und was auch noch gewesen ist wahrscheinlich werden die alle in ihre Butzel da reingerannt und die Kompass hergekommen das ist viel zu heiß hier ne guck mal da vorne da sind grad drei Autos vorbeigefallen wenn Max gehts euch gut dann lasst mal kurz wegfahren wir kommen gleich wieder was wie wo fahrt ihr hin? Nila? ja ich wurde bisschen getroffen was ist ein bisschen getroffen? dann brauchen wir fünf einen Arzt ne halbe Kugel hast die getroffen haben wir noch Jazz oder so? die Ärzte die ich hab die sind alle an den Strach ja auch nüch auch nüch ich glaub ihr habt euch den Büchse getötet haben wir ins Maul alter jetzt haben wir Büchse wie gehts dir? du hast es gesagt streif schon aber das hat geblutet die Sau ich hab schon verbannt rumgemacht ok 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 ja welcome back in the park würd ich sagen an der Stelle einmal ey diese pinke Krawatte fühl dich irgendwie was soll das am meisten back in the park ich bin immer noch keine Ropeln die Rope scheiße auf euch imma Ropel imma Ropel hast du jetzt scheiße auf uns gesagt? ich bin mitgefahren wegen Goofy und Rocker und nicht um auf Jadis zu beschützen vor den Cops mhm irgendwann revanchieren die sich wie die haben uns allein schon oben den Rücken freigehalten dass die uns da nicht alle klar gefahren sind ja das hab ich aber voll nicht gewusst nicht so wirklich trotzdem ist das nie gut um Polizisten zu schießen hat das immer gut und der eine hat zu mir Huren so gesagt oder? ja siehste merkst du selber was das für Drei Scheide sind egal mit wen wir schießen sind irgendwelche Polizisten da und schießen mit heute war es mal andersrum richtig, heute wurden die gefickt heute konnten die mal nicht zu Ende bringen was da angefangen wissen wir mal wie es uns immer geht kein Unfall ja ne da kriegen die erstmal hier 270.000 Dollar Strafe ne würd ich mal sagen ja richtig jeder, jeder Mila ist schlimm? mhm? hast du eine Schlimmverletzung? ich hab eine Kugel abbekommen ey guck mal Mila hier guck ich mal nachher schon mal zusammen da ne pack die nicht einmal in deinem Wichsgefühl du bist nicht desinfizient ne sie sind desinfiziert das ist wie ein guter Motor ne das Öl ist gut für den Motor so weißt du wie ich mein ich guck mal die Büchse hat mich gerade angerufen 2 Millionen wenn ich dich ausliefer Oh, der Büchse, den muss ich mal zurückrufen. Der will dich. Da ist er. Da ist er. Okay, ich kann das doch nicht. Wir brauchen das an. Da bist du auch kein Moped, was du zusammenschraubst. Ich rufe die Büchse an. Die Ärzte sind gerade schwierig, die sind alle am Hafen. Was machen die denn da? Ich weiß auch nicht. Also ich würde, wäre jetzt erstmal dafür, dass wir in den Park gehen. Ich brauche nicht dringend einen, aber Mila. Er klaut Mercedes um, Kratzer, die erkennt das Outfit direkt. Hab ich gerade gekauft, der ist im Kleidungsplan. Ach so, ja, dann ist er gut. Auch, auch, auch. Können wir nix machen. Kriegst korrupte Bullensteine. Erreichbar. Oh, warte mal, Simon. Der ist auch nicht erreichbar. Nee, Riley. Aber der fängt auch 1000 Euro in der Xbox. Was? 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 Ach du. Was? Nee, fühlt sich genauso kacke an. Mann, ich hab noch nie in meinem RP-Dings jemanden angefahren. Also auf jeden Fall nicht so. Das war echt unglücklich, Alter des Todes. Ja, bitte. Du bist der beschissenste Arzt überhaupt. Das ist kein Arzt. Warte mal. Jetzt. Pass mich nicht. Hör auf. Alter, da müssen die Hände rein. Ich mach das jetzt. Okay. Nein. Kann jemand noch einen Verband bei Meldung machen? Lass mich das machen. Ich mach das. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ja, bitte. Ja, ja, ja. Wir halten uns nicht mehr zurück. Wir gehen voll drauf. Ach, man verband dran. Alter, ich hab hier noch ein bisschen was. Warte. Dann geb ich jemand nochmal drauf. Amardini, ja. Dankeschön für 100 Bits. Es kommt ein Arzt. Es kommt ein Arzt. Es kommt ein Arzt. Es kommt ein Arzt. Adios. Und für die Wii-Subs. Mir, das wäre fast durch gewesen. Nila, lass mal den Feldarzt gucken. Alle die, die bleiben los damit machen. Diese ganzen... Ich verstehe. Das kapier ich aber nicht. Was denn? Wer macht mit den Druckern? Wer... Das ist eine ganz große Gruppe. Irgendwelche Ganks noch. 49ers und so? Folter und so? Ei. Alle die, die wir da zusammen gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch, Mida. Du hast den Schuss abbekommen. Danke. Jutz, ich kann auch nicht mehr machen. Die Kugel ist aber draußen. Ja. Ach, wenn ich Besteck hätte, könnte ich die raus holen. Die ist schon draußen. Die ist draußen. Hier, hier, Mida. Ey. Zahnriemer hat den Besteck. Unter dem Kissen, Ding. Ich meine, ich hab ja... Unterm Kissen. Unterm Kissen. Der ist eine perfekte Stelle um den Krabot. Ich kann nicht. Ich bin verletzt. Hm. Ich kann dir jetzt nicht so viel sagen. Ich kann dir nur so viel sagen, dass alle die, wo wir heute waren, mit dazugehören. Und die verbrudern sich? Ja. Gegen uns? Ja. Die Addis haben nichts damit zu tun. Hm. Jetzt wobei? Ja, bei dieser Rocker-Geschichte. Nein. Also nur wir gegen den Rest der Welt. Ja. Und das hat nämlich für euch den Kauf. Wir nehmen für euch das. Und das alles, weil die auf uns geschossen haben? Ja. Ich frag mich so oder so, warum die auf uns geschossen haben. Da standen Lukas und ich Mann. Ich weiß, an dem Abend sind wir noch rein. Da standen mehr, Mann. Das waren mehr. Als 20. Wir sind an dem Abend, wo die auf uns geschossen haben, mit 8 Mann da reingegangen. Danke. Du hast nämlich keine Ahnung, wo du redest. Raus. Und die haben sich in ihren... Wenn ich fülle, fahre ich hier alles um. ...eingeschlossen. Oh, 8 Mann. Hast du füllen aber mitbekommen, ne? Willen die da in den Laden reinrennen? Und die Kurpas da stehen? Oh, ich glaub, der wirkt jetzt tot sein Handys aus. Dass das nicht zuhört, auf irgendjemand von uns geschossen wird. Und wenn das passiert, dann kriegen die doppelt und dreifach wieder. Und für den hat noch keiner versucht anzurufen, das zu klären? Nein. Nein. Vorhin war... Phil... Ich glaub der... Giffy... Du weißt halt, dass die da oben waren. Der hat Giffy wurde angeschossen, deshalb bin ich mitgekommen. Jaja, die waren da oben. Aber bei diesen Mexis bin ich nicht ausgestiegen. Ja, aber hör zu. Weil ich wusste nicht, dass die halt zusammen gehören. Ja, aber du kannst davon ausgehen, dass überall wollen wir da irgendwo reinreiten, ne? Mhm. Dann ist halt nicht unruhen, verstehst du? Ja, ich war... Falls es dir aufgefallen ist, lang in Stahl, ne? Ja, aber das wird's ja hoffentlich jetzt ändern. Wir haben nur ne Rechnung offen, mein Freund. Wir haben ne Rechnung offen? Wir haben ne Rechnung offen. Ich glaube, die Rechnung, die begleiche ich gerade, ganz schön. Nein, das ist ein Ding zwischen uns. Ja. Und das war auch meine Entscheidung, da reinzugehen. Ich hau dir trotzdem meine Fresse, Johnny, mir egal. Und allgemein, dass ich dich anrufe, ne? Du weißt, ich würde sowas sonst normalerweise nie tun. Und kommst du mir so nah, willst du mich küssen? Ja, gib her. Deine Zunge. Wir haben trotzdem nur ne Rechnung offen. Mann gegen Mann. Ja, Mann gegen Mann. Willst du dich prügeln? Ich bin verletzt. War klar, dass du auf nem Verletzten gehen willst. Ach, Mann, du kannst auch nicht verletzt sein. Mhm, ich hab trainiert. Mhm. Das werden wir ja sehen. Ist auch scheißegal. Was ist das? Aua, schon viele Hilfe. Ist nichts Tolles. Rechter Arm. Rechter Arm. Ja, du musst den Verband abnehmen. Ist auch nicht tief. Aber war ganz viel Blut. Ich hab mich erschrockt. Geboren! Bist du erschrocken geboren? Mach den mal sauber, ja. Nein, du kannst mich nicht wascheln jetzt. Ach so. Was hast du denn gedacht? Ich hab gedacht, du willst mich wascheln. Ist ein Durchschuss. Glückwunsch. Was, Durchschuss? Echt jetzt? Ja. Was heißt das? Dass ich's nähen kann und dann kann das verheilen. Ja, aber du kannst nicht hier nähen. Nee, aber im RTW kann ich dich nähen. Oh. Moment. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Wenn Mila, glaub ich, fertig ist, oder? Ja. Ja. Ja, Mila ist das drin. Und ein tiefer Glick Mila sitzt drin. Oh wow. Durchschuss? Mhm. Ich hab mit dem Finger dran rumgepummelt. Warum tust du so was? Weil ich gucken wollte, wie schwer ich verletzt bin. Oh man. Aber ich hab den Finger vorher abgeleckt. Das heißt, desinfiktioniert. Ah nee. Sind da Würmer drin? Ja, aber du hast auch... Ich wurde geschusseln. Erst wurde ich geschmissen, jetzt geschusseln. Und geboren. Hier bitte. Okay. Hast du Minze gegessen? Nein. Aus deinem Mund riecht es eine Minze. Wieso riechst du? Ich riech gerne den Mund. Ach so. Äh, Fabiaja, das sind alles so Medics, die zu ihren Dienst sind, aber das so Private-Dings machen. Weil deren Aufgabe ist ja, Menschenleben zu retten und deshalb machen die sowas. Ich kann noch ein bisschen Vanille riechen. Canela? Hast du Tee getrunken? Nee. Hast du Kogummi gekaut? Nee. Hast du Tee in der Post? Canela ist aber meine Haarshampo. Willst du meinen Atem riechen? Willst du meinen Atem riechen? Riech nach Schwanz. Riech nach Schwanz. Das ist die Zukunft. Ist das so? Weil du so viele Schwänze lutschen wirst in der Zukunft. Halt die Klappe mit deinem Schwanz lutschen. Ich wurde als Schwanz beleidigt. Warum? Wer hat das gemacht? Jemand auf dem Boden verletzt. Ernsthaft? Mh, der hat Huren so gesagt. Der hat meine Mutter beleidigt. Wollte ich den beißen, gell? Nein, ich beiße. Nicht beißen. Das war... Muss ich sterben? Nein. Tut aber gar nicht so weh. Ja. Vielleicht, weil ich nur ein Tadrin lieben bin? Wahrscheinlich. Du stinkst aus dem Mund wie... Ich welte, du würdest mich küssen. Nee. Nee, das macht die mit mir. Ja. Soweit ich weiß. Aber anscheinend weiß ich gar nichts. Und wenn da nichts mehr ist, dann... Warum trägst du immer den gleichen Pullunder? Jawohl. Bis später. Ciao. Weil ich vielleicht Medizinerin bin? Und das ist nicht immer der gleiche... Hast du Mediziner-Pullunder? Ja. Ich kann nichts dafür, ich bin so geboren. Du passt gut zu meinem Cousin. Ich hab einen. Nein, du passt gut zu meinem. Hast du einen Freund? Ja. Wie lange noch? Verlobten. Du bist nicht verlobt. Doch. Du hast da gar keinen Ring an. Doch. Augenringe hast du. Guck doch. Das ist kein Ring. Das ist ein Ring. Nee. Ich hab ne Legokiste. Ich hab zwei. Deswegen ist das meine. Das war wieder ekelhaft. Das ist nicht ekel. Ich putze immer Zähne. Mit was? Finger. Dann machst du nur einmal Finger über Zähne ohne alles... Borsten! Ah, jetzt tut weh. Okay. Jetzt kommt der Schmerz in mein Herz. Möchtest du eine Ibo haben? M-m-m. Das ist so ein Arter, Junge. Das ist so ein Arter, Junge. Das ist mein Ibo. Ich kenn den, der war Knast. Rammoyazalami. Bist du auch von Rammoyazalami? Bist du auch von Rammoyazalami? Oh, jetzt. Jetzt kommt's. Warum haben meine Brustwarzen? Wir können keine Kinder bauen! Was hat das damit zu tun? Ja, was ist deren Funktion? Ich schwere dich doch nicht über deine zwei. Es gibt Leute, die haben drei. Hm. Gut. Ja, die schwimmen viele nach drei. Naja, manche mögen halt Pürsinger drin das haben, ne? Als man, keine Ahnung. Ich hab nur einen Zungenpürsing. Soll ich den mal rausnehmen? Ich hab auch einen Zungenpürsing. Hast du gar nicht? Hab ich wohl. Dein ist nicht so groß wie meiner. Meiner glitzert im Dunkeln. Bist du ein Meerschweinchen? Warum quietschst du? Ne, die ist manchmal ein Schweinchen. Warte mal, knutschst du mit dem Jullen? Jetzt auch. Ihr seid verlobt? Ja. Du weißt schon, dass der jeden zweiten Tag mit drei Neu-Chicks zum Paar kommt, ne? Ja und? Das ist ja seine Sache. Hä? Hä? Ah, du Knutsch mit Jullen. Juck. Jetzt riecht dein Atem doch nicht mehr so schön. Wow. Jetzt riecht er nach Verwesung. Du kackt den Arsch. Warte mal. Küsst euch mal. Wieder kommst du durch. Gib dir nix an. Gar kein Ding. Hab ich gut gemacht, der Mediziner. Die soll dich erstmal fertig machen. Ja, genau. Nimm mal ein bisschen Moonspray. Nimm mal ein bisschen Moonspray. Will doch zahlen. Das war kein Moonspray. Ja, ja. Aua. Aua. Was machen sie mit denen? Lassen sie mich dann lieber machen. Der ist gemein. Lass den. Der braucht das gerade. Okay. Ich werd mich jetzt ins Kabuff bewegen, ey. Mr. Best, vielen lieben Dank für... Ich komm mich wieder ins Pissoir. Schatz. Wie viel war das, Schatz? Fünf, sechs, sieben? Sechs, sieben? Ja, sorry, Jay. Äh, für die gifte Zaps, Bruder. Ich hoff, die Leute haben sich bedankt. Ich pack mich auch noch. Was ist das für ein Auto? Fußnah gefolgt, vier. Jetzt werden wir abgeknallt. Ich lebe ein gefährliches Leben. Weißt du, welche Gang ich bin? Ich bin bei den Raupen. Echt? Raupen ging ging. Cool. Das passiert mich aber nicht. Du interessierst mich nicht. Milau. Sei nicht so frech. Wirst du überleben? Frech. Ja. Ich hatte einen Durchschuss. Durchschuss? Am rechten Oberarm. Okay. Durchschuss. Also gemacht hab ich schon, muss nur noch genäht werden. Die hat die Finger da reingesteckt und mich angeatmet. Gar nicht. Ja genau, das hab ich mir auch gedacht. Wie Jabba sagt. Okay. Äh, magst du mal einmal mit in den Härteweg reinkommen? Dann haben wir da eine sterile OP umgegeben. Okay. Mama seht ihr hier nicht auf dem Boden. Mila ist okay, oder? Das möchtet nicht. Was? Ich wollte nur aus dem Weg gehen. Aua. Jetzt muss ich die Tür aufmachen. Leine. Ich leg mich hin, ne? Ja genau, da einmal auf die Liege drauf und dann schau ich mir den Arm hier einmal an. Homisch. So, okay. Sauber gemacht hat die Kollegin gerade schon, richtig? Ja, aber die hat so ein komisches Mundsprebeln. Dann hat sie den Finger da reingesteckt. Und dann hat sie den Finger da reingesteckt? Mhm. Und dann hat die mich angeguckt. Oh mein Gott. So, das brennt jetzt ein bisschen. Dann hat die mich angeguckt und hat gefragt, ob mir das gefällt, Baby. Okay. Oh, okay. Und dann spüle ich das mal einmal durch. Damit da auch nochmal der Dreck rauskommt. Dann hat man hier mit dem Gerät da drunter, dass das alles durchläuft. So. Das sieht doch gut aus. So. Das können wir wie Menschen Pipi machen. Und jetzt wird das Ganze einmal abgesaugt hier mit dem Sauger, um da auch den letzten Dreck rauszubekommen. Gut, jetzt schau ich mir das hier ganz nochmal an, ob das nicht noch irgendwo blutet, ob da noch groß Blut sprudelt. Weil wenn das der Fall wäre, dann wäre da auf jeden Fall ein Gefäß verletzt. Und das sieht aber nicht so aus. Hat schon viel geblutet, aber... Ja, das ist normal. Das nennt man dann eine Fleischblutung quasi. Eine Gewebeblutung ganz normalerweise. Ja, eine Fleischpeiche. Wenn da jetzt... Ja, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber wenn da jetzt ein Gefäß verletzt wäre, dann wird das jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr bluten. Und dann wäre das ein größeres Problem. Aber das ist es jetzt erstmal nicht. Ah, das brennt. Ja. Ähm... So. Gut. Das sieht soweit aber in Ordnung aus. Das, was ich jetzt machen werde, ist einmal dort mit Jodsalb die Wundränder behandeln. So. Sollen wir da noch eine orterliche Betäubung machen? Ich muss das ja gleich nähen. Besser die Zähne zusammen? Okay. Oder sollen wir lieber auf Nummer sicher gehen? Die Raupen heute ist Farbe angezogen. Besser und besser betäuben. Okay. Dann machen wir hier einmal auch eine Betäubung rein. Jetzt hier einmal eine Spritze oben am Rand. Sag mir Bescheid, bevor du piekst. Ich piekse jetzt einmal. So. Einmal pieksen. Ganz wenig. So. Jetzt einmal... In der Wunde unten drin gibt es noch einen Pieks. Und zwar jetzt. So. So. Und dann einmal von der anderen Seite noch zwei Pieks. Pieks und Mais. Und Pieks Nummer zwei. So. Den habe ich nicht gemerkt. Na, sehr gut. Dann warten wir jetzt noch einmal kurz, dass die Betäubung ordentlich einsetzt. Und dann kümmern wir uns da gleich drum. Du bist ein verdammt guter Arzt. Dankeschön. Und das, obwohl ich nicht mehr Arzt bin. Du bist ein verdammt guter Doktor. Rettungssanitäter. Rettungssanitäter. Du bist verdammt guter Rettungssanitäter. Danke. Cool. Ich hatte schon mal 13 Schuss wohnten und der andere Typ hatte mir nur ein Pflaster gegeben. Eieieiei. Das war dann kein guter Arzt. Und Kochsalzlösung. Vermutlich war das dann gar kein Arzt. Nein, das war wohl, du Priester. Mhm. Mhm. So, ich drücke hier mal einmal vorsichtig gegen. Spürst du das noch? Mhm. Sehr gut. Und dann können wir loslegen. So. Hallo, wo ist Matt? Wo ist Matt? Wo ist Matt? Ich muss kurz... Wird das mit Nähmaschine gemacht? Nee, nee, nee. Das ist gute alte Handarbeit. Ah. So, ich muss jetzt hier einmal kurz... Wie im Horizontalgewerbe. Passt. Gut. Ja, das ist auch Handarbeit, das stimmt. Nur wenn man das bucht. Aber ich habe keine Ahnung davon. Man sagt auf jeden Fall, dass es da... Der lässt sich auf jeden Fall nicht aus der Rolle bringen. Das ist gut. Angeblich, ne? Im Horizontalgewerbe. Gut. Gut, ich werde dann hier einmal ein Antibiotikum mit in die Wunde reingeben, damit es sich von innen nicht entzündet. Das löst sich dann da drin auf und wird dann nach und nach die Wunde von innen ein bisschen verheilen. Dann kommt hier noch ein bisschen Salbe dran. Nein. Die wird Salbe an die Wundränder. Kommt durch. Und dann nehmen wir das hier einmal von oben zu. Kannst du so eine brutal geltend Narbe machen? So, mit Zickzack. Ja, so erzählte ich mich selbst. Das ist so. Lass mal ihn hier auch nähen. Hier mal so. Was? Lass mal sehen, wie gut das verheilt. Dann schubst ich dich wieder. Weil wenn man das immer wieder ein bisschen piekst. So, dann hinterher. Beim Heilungsprozess, dann wird dann eine hässliche Wunde. Dann beißt Zickz ihm wieder in den Nacken. Dann machen wir mal vier Stiche bei einer Eintrittswunde. So. Und dann einmal umdrehen. Mal den Arm hochhalten hier. Und dann noch vier Stiche. Jemand hat mein Auto aufgeschlossen. Auf der anderen Seite. So, eins, zwei, drei und vier. Und dann muss ich da einmal die beiden fehlen. Ich spür noch weh. Ich spür gar nichts mehr. Na, hervorragend. Mein Arm ist wie Gummi. Dann gibt's gleich trotzdem noch Schmerzmittel hinterher. damit ich den nicht merke. Und ganz wichtig, am 30.11. Müsst ihr einmal zur Nacht. Wann, wann? Ich hab nicht verstanden. Am 30.11. 30.11. Nein. Okay. Da müssen nämlich dann die Fäden wieder gezogen werden. Oben? Im Norden? Nee, besser nicht im Krankenhaus. Weil für diese Fälle hier wird es keine Akte geben. Ah. Machen Sie das schwarz? Wo? Nee, um Akte. Wo soll ich den Faden ziehen? Nee, ich zieh den schon. Oder meinetwegen kann ich auch irgendwer anders ziehen. Wenn ihr irgendeinen anderen Melding kennt, dann sagt ich dem einfach, dass da vier Stiche oben und vier Stiche unten sind. Bist du auch so ein Psyche gewesen mit Elf und hast das geguckt? Aber Mila hat auf jeden Fall meine Nummer bekommen und dann können wir mich anrufen. Hey, das ist mein Verlobter. Es geht doch nur darum, die Stiche zu hängen. Das ist doch alles gut, kein Problem. Na gut, dann können wir mal einem ausstecken. Guck mal, mein Name ist Begummi. Was geht am Begummi? Curtis. Wie geht's dir? Wegen dir wurde ich angeschossen. Danke euch, ne? Danke, misst du mich zehnmal. Und danke für ihn. Bis die Tage. Tschüss und meldet euch wegen dem Fehl. Die Raupins sind euch dankbar. Wir haben dreißigste. Dreißigste. Mila, was hast du denn? Ich hab eine Kugel eingefangen. Die war in mein Bein drin. Im Bein? Im Bein drin. Ich hol die nachher raus mit Zunge. Nee, die ist schon draußen. Ach so, ist die schon draußen? Die hat der Zahnriemen doch schon rausgeholt. Ich schon. Nee. Mit seiner Zahnspannin. Der Zahnriemen hat's versucht. Der hat die ausgeholt und der Arzt hat genäht. Durch geht's aber, Penn, haut da. Da geht's auch. Gute Nacht. Ich hab ein paar mich auch ins Bett. Euch geht's soweit gut? Ja. Ja. Okay. Ich komm durch, weißt du. Ich bin Harden-Name. Ich bin ein Kassel-Rapen-Gangster. Ja, Mila ist jetzt ein richtiger Gangster. Die wurde angeschossen. Gangster Gangster. Ja, ja. Oh, sie toast sie. Oh, oh, oh. Unser Auto schießt. Oh, Alter. In jeder Stadt, der neben mir beim Schießen, weißt du, die gegrenzt hat die ganze Zeit? Ja, wir müssen noch kurz quatschen. Ja. Okay. Unter drei Augen. Dann schlaf gut. Ist die morgen. Ja. Dann lass uns quatschen. Wo es ist? Wobei, wobei. Eigentlich hab ich geplant gehabt. Das hier ist ein Vier-Augen-Gespich. Hallo. Ach so. Hast du dich wieder mit Johnny vertragen? Nö. Warum? Okay. Eigentlich hab ich geplant, immer nach den ganzen Saktionen Junius' Maut zu holen. Ja, geht ja jetzt schlecht. Aber mein Name ist jetzt geboren. Ja. Gebrochen? Nein, nicht gebrochen. Geboren. So kaputt. Ach so. Guck mal. Mein Bein ist da hoch. Ich hab mich noch nicht mit dem versuhnt. Hat der nicht gequatscht, der Herrin? Ja, doch. Der hat mir erzählt, dass dass die das ja nur für uns machen, weil die auf uns geschossen haben. Seitdem haben die da richtig Palaver mit denen. Ich hab nicht so wirklich zugehört. Ja, weil deine Augen wieder auseinander. Musst du grad sagen. Du bist so krass am Schirm, wenn du heulst, lauf in deinen Tränen den Rücken runter. Halt die Kappe nur und was soll das denn jetzt? Wir fliegen fern aus Harlem. Ach so. Du hast mich beleidigt. Also weiter. Jifke schläft unten. Ja. Dembao. Ja. Sollen wir wohl unsere Wohnung oder so mit dem Trailer fahren? Trailer, oder? Mit dem Trailer, ne? Ja, wir können die doch nicht da allein schaffen lassen. Ja, das Ding ist, mein Arm ist kaputt, dein Fuß kaputt. Keiner von uns kann fahren. Oder ich geb Gas und du lenkst. Ja, weil Gott sagen. Du gibst Gas, ich lenke. Also im Trailer? Ja. Okay. 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 Sollen wir einfach das Auto klauen? Ich hab Schlüssel. Ja, okay. Warte, ich geb dir den Schlüssel. Nein, ich... Ich geb Gas, du lenkst. Ich lenke. Bist du sicher, es klappt? Wird schon. Okay. Wir haben drinnen einen Schlüssel um. Ja. Okay. Okay. Ich fahr jetzt rückwärts. Aha. Oh. Was? Oh, scheiße. Du musst den Gang einlegen auch. Mein Arm ist kaputt. Okay. Okay, los. Hast du's? Aha. Lenkst du? Aha. Du musst lenken. Ja, tu ihn mal. Nein. Du bist dann einfach zu doll aufs Gas gegangen. Mach wieder rückwärtsgang. Ja. Vorwärts? Ja. Lenkst du? Ja. Okay. Oh, komm da mal so rum, ey. Oh mein Gott. Weißt du, manche Leute können auch einfach mit einem anlenken. Stimmt. Bald Telefon. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja, der Arzt muss noch mal kurz über eure Wunden drüber gucken. Warum? Ich glaube, der hat das irgendwas nicht ordentlich gemacht. Boah, wir sind schon so weit. Wo ist denn der? Wo fahrt ihr denn hin? Ja, wir sind so vor dem Mühler rückwärtsgang. Aber ich mach's selber mit einem. Ne, sag einfach, wo seid ihr? Ja, in der Garage nur. Ach, in der Garage. Warte, ihr fahrt doch jetzt nach oben, oder? Ja, wir fahren zum Trailer. Ja, okay, warte. Fahr mit. Dann bin ich mit Citi am Telefon. Warte mal, du schläfst auch im Trailer? Ne, ich fahr aber nur eben hoch. So, wir fahren jetzt zum Trailer, okay? Weißt du, welchen Trailer? Ist, äh... Deinem Flughafen. Norden Sandy Shores. Ja, ja, okay, ich weiß wo, ich weiß wo. Ich lenke. Ich weiß wo, ich komm da hin. Okay, okay. Mach Bescheid. Okay, bis gleich. Bis... Okay. Der Arzt muss nochmal bei unsere Wunde gucken. Ja. In drei Tage. 30.11. 30.11. Ich hab seine Nummer. Das ist nicht so einfach zu lenken mit allen Armen. Ja, dann lass mich nochmal. Das ist Wälder. Halt es, lenke mit, lenke mit. Oh, ja, ja, ja. Gleich ist nur geradeaus. Dann sind wir sicher. Heute bin ich viel am Träumen, ne? Ich geb Vollgas jetzt, ne? Okay. Was, bist du am Träumen? Ja. Das war scheiße gerade. Oh, Entschuldigung. Und ausgerechnet wir beide werden getroffen von Kugeln. Ja, das, das kann aber passieren. Weißt du, was ich gemacht hab? Was denn? Ich hab einfach nur in den Gebüsch reingeschossen. Oh mein Gott, Telefon. Oh, echt? Lenkereitzahl. Ja. Ja, die sind gerade oben im Palito. Die kommen euch entgegen. Ja, wo? Ja, die kommen dann vom Palito runter zum Flughafen. Ja, bei dem Flughafen oben, ne? Unterm Erdbefeld. Ja, 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 ich weiß. Okay. Das weiß ich. Okay, bis gleich. Okay. Mila, kannst du mir gleich Essen machen? Ich hab Hunger. Ja. Natürlich. Ich will Spaghetti mit Fleischklopse. So und wieder? Äh, Pienks, Gute Nacht, oder? Jawohl, der Baguette. Ja, okay. Oder Chuchuk. Chuchuk kann ich machen. Und hast du doll Aua oder spürst du nix? Null, der Arm ist betäubt. Ich merk gar nix. Ja, mein Bein auch. Der ist voll witzig. Der hat mir Haut weggeschnitten, ne? Bei mir auch. Der hat bei mir auch was weggeschnitten. In Chamba. Weil wir uns so viel gemeinsam. Setz, flackert das Bild eigentlich immer noch? Ja, wieder, also. Und wie, wie, wie machst du das? Oh! Wie, Mama, Mama. Wie machst du das jetzt mit Jonny? Ich mein, jetzt kannst du dich ja nicht hauen. Ich warte. Ich verkloppe. Ich hab immer gesagt, wir haben nur was zu klaren. Okay. Hier ist aber nicht die Straße. Ja, aber Abkürzung. Irgendwas kappelt in dem Auto. Ja. Ja. Ah. Home sweet home, ha? Ja, Schwester. Oh, Demba ist auch oben. Na, gar nicht. Oh. Nein? Der hat das in uns stehen lassen. Aber das ist doch seins. Ja, aber wir sind doch mit dem rosa in den Autopfer. Was, müssen die nochmal gucken? Äh. Haben die Schere vergessen in meinen Arm? Weiß nicht, die haben irgendwas nicht richtig gemacht. Verpannung. Das war übrigens ne Scheißaktion. Ja, das mit den Cops war kacke. Aber irgendjemand hat denen ein Chor gegeben. Dass wir den, wie alt ich's raus holen. Ja, Bademais hat gesagt, wir helfen denen, weil die uns geholfen haben. Ja, das hab ich dann auch gecheckt. Aber die Cops haben ein Nein-Nein-Wort gesagt. Die haben ein ganz schlimmes Wort gesagt. Ja. Aber wir hätten halt zumindest die bedrohen können, dass wir halt sagen so, okay, lass die jetzt mal eben abziehen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr geschossen. Ich glaube, die haben angefangen zu schießen. Ja. Die haben, als wir mit dem Autobahn kamen, die schon einmal geschossen auf uns in unsere Richtung. Ja, die Cops haben auf die Yardis angefangen und dann direkt auf uns. Ach, das waren die Yardis, die kamen? Ja, ja. Ja, boah. Das ist nie gut gegen den Staat zu schießen. Mhm. Warte, ich muss kurz, ich wollte Wixen sagen, aber pinkeln. Jürgen ist mir warm. Teddy, gute Nacht. Erst umschrecktisch pullern. Ey, die Katze pennt immer noch, Alter. Zap, zap. Waren nur Tröpfchen, Pipi? Okay. Handy. Mühle, hol mein Handy raus. Ja, ja. Okay. Ja, Bildi. Raupen. Ja, Raupen. Ja, ich hab noch euer Cash. Raupen. Ja, machen wir morgen. Ich vertraue dir unser Geld. Okay. Nix kaufen. Ich versuch's. Wenn ihr noch ein paar Geschichten da habt, dann könnt ihr das noch ein bisschen zudrücken. Ja, aber... Aber ich glaub, die haben das nicht ordentlich zugenäht. Tschüss. Aua. Was haben die nicht zugenäht? Ich glaub, die haben das nicht richtig zugenäht. Nicht, dass das eine Falle jetzt ist. Und dann voll nur ein Zweifel. Nein. Ne, weil die haben grad ihren Chef vor sich stehen. Und was sagt der? Der sagt gerade, dass die jetzt nicht wegfahren können. Also, na, die können schon wegfahren, aber die müssen jetzt halt eben warten, bis der weg ist. Tschüss, Jerome. Schlaf gut. So viel Brut verloren in meinem Gobber. Aber eigentlich ist es nicht schlecht, hier zu wohnen. Da kann man ein Erdbefeld immer flücken. Wie, bitte? Ne Absteige hier. Das ist kacke. Nö, das ist unser Trailer. Ey, du musst ja nicht hier schlafen. Geh doch. Ich schlaf ja auch nicht hier. Achso, was bist du denn hier? Piss dich doch. Verpupp dich. Aua. Du Wixer. Wixer. Mit der bist du verlobt? Ich dachte, du hast ganz viele Liebscheyes am Start. Nein. Mit wem bist du verlobt? Mit dieser blonden Frau gerade. Blau. Mit der blonden? Die besoffen war. Die war besoffen? Ja, die hat blau Haare. Ich verstehe. Ich will hier nicht pennen. Ich fahr jetzt gleich schön nach Finewood. Die sieht jetzt in meinem Haus auch. Oh, ich hab auch, ich hab da was im Blick in dem Weinboot. In dein Haus. Okay. Dafür sparen wir jetzt und dann kaufen wir das. Ja, Finewood ist immer schwierig. Da ist relativ viel besetzt. Ja, und ich hätt einfach alle auf. Ich bezahl die Yardis, dass die den rauskommen. Ja, okay. Oder ich mach das. Ich bin gefährlich. Crazy. Ach, oder kommst du jetzt. Du bist jetzt ruhiger Gangster. Tagwürdig. Manchmal. Und ein bisschen merkwürzig. Was ist das, Gottes? Ich hab, Aua, Schmerzen im Rücken. Und in meinen Armen spür ich nicht. Alter. Ich bin müde. Vielleicht können wir den Arzt fragen, ob der dir auch so einen spitzen Rücken macht. Vielleicht können wir den Arzt fragen, ob der die Spritze im Mund macht. Ja, warum? Hast du Mund auch? Nö, du hast dann so Botox. Ich hab, ich bauch das nicht. Nee. Geht's gut, aber danke, dass du dir Sorgen machst. Ach, du erscheinst gerade. Du bist immer so lieb zu mir. Magst du selber. Du alle Po-Leckerin. Du bist nur ein Schmatzer. Bitterlich. Du bist ein Po-Bild-Flipper. Du schiffst ein mit Finger in die Nase. Du nimmst immer meinen Daumen. Aber das ist auch ein bisschen süß. Wir sind jetzt auf dem Weg. Boah, ich will nach Hause, bitte. Tut mir leid. Bist du so müde? Nö, doch. Doch, ich bin Todesmude. Aber ich will mich einfach nur auf meine... Komm mal her, lass dich drücken. Alles wird wieder gut. Boah, du stinkst nach Kondome. Du... Na, hör mal. Du Latex-Boy, halber Bumfer. Eigentlich wollte ich Johnny verkloppen, aber mein Arm ist kaputt. Glaubst du denn morgen? Ja, meinst du, mein Arm ist morgen geheilt? Vielleicht. In 13 Stunden? Vielleicht, das wird es ja morgen besser. Ich warte, bis du volle Power kommst. Dann musst du nur mal trainieren. Bitte. Und dann schlag ich den Fresser ein. Aber heute... Heute war der nicht so, G. Heute war der nicht arrogant. Heute war der am Boden. Ja, 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 ja. Hör auf damit. Hör auf damit. Pumila, du hast in meinen Kopf reingebohrt. Ja, das ist unglaublich. Gebohren. Das seit Tagen in meinem Kopf. Aber was guckst du hier? Im Behoben kriegt man ja nur diese Hildy-Billy-Sender rein. Hä? Ja, weil du diese Happy-Tee-Friends-Kacke anguckst im Fernsehen. Ja, das ist aber nicht von Happy-Tee-Fans. Sondern? Nee, das ist was ganz Altes. Ja. Das ist im Vier. Nee. Nee. Ich weiß nicht mehr von wo. Aber es ist einfach in meinem Kopf. Woher kommt das? Will das wissen jetzt? Ich auch. Ich will das hören, damit das endlich raus aus meinem Kopf geht. Ich glaube, das kommt von... Pokémon Go. Nö. Ich habe mal in einem Wald eine Galaxe gefangen. Echt? Na klar. Und dann waren wir zusammen. Mila, komm. Ach komm. Ach nö. Ach komm. Hey. Mila. Sei doch jetzt nicht so. Sei doch nicht so. Komm her jetzt. Ich schmeiße meinen Fuß, also meinen Schuh. Bleib hier. Mila weiß doch, dass du ein Chinox bist. Ja. Keine Lachsung. Ein Chinox. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Ja, meins ist Hohenzon. Ja. Meins ist wohin genau. Bissau. Palak genauso lustig wie ich. Nexus schlaf gut. Ich glaube, die Fallen stellen Falle. Nein. Es stellt keiner in der Falle. Ich stelle eine Falle. Wir holen gleich und verkloppen uns. Ob wir nichts mehr zu tun haben. Wenn wir in der Falle stellen, dann bin ich da selber dran. Da lagen aber Leute am Dings, ne? Wo? Oben an diesem Trailerpark? Da lagen drei, drei, vier Leute auf den Haufen. Boah. Wie das, was passiert ist bei den Schüssen da oben. Ja, aber woher kamen die? Wo waren die? Oder kamen die angefahren? Ich denke mal, die sind da hingefahren. Hohi, schlaf gut. Bis zu später. Tschüss. Die haben es doch nicht weit. Die brauchen einen ganz schön langen, ne? Das ist eine Falle. Da will der Hund in eine Falle beruht. Ich fühle mich gerade wie in einem Spanner. Irgendwas zu seltsam mit mir. Gehen sie ran. Da fährt was. Komm. Komm, Huckepack. Huckepack, in den nächsten Puff der Stadt. Äcker in dem Rapper. Death Gym in der Tower. Was hast du denn genäht? Doch, ich habe alles ordentlich genäht. Ich muss mir das nur noch mal hinterher angucken. Echt so geduldig. Schau mal an, ob ich auch den Verband ordentlich drum gelegt habe. Das sieht aber gut aus. Das reicht auf jeden Fall. Ähm. Okay. Hm? Schon okay. Oh Gott, du hast sich verändert. Und? Das sieht auch gut aus. Ich habe gute Arbeit geleistet. Das muss man einfach auch so sagen. Ich bin einfach Profi in dem. Boah, Alter. Du hast bestimmt am Fische Fisch geübt. Ja, nee. An Bananen. Ich meine, das näht halt noch so. An Bananen? Ja. Und jetzt, ähm. Könnt ihr dann hinterher? Ich habe meine Aprikose gekusst. Hm. Hand. Tatsächlich. Und ein Fisch. Jetzt wird es aber crazy. Da war ein kleiner Herrchen dann. Okay, ich muss schlafen. So. Dann wünsche ich einen schönen Angst. Gute Nacht, die zwei, Mr. Medizin-Männer. Gute Nacht, Mr. Medizin-Männer. Schlaft ihr die beiden, ne? Bis morgen. Ja, hau. Bis morgen. Komm, Alter. Jetzt siehst du aber die Kutte an. Und die Muppelte. Ähm. Geil. Hau mich. Äh. Oh. Nein. Verdammt. Okay. Geh du rein. Ich prüfe nochmal kurz den, äh, Reifendruck im Auto. Ja. Ja. Äh, passt gleich schlafen. Gut an, alle die jetzt fernen gehen, gut gemacht. Lala. Boah, Junge, wir machen Künsche auf anderes Niveau. Auf ganz unangenehme Art und Weise. Also, ich geh spinnen. Ich find das immer so dumm, wenn sich zwei Leute da ausloggen, Alter. Ich hab, Fletcher, ganz ehrlich, hab auch gedacht, das ist ne Falle, aber selbst wenn nicht so wär, ist es halt so. Ich würde den Rücken gönnen, die mir in die Fresson. Obwohl ich da nix mit zu tun hatte, eigentlich. Ähm. Ja. Sehr nix. Wie viel. Ju, ciao, ja, da wünsche ich's okay, Alter. Nicknack, danke für den Recept noch am dritten. Und Zeus, dankeschön für die 100 Bits. Und auch an Hamadini und Obelix, Wipe, Peterson, danke. Saftschupps, The Gizzi, Strive, Swipe One, Rupport, Toshiro, Elixir, Horibi, Crazy K, alle anderen. Vielen Dank für den Support. Auch an die Leute, die sich benommen haben im Chat. Ich hoffe, dass ich mir nicht von Nexus anhören muss, dass da irgendwie ne Katastrophe war in seinem Chat, ne? Ich achte da sehr drauf. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch ne wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Ich steckst das nur online, der macht ja noch bis vier oder so, Alter. Warte, guck mal. Der ist sogar tatsächlich nur da. Komm, wir gehen zum Sechstens noch. Ich habe aber voll die gute Idee, was wir da reinschreiben. Beschreiben. Können wir das schreiben? Der Follower-Chat? Oh. 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 Okay. Egal. Egal. Wir reden trotzdem. Wie gesagt, wunderschöne gute Nacht. Bis nachher. Tschüss. Tschüss, rein in the way. Tschüss. Tschüss. Guten Nacht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020